Hummelstich Folge 1 Ein Mord kommt selten allein von Katharina Schendel Es liest Gabriele Blum Kapitel 1 Ein Dorf irgendwo in Deutschland Es war ein ganz normaler Sonntagnachmittag in Hummelstich. Die milde Maisonne strahlte auf das kleine Dorf herab und ließ die Dächer der niedlichen Häuser funkeln und glitzern. Der Himmel war strahlend blau und die unverholene Glückseligkeit der Dorfbewohner schwebte wie ein frühsommerliches Hochdruckgebiet über der Gemeinde. In den Vorgärten und Hinterhöfen herrschte, anders als in den Nachbardörfern, kein sonntäglicher Frieden, sondern emsige Betriebsamkeit. Fröhliches Geklimper von allerlei Werkzeugen mischte sich mit dem Muhen, Gackern und Blöken von Kühen, Hühnern und Schafen. Hier klopfte ein Hammer im Einklang mit einer Bohrmaschine. Dort erklang ein Duett von Winkelschleifer und Schweißgerät. Wieder woanders heulte ein Motor auf. Die frische Landluft roch nach Schmieröl und Benzin. Wohin man auch blickte, das ganze Dorf war auf den Beinen. Jeder Bewohner, ob jung oder alt, ging mit emsiger Betriebsamkeit an sein Tagwerk. Sie schraubten, bastelten und montierten, friemelten und lackierten. Das taten sie mit solcher Leidenschaft, dass es beinahe unheimlich war. Kein Zweifel, die Hummelstichler trugen wieder einmal untereinander einen Wettstreit aus. Und dabei waren sie unerbittlich. Tatsächlich war es nur noch wenige Tage bis zum alljährlichen Mopsrennen. Einer heiß geliebten lokalen Tradition, die so gar nichts mit Hunden, Heringen oder weiblicher Oberweite zu tun hatte. Nein, beim Mopsrennen ging es um selbstgebaute Fahrzeuge, die zum einen schnell wie ein geölter Blitz sein sollten und zum anderen das größtmögliche Maß an Originalität vorweisen mussten. Dabei kamen oft die abenteuerlichsten Gefährte zum Vorschein. Und es gab kaum ein Haushalts- oder Gartengerät, das beim Bau eines Gabel- oder Gelenkmopses noch nicht Verwendung gefunden hatte. Die ausgefallenen Kreationen zeugten von handwerklichem Geschick und Einfallsreichtum. Natürlich wurde es über die Jahre immer schwieriger, etwas ganz und gar Neuartiges zu konstruieren. Deshalb spähte in diesen Tagen so manch einer argwöhnisch über den Zaun zu seinem Nachbarn, horchte an Türen, linste durch Schlüssellöcher oder versuchte mithilfe vermeintlich beiläufiger Fragen an nutzbringende Informationen über die Konkurrenzfahrzeuge zu gelangen. Je näher der Tag des Rennens rückte, desto stärker wurde der Spionagetrieb. Kurz vor dem Wettkampf war ganz Hummelstich stets ein einziger Horch- und Kuckverein. In den umliegenden Dörfern und Städten eilte den Hummelstichlern der Ruf voraus verschroben und kauzig, ja, bisweilen etwas weltfremd zu sein. Man erzählte sich allerlei skurrile Geschichten über die Dorfbewohner, munkelte sogar von Füchsen und Hasen, die sich hier gute Nacht sagten. Oft belächelte man die Hummelstichler. Doch das kümmerte sie wenig. Sie mochten ihren Ort und waren stolz darauf, sich mit ihrem Wetteifer von den Bewohnern anderer Ortschaften zu unterscheiden. Zugegeben, etwas naiv waren sie schon. Denn sie ahnte nicht, welch gefährdete Spezies sie waren. Wären sie Nasenaffen gewesen, hätte man sie längst auf die rote Liste der vom Aussterben bedrohten Arten gesetzt. Die Hummelstichler waren nämlich hoffnungslos überaltert. Von insgesamt 649 Einwohnern waren zwei Drittel bereits jenseits der 50. Auf eine Taufe kamen 36 Begräbniszeremonien, ein Umstand, der gleich zwei Bestatter und deren Familien ernährte und den Pfarrer regelmäßig in Depressionen stürzte. Mit dem Nachwuchs sah es in Hummelstich nämlich tatsächlich nicht sehr rosig aus und es war nur noch eine Frage der Zeit, bis sich die erste spitze Zunge das Wort Greisendorf nicht mehr verkneifen können würde. Laut einer statistischen Erhebung gab es in Hummelstich nur noch 43 Kinder und 1,5 Säuglinge. Der sechswochenalte Knirps, der die dörfliche Altersstruktur so schamlos nach unten drückte, hieß Jonathan Krumbein, war kerngesund und konnte weder ein Komma noch eine Fünf vorweisen. Es gab auch nirgendwo sonst im Ort einen schauerlichen, halben Säugling, doch das war den Behörden, die die Zahlen in regelmäßigen Abständen veröffentlichten, bisher noch nicht aufgefallen. Überhaupt waren Gewalttaten und kapitale Verbrechen im Dorf gänzlich unbekannt. Selbst die Ältesten der Ältesten konnten sich nicht an Mord oder dergleichen erinnern. Aus diesem Grund war der junge Dorfpolizist Sven Grüneis Inhaber einer halben Arbeitsstelle geworden, womit er es zu einem Kuriosum innerhalb des deutschen Polizeiapparates geschafft hatte. Besonders zufrieden war er damit nicht. Schließlich drehte er nicht gern dienstlich Däumchen, sondern verbrachte seine Zeit lieber mit Brautschau und Landwirtschaft. Er besaß einen großen, baufälligen Hof mit Fuhrwerken und allerlei Getier, dazu Wiesen, Äcker, Felder und einen großen Garten. Was ihm aber am meisten fehlte, war eine treusorgende Ehefrau. Auch der Montag war in Hummelstich ein Tag wie jeder andere. Metzgermeister Erwin Meuselböck wetzte fleißig seine Messer und kam bei seinen Bemühungen, den immensen Fleischkonsum der Dorfbevölkerung zu decken, wie immer mächtig ins Schwitzen. Unbeschwert drehte er Fleischstücke durch den Wolf, würzte die zerhäckselte, blassrote Masse nach einem streng gehüteten Rezept und stopfte sie in meterlange Därme. Das Endprodukt wurde von seiner Frau Brunhilde im angrenzenden Laden verkauft. In der Gunst der Bewohner stand auch der Apotheker Karl Feigenbaum, der zwar kein echter Arzt, aber der einzige mit Doktortitel im Dorf war. Da er in einem früheren Leben einmal Medizin studiert und dieses Studium sogar abgeschlossen hatte und es in unmittelbarer Entfernung niemanden gab, der über mehr humanmedizinisches Fachwissen verfügte, wurde er bei allen kleinen und großen Wehwehchen um Rat gefragt. Gegenüber der Apotheke sprühte der Friseur Borwin Wandelohe wie jeden Tag fast über vor Energie und guter Laune. Sein apfelförmiger Körper tänzelte auf schlanken Beinen, graziös von Frisierstuhl zu Frisierstuhl und während er aus voller Kehle das O Sole Mio trellerte, undulierte er die Haare zweier Damen, frischte bei einer dritten die Farbe auf und verpasste einem ergrauten Herrn einen modischen Kurzhaarschnitt. Borwins ansteckende Fröhlichkeit hätte vor allem der Pfarrer des Dorfes, Theodor Klingbein, dringend nötig gehabt. Am morgigen Dienstag stand eine Beisetzungszeremonie an und er steckte mitten in den Vorbereitungen. Wie innig hatte er für eine Taufe, eine Konfirmation oder eine Hochzeit gebetet. Doch so sehr er sich auch einen heiteren Anlass wünschte, sein oberster Dienstherr erhörte ihn nicht. Es war eine Beerdigung, die er vorbereiten musste, schon die sechste in diesem Monat. Nach Feierabend schleppte er sich ins Wirtshaus zum Goldenen Lamm und versuchte, seine Niedergeschlagenheit in dunklem Bockbier und einem doppelten Korn zu ertränken. Der Wirt, Lutz Schimmelpfennig, klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter, bevor er an eine große Tafel trat und die ersten Wetten für das bevorstehende Mopsrennen entgegennahm. Soweit war, wie gesagt, alles ganz normal und unspektakulär. Erst am Dienstag geschah etwas, was das Leben der Hummelstichler gehörig auf den Kopf stellen sollte. Kapitel 2 Zwei schräge Vögel Der Bus, der mit fast 90 Stundenkilometern die frischgeteerte Landstraße entlang bretterte und mit quietschenden Reifen vor dem kleinen Dorffriedhof zum Stehen kam, war in der Tat alles andere als gewöhnlich. Er besaß eine fast schon furchteinflößende Überlänge und war zudem gänzlich mit bunten Graffitis bemalt. Aber nicht solche primitiven Schmierereien, wie man sie oft an Hausfassaden oder Zugwaggons sah, sondern ein fabulöses Kunstwerk, das den Betrachter in Staunen versetzte. Unter den hell leuchtenden Scheinwerfern, die sich wie feurige Augen in den morgendlichen Frühlingsdunst bohrten, offenbarte ein riesiger kühler Grill metallisch glänzende Zähne und erweckte den Eindruck, als blickte man in das Antlitz eines Dämons. Auf den beiden Seiten der Karosserie war das weit weniger unheimliche Bild eines vierstöckigen Holzregals aufgedruckt worden, das bis auf den letzten Zentimeter mit großen und kleinen, dicken und dünnen Büchern bestückt war. Einige der so dargestellten Buchrücken waren mit einem einzigen großen goldenen Buchstaben versehen. Bücher auf Rädern stand in der einen Reihe, darunter Beers Leihbibliothek. Einen solchen Bus hatte ganz Hummelstich noch nie gesehen. Jedem, dem er auf der Fahrt durchs Dorf begegnet war, war wie angewurzelt stehen geblieben. Und auch die kleine Menschengruppe, die sich auf dem Friedhof um ein offenes Grab versammelt hatte, rührte sich nicht vom Fleck und starrte das in der Nähe parkende Ungetüm an. Pfarrer Theodor Klingbein bekreuzigte sich. Borwin Wandelow, der Friseur, griff nach Brunhilde Meuselböcks Hand, und der Bestatter Ferdinand Ruhe hielt sich verkrampft an einer weinroten Urne fest. Einen Moment lang hörte man nur die monotone Trauermusik, die aus einem tragbaren CD-Spieler dudelte. Dann rissen alle verdutzt die Augen auf, denn die Tür des riesigen Ungetüms öffnete sich und eine kleine, drahtige und jugendlich wirkende Frau mit kurzen, feuerroten Haaren sprang heraus. Sie war auffällig bunt gekleidet, hielt einen Seesack in der rechten Hand und auf ihrer linken Schulter saß, so selbstverständlich wie ein gut gewähltes Accessoire, ein munter, vor sich hin krechzender und keck in die Welt schauender Papagei. Skarabea von Marstein steuerte zielsicher auf die Gesellschaft zu und entsprach dabei weder dem abendländischen Ideal eines Trauergastes noch dem landläufigen Bild einer Bibliothekarin. Außer dem Papagei, dessen scharlachrotes Federkleid ebenso leuchtete wie ihre Haare, trug sie eine zitronengelbe Leinenhose, ein azurblaues Top mit Korallenriffprint und grasgrüne Lackballerinas mit aufgesticktem Perlenornament. Ein orange-roter Seidenschal, den sie um Schultern und Oberarme geschlungen hatte, und ein breiter Bambusarmreif am linken Handgelenk verdeckten geschickt mehrere Tätowierungen. Winzige Lachfältchen schmückten ihr hübsches Gesicht und unter den wuscheligen roten Haaren, die wie wild lodernde Flammen in alle Richtungen züngelten, funkelten neugierige, smaragdgrüne Augen. Schon auf den ersten Blick sah man ihr an, wie exzentrisch und ausgeflippt sie war. Die Lust am Leben guckte ihr sprichwörtlich aus jedem Knopfloch. Was man ihr nicht ansah, war ihr Alter. Skarabea von Marstein war 63 Jahre alt. Zu den abenteuerlichen Besonderheiten, die Bea pflegte, zählte zweifellos ihre Lebensgemeinschaft mit einem persönlichkeitsgestörten Papagei. Der hellrote Ara, dessen Bürzelfedern in Blau und Gelb erstrahlten, war ihr vor zwei Jahren in Kastrop-Rauxel zugelaufen und hatte sich ihr als Dr. Jekyll vorgestellt. Aufgrund einer Fehlprägung als Jungvogel hielt er sich für einen Menschen. Wie sein akademischer Titel es vermuten ließ, war er gebildet und außerordentlich sprachbegabt. Nur mit seinen Flügeln wusste er nicht viel anzufangen. Der Pfarrer war der Erste, der sich aus der Erstarrung löste. Er fragte sich, was um alles in der Welt diese sonderbare Person hier wollte und weshalb sie die Beisetzung störte. Eine Angehörige der verstorbenen Henrietta von Eichhorn konnte sie wohl kaum sein, wenn man sich ihr Outfit so ansah. »Entschuldigen Sie die Verspätung, ich bin Henriettas Freundin, Bea von Marstein«, sagte Bea, als hätte sie seine Gedanken gelesen. »Zum Glück bin ich noch rechtzeitig gekommen.« Was genau sie damit meinte, wurde klar, als sie an den CD-Player herantrat, die leise vor sich hinplätschernde Musik abstellte, die silberne Scheibe entnahm und eine eigene einlegte. Friseur und Metzgers Frau wechselten irritierte Blicke. Der Bestatter räusperte sich. Leider war uns der Musikgeschmack von Frau von Eichhorn nicht bekannt. Sie hatte hier ja niemanden. Er sah hastig zu den anderen. »Bis auf unsere kleine Fangemeinde natürlich«, fügte er lächelnd hinzu. Bea nickte flüchtig und schob den Regler auf volle Lautstärke, woraufhin erst ein langgezogenes metallisches Fiepen und dann ein fulminantes Gitarrensolo zu hören waren. Die Erde bebte im Rhythmus der rockigen Riffs und als die Stimme von ACDC-Sänger Bon Scott erklang, wackelte der ganze Friedhof. Als der Refrain einsetzte, sang Bea aus voller Kehle mit und auch Dr. Jekyll stimmte hier und da ein. »I'm on the highway to hell, highway to hell, and I'm going down all the way, I'm on the highway to hell.« Der Pfarrer war mittlerweile dunkelrot angelaufen. Fassungslos nach Luft dringend hätte es ihn auch nicht mehr gewundert, wenn Henrietta von Eichhorn in voller Pracht aus der Urne gestiegen wäre. Seine mühsam verfasste Trauerrede hatte er vor Schreck gänzlich vergessen. Frau Meuselböck blickte sich hilfesuchend um und der ohnehin schon blasshäutige Bestatter war noch eine Spur fahler geworden. Nur der dickbäuschige Friseur versuchte vergeblich, hinter seinem gezwirbelten Schnurrbart ein Schmunzeln zu verstecken. Bea ergriff nun das Wort. »Hetty war mit Abstand der fröhlichste und lebenslossigste Mensch, den ich gekannt habe. Sie hätte gewollt, dass wir es auch sind. Gerade an diesem Tag. Hier stand nie der Sinn nach Trübsal. Also weg mit den leichen Vitaminen.« Sie nahm eine Flasche edlen Jahrgangs-Sekt aus dem Seesack und ließ den Korken knallen. Dann schenkte sie sich etwas in einen Tonkrug ein, den sie ebenfalls aus der Tasche gezogen hatte und prostete der Urne zu, die noch immer in den Armen des Bestatters lag. »Auf dich, Hetty! Anstatt dich mit Erde zu bewerfen, wollen wir mit Sekt auf dich anstoßen.« Sie zauberte weitere Tonkrüge hervor, schenkte ein und teilte aus. Immer noch völlig perplex und überrumpelt folgte die kleine Beerdigungsgesellschaft ihrem Vorbild. Als alle einander zugepostet und getrunken hatten, zwinkerte Bea dem Bestatter schelmisch zu. Es hätte Henrietta sehr gefallen, wenn sie gewusst hätte, dass die Männer sie immer noch auf Händen tragen. Kapitel 3 Drei mörderische Gedanken Natürlich empfand Bea eine tiefe Trauer über den Tod ihrer besten Freundin. Sie würde Hetty für eine ganze Weile nicht wiedersehen, in diesem Leben zumindest nicht. Das wurde ihr in dem Moment bewusst, als sie die Tür zu dem Häuschen aufschloss, das Hetty vor einigen Jahren gekauft und bezogen hatte. Das Häuschen, das nun ihr gehörte und von dem sie gar nicht richtig wusste, ob sie es überhaupt haben wollte. Sie liebte es, unterwegs zu sein, neue Orte zu erkunden, frei und unabhängig die Welt zu bereisen. Konnte sie sich wirklich vorstellen, noch einmal sesshaft zu werden? Das Haus lag unweit der Dorfkirche, am Ende einer gewundenen Straße. Nur wenige Meter entfernt begann ein dichter dunkler Wald, dessen alte Bäume die Äste kraftvoll in den Himmel reckten. In dem pittoresken Vorgarten, der sich vor dem Haus erstreckte, wuchsen Pfingstrosen und Vergissmeinicht. Zwei Birken schwangen sanft im Wind. Es sah aus, als schunkelten sie. Wie alle anderen Gebäude im Dorf war auch Henriettas Haus klein und niedlich. Es besaß zwei Stockwerke, ein hübsches Spitzdach sowie einen niedrigen Dachboden, den man geraden Hauptes nur dann betreten konnte, wenn man ein Zwerg, ein Hobbit oder ein Andermaner war. Die Fassade war weiß gestrichen, Tür und Fenster erstrahlten im allerschönsten Himmelblau. Als Bea die Haustür öffnete, strömte ihr ein vertrauter Geruch entgegen. Eine Mischung aus frischen Sägespänen, karamellisiertem Popcorn, Staub, wilden Tieren, Motorenöl und Schminke. Zirkusluft. Mehr als fünfzig Jahre lang war das fahrende Volk Henriettas zu Hause gewesen. Nach der Zeit im Internat hatte sie sich einem bekannten Wanderzirkus angeschlossen und sich unsterblich in Johann, den Entfesselungskünstler und Messerwerfer, verliebt. Neben der großen Liebe hatte sie im Zirkus auch den Ort gefunden, wo sie am glücklichsten war. Auf einem dünnen Drahtseil in zehn Metern Höhe. In Henriettas Häuschen erzählten hunderte von Postern und Fotografien von dieser glanzvollen Zeit. Sie zeigten eine elegante junge Frau von natürlicher Schönheit mit goldblonden Engelslocken und der Ausstrahlung einer glamourösen Filmdiva. Auf einigen Bildern war auch Johann der Messerwerfer zu sehen, ein stattlicher Hühne voller Tatendrang und Leidenschaft. Bea durchstreifte die einzelnen Zimmer und lächelte. Das Häuschen war innen wesentlich geräumiger, als es von außen den Anschein hatte. Hettys Liebe zum Zirkus war nicht zu übersehen. Schwere Tierskulpturen säumten die Fenster, Tapeten und Vorhänge trugen das blaurote Streifenmuster eines Zirkuszeltes. Alles war liebevoll gestaltet, voller origineller Details und strahlte angenehme Behaglichkeit aus. Hier würde sie sich wohlfühlen, keine Frage. Die Möbel im Wohnzimmer waren aus dunklem Holz gefertigt. Bea setzte Dr. Jekyll auf die Lehne eines plüschigen, mit purpurrotem Samt bespannten Ohrensessels und wanderte gedankenverloren durch den Raum. Neben dem Kamin stand auf einem zierlichen alten Hocker ein nostalgisches Trichtergrammophon. Mehrere alte Schellackplatten lagen darum verstreut, einige Dutzend weitere waren in der untersten Reihe eines großen Bücherregals ordentlich gestapelt. Im Zimmer gab es außerdem ein bequemes Sofa, einen niedrigen Couchtisch, der an ein rundes Zirkuspodest erinnerte, sowie mehrere blaugraue Zinnvasen mit getrockneten Hortensien darin. Kerzen in allen Größen, Formen und Farben, zierten Regale, Tische und Fensterbretter. In einer kleinen Nische zeichneten sich zwei menschliche Konturen ab. Es waren kopf- und gliedlose Torsos aus Keramik mit wunderschönen Kostümen bekleidet. Links ein kurzes Kleid aus schneeweißen Federn, das Henrietta bei ihren spektakulären Auftritten getragen hatte. Rechts ein Violetter mit Pailletten bestickter Frack. Johanns Kostüm. Die Arbeitskleidung des Messerwerfers. Bea trat an das Bücherregal und ließ den Blick über die bunten Buchrückenschweifen. Instinktiv griff sie nach der Mausefalle, einem Kriminalroman von Agatha Christie, den sie Henrietta vor vielen Jahren geschenkt hatte. Krimis waren schon immer Hatties literarische Leidenschaft gewesen und fast zwei Drittel ihrer Bücher gehörten diesem Genre an. Als Bea das Buch gerade zurückstellen wollte, bemerkte sie, dass etwas aus den Seiten hervorlugte. Erst dachte sie, dass sich einige Buchseiten gelöst hatten, dann sah sie jedoch, dass es ein Brief war. Auf dem blütenweißen Umschlag war mit kobaltblauer Tinte für Bea und darunter der Zusatz, erst nach meinem Tod zu öffnen, geschrieben. Es war die Handschrift ihrer Freundin. Bea setzte sich auf das Sofa und betrachtete den Brief eine Weile, drehte und wendete ihn, wog ihn in der Hand, zögerte. Derweil trippelte Dr. Jekyll ungeduldig auf der Säßelehne hin und her und warf energisch den Kopf nach vorn. Sie atmete tief ein. Dann fasste sie sich ein Herz, öffnete das Kuvert, entfaltete ein elfenbeinfarbenes Papier und las. Liebe Bea, bitte ängstige dich nicht, wenn du dies liest. Post von den Toten bekommt man nicht alle Tage und ich weiß, wie schreckhaft du sein kannst. Doch das geschriebene Wort ist nun mal die einzige stilvolle Möglichkeit, mich dir auch nach meinem Ableben noch mitzuteilen. Zuerst möchte ich dir für unsere lange und wunderbare Freundschaft danken. Ich weiß, ich habe immer einen Platz in deinem Herzen und genau so hast du einen Platz bei mir. Wenn ich in der Vergangenheit schwelge, dann denke ich immer auch an dich, denn du hast mein Leben stets bereichert. Wie du weißt, habe ich dir mein kleines Haus in Hummelstich samt seinem gesamten Inhalt vermacht. Das meiste ist wohl sentimentaler Krimskrams und es steht dir frei, damit zu tun, was du für richtig hältst. Ich hoffe, ich bürde dir damit keine allzu große Last auf. Ich vermache dir jedoch auch etwas von finanziellem Wert. In der indischen Schatulle, die neben unseren Kostümen im Wohnzimmer steht, findest du fünf silberne Messer. Ein Maharadscher, der vor vielen Jahren einmal unsere Vorstellung besuchte, war von Johanns Können so begeistert, dass er ihm dieses Geschenk machte. Jedes der Messer ist mit kostbarsten Juwelen besetzt. Den genauen Wert kenne ich nicht, aber es handelt sich wohl um ein kleines Vermögen. Johann ist oft mit ihnen aufgetreten und er hat gesagt, es seien die besten Wurfmesser, die er je in Händen halten durfte. Zu meinen Lebzeiten konnte ich mich nie davon tränen. Zu viele Erinnerungen hängen daran. Dir aber, liebe Freundin, möchte ich mit Nachdruck raten, solltest du dich je in einer finanziellen Notlage befinden, so zögere nicht und verkaufe die Messer. Sie werden einen guten Preis erzielen. Sollten sie dir einen unbeschwerten Lebensabend ermöglichen, so haben sie die beste aller Verwendungen gefunden. Nun denn, liebste Bea, lebe wohl bis zu dem Tag, an dem wir uns wiedersehen. Deine Hettie. Für eine Weile verharrte Bea schweigend auf dem Sofa und ließ den Tränen freien Lauf. Dann, als ihre Augen schon ganz gerötet waren, setzte sie sich ihrem Papagei auf die Schulter und sah sich um. Lange suchen musste sie nicht. Die mit kostbarem indischem Seidenstoff bespannte Schatulle hatte die Form und Größe eines handelsüblichen Umzugskartons. Das türkisfarbene Gewebe schimmerte und glänzte und war mit silbernen Fäden bestickt. Der Riegel war nicht verschlossen und ließ sich leicht öffnen. Bea hub den Deckel an und blickte hinein. Die Schatulle war leer. Oh, oh, rief Dr. Jekyll. Gar nicht gut, gar nicht gut. Merkwürdig, dachte Bea. Sehr merkwürdig. Hatte Hetty eine andere indische Schatulle gemeint? Nein, das war ausgeschlossen. Hier gab es sonst nichts, was auch nur entfernt indisch aussah. Hatte sie die Messer vielleicht woanders aufbewahrt? Doch warum sollte sie? Hetty hatte es in ihrem Brief doch eindeutig formuliert. Nein, das war nicht ihre Art. Es blieb nur eine Möglichkeit. Das Messerset war verschwunden. Konnte es sein, dass dies mit Henriettas Tod in Verbindung stand? Hatte jemand die kostbare Hinterlassenschaft gestohlen? Wenn jemand gewusst hätte, wie wertvoll die Messer waren, hätte er einen Grund gehabt, sie zu beseitigen. Das war das erste Mal an diesem Vormittag, dass Bea an Mord dachte. Später ging sie zum Kamin, um ihn zu reinigen und zu neuem Leben zu erwecken. In der dunklen Asche lagen halb verbrannte Holzstücke. Sie sah genauer hin. Da war auch noch etwas anderes, irgendetwas Silbernes. Mit einer Pinzette bewaffnet kauerte sie sich auf den Boden und zog das kleine glänzende Etwas heraus. Es war ein rundes Stückchen Folie mit einer Aufschrift. Digitoxin stand da in winzigen Buchstaben. Offensichtlich der Rest eines Tablettenblisters. Digitoxin? Das klingt nicht nach einem harmlosen Mittel gegen Husten, überlegte Bea. Warum sollte Hetty überhaupt Tablettenverpackungen verbrennen? Grübelte sie weiter. Doch wenn sie es nicht getan hatte, wer dann? Ein Fremder? Ein Gast? Aber wieso? Die Frage dehnte sich aus wie ein Echo. Hier soll etwas vertuscht werden, kam ihr plötzlich in den Sinn. Das war das zweite Mal an diesem Tag, dass sie der Verdacht beschlich, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zuging. In der Küche brühte sie sich einen starken Bohnenkaffee auf. Dazu verkostete sie Henriettas selbstgemachten Blutwurz-Schnaps, den sie im Dielenschrank gefunden hatte. Ein edles Tröpfchen. Dr. Jekyll bereitete sie einen Imbiss aus einem halben Apfel und einer Handvoll Sonnenblumenkernen zu. Zärtlich kraulte sie sein wundgefiedertes Köpfchen. Was ist hier bloß geschehen? Murmelte sie vor sich hin, mehr zu sich selbst als zum Papagei. Das ist doch klar! Krächzte Dr. Jekyll und beäugte sie, als wollte er ihre Reaktion abwarten und sicher gehen, dass er ihre volle Aufmerksamkeit bekam. Sie blickte ihn fragend an. Zwar war sie es gewohnt, dass er zu allen passenden und vor allem unpassenden Gelegenheiten seinen Senf dazugab. Hellseherische Fähigkeiten hatte sie bei ihm bisher jedoch eher selten beobachtet. Eiskalter Mord, verkündete er. Die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern. Bea erschauerte. Sie wusste, wenn Papageien davon sprachen, dass Spatzen von den Dächern pfiffen, dann war dies durchaus ernst zu nehmen. Und das war das dritte Mal, dass sie überlegte, ob ihre beste Freundin Hattie vielleicht nicht ganz freiwillig aus dem Leben geschieden war. Wenig später hatte Bea einen Entschluss gefasst. Sie würde die Antwort auf die Frage finden, was wirklich mit ihrer Freundin passiert war. Auch wenn die Erkenntnis, dass Hattie möglicherweise ermordet worden war, sie zutiefst schockierte, blieb er gar keine andere Wahl. Das war sie ihrer Freundin schuldig. Dieser Weg würde steinig werden, so viel war klar. Den wichtigsten Teil einer kriminalistischen Untersuchung, nämlich die Leichenschau und damit die Möglichkeit, an Henriettas Körper Spuren eines nicht natürlichen Todes zu finden, konnte man vergessen. Man brauchte kein Gerichtsmediziner zu sein, um zu wissen, dass nach einer Feuerbestattung eine Exhumierung zwecklos war. Damit blieb ihr nur, Augen und Ohren weit aufzumachen, zur richtigen Zeit die richtigen Fragen zu stellen und den Tag von Henriettas Tod bis ins kleinste Detail zu rekonstruieren. Ihr Bauchgefühl, das ein ausgesprochen hungriges war, führte Bea als erstes ins Gasthaus zum goldenen Lamm. Wirtshäuser waren seit jeher die wichtigsten Umschlagplätze für Informationen aller Art. Hier erfuhr man meist etwas Interessantes und ganz nebenbei konnte man noch einen Happen essen. Das Lokal war äußerst geräumig, gemütlich möbliert und strahlte eine wohlige Atmosphäre aus. Gedämpftes Licht beleuchtete schwere dunkle Ledersessel und ließ mehrere Kessel aus Messing erstrahlen, die neben Kochtöpfen an der Wand hingen. In die Aromen von Hopfen und Malz mischten sich der Geruch von Tabak aus einer kleinen Raucherecke im vorderen Teil des Raumes sowie ein köstlicher Bratenduft. Viele Tische waren besetzt und die Gäste plauderten angeregt miteinander. Als man Bea bemerkte, wurde es aber mit einem Mal Mucksmäuschen still. Alle starbten sie mit großen Augen an. Davon unbeeindruckt nickte sie freundlich grüßend in die Runde, bahnte sich in den Weg zum Tresen und nahm auf einem Barhocker Platz. In dem Moment, in dem sie sich niederließ und damit den übrigen Gästen den Rücken zudrehte, setzte auch wieder die Geräuschkulisse ein. Hinter dem Tresen hatten ein Mann und eine Frau sie beim Hereinkommen beobachtet. Es handelte sich offenbar um Lutz und Bertha Schimmelpfernig, die Besitzer und Betreiber des Lokals, wie Bea in dem kleinen Schaukasten an der Tür gelesen hatte. Sie waren schätzungsweise Anfang 50 und auf den ersten Blick unscheinbare Menschen. Alles an ihnen wirkte durchschnittlich. Zwei Allerweltsgesichter, die man kurzzeitig wahrnahm und schnell wieder vergaß. Doch Bea, die ein gutes Gespür für Menschen besaß, meinte, noch etwas anderes zu entdecken. In den Augen der beiden da war sie sich sicher, als sie ihren Blick erwiderte, lag etwas Verschlagenes. Und noch etwas. Etwas wie Gier? Was darf's denn sein? fragte Lutz Schimmelpfernig in übertrieben freundlichem Ton. Das Lächeln, das er ihr schenkte, kam Bea unecht vor. Sie unterbrach ihre Überlegungen für einen Moment und bestellte ein großes Blondes. Als das bernsteinfarbene Gebräu mit einer dicken, weißen, wolkengleichen Schaumkrone vor ihr stand, sagte der Wirt, Sie sind das also. Es war eine Feststellung, keine Frage. Verzeihung? Na, die Frau, über die das ganze Dorf spricht. Sie sollen ja auf dem Friedhof eine Wahnsinns-Show abgezogen haben. Bea lächelte milde. Man tut, was man kann, erwiderte sie fröhlich. Mit einem Blick auf die Speisekarte fragte sie, was können Sie mir denn empfehlen? Wir haben einen Mittagstisch. Heute gibt's Rinderroulade, dazu Klöße und Rotkraut. Bea nickte zustimmend. Fein. Dann sind Sie eine Verwandte der Verstorbenen, fragte der Wirt. Ich weiß, Sie sind bestimmt die Tochter. Und bevor sie sich's versah, ergriff er ihre Hand und versicherte sie seines aufrichtigen und herzlichsten Beileids. Bea nahm ihm die Betroffenheit über Hatties Tod nicht ab. Nein, antwortete sie, ich bin eine gute Freundin der Verstorbenen. Ach so. Er kratzte sich irritiert am Bart und ließ ihre Hand los. Wir haben die alte Dame leider nie persönlich kennengelernt, sie hat ja sehr zurückgezogen gelebt, aber, wie man hört, soll sie ziemlich vermögend gewesen sein. Beim letzten Satz funkelte es in seinen Augen begehrlich. Bea schnaubte innerlich. Von wegen, alte Dame, wenn du wüsstest. Bertha Schimmelpfernig, die in der Küche verschwunden war, nachdem Bea ihre Bestellung aufgegeben hatte, kam zurück hinter den Tresen, in der Hand einen dampfenden Teller. Den stellte sie kommentarlos vor Bea ab, die sich am Besteck aus dem nahestehenden Körbchen angelte und mit gutem Appetit zu essen begann. Eine Weile aß sie schweigend, während der Wirt mit Inbrunst Biergläser polierte. Bea setzte eine traurige Miene auf, blickte ihn an und sagte, Ach, die gute, arme Henrietta. Wenigstens musste sie nicht lange leiben. Das musste sie doch nicht, oder? Gespannt beobachtete sie die Reaktion ihres Gegenübers. Nein, bestimmt nicht, da kann ich sie beruhigen. Also die Brunhilde, die Frau Meuselböck, die sie gefunden hat, meinte, dass sie ganz friedlich ausgesehen hat. Ach, Gott sei Dank, das tröstet mich. Ach, sagen Sie, die Frau Meuselböck, das ist doch die Frau von, ähm, äh, Zitat, als läge ihr den Namen auf der Zunge. Von Erwin, dem Metzger, ja, das ist richtig. Ach, genau, Erwin. Sie deutete auf die Reste auf ihrem Teller und zwinkerte Lutz Schimmelpfennig verschwörerisch zu. Hat ausgezeichnet geschmeckt. Vielen Dank. Bis zur Metzgerei waren es nur wenige Schritte. Das ist der Vorteil von einem Dorf, dachte Bär. Alles ist an einem Platz und man muss nie lange suchen. Frau Meuselböck, so erfuhr sie von der hübschen jungen Verkäuferin, sei gerade zwei Häuser weiter beim Friseur Borwin Wandeloh. Umso besser, dachte Bär, denn nach der Dorfschenke war der Friseursalon stets der zweite Anlaufpunkt, wenn es um die logistische Verbreitung von Klatsch und Tratsch jeder Art ging. Die Frau des Metzgers und Borwin Wandeloh waren gerade in ein Gespräch vertieft, als das helle Klingeln der Türglocke einen neuen Kunden ankündigte. In Frau Meuselböcks Haaren steckten riesige Lockenwickler aus rotem Plastik und ellenlange Streifen Alufolie. Das Brillenungetüm auf der schmalen Nase ließ ihre Augen unnatürlich groß erscheinen. Um den Hals, der zu dünn wirkte, um den gewaltigen Kopf zu tragen, war ein silberfarbener Frisierumhang gebunden. Sie sah in diesem Aufzug aus wie von einem anderen Stern. Der Friseur, der ebenfalls einem anderen Sonnensystem anzugehören schien, war rund und drall. Sein schwarzer, gezwirbelter Schnurrbart wogte im Takt seines Atems sanft auf und ab. Beide starrten Bea an, als befürchteten sie, sie könnte gleich wieder anfangen, Highway to Hell zu singen. Bea grüßte freundlich, ging einen Schritt auf das seltsame Paar zu und strahlte über das ganze Gesicht. Hallo, wir sind uns ja heute vormittags schon einmal begegnet. Ich wollte Sie mit der Musik nicht erschrecken, aber Henrietta hätte sich darüber sehr gefreut. Dann kannten Sie sie also gut, wollte der Friseur wissen. Wir haben uns als Kinder kennengelernt. Sie ist meine beste Freundin. Die Miene des Mannes änderte sich schlagartig. Ist das wahr? Oh, bitte verzeihen Sie meine Zurückhaltung. Es ist ein so tragischer Verlust. Ja, das ist es, bestätigte Frau Meuselböck, die sich ebenfalls zu entspannen schien. Wir haben Frau von Eichhorn wirklich gemocht und Borwin war einer ihrer glühendsten Verehrer. Bitte setzen Sie sich doch, beeilte sich Borwin Wandelow zu sagen und zog Bea einen Stuhl heran. Ich konnte erst gar nicht glauben, dass sie hier wohnte. Die Henrietta von Eichhorn, die Königin des Hochseils. Ach, so schön, so wagemutig, so unerreichbar. Der Zirkus ist meine Leidenschaft, wissen Sie? Seine Augen strahlten. Oh, Zirkusluft, oh, Zirkusluft, wie ich sie vermisse. Er stand auf, wieselte zum Tresen und kramte ein dickes Album hervor. Das reichte er Bea so vorsichtig, als handelte es sich um ein rohes Ei. Es war ein Album, das Henriettas Karriere am Trapez beinahe lückenlos dokumentierte und enthielt Fotografien, Autogramme, Eintrittskarten und Zeitungsartikel. Bea las einige Überschriften wie »Die Gunst des Maharajas« oder »Messerwerfer reich beschenkt«. Ah, die indischen Messer, »Stellen Sie sich vor, ich durfte Sie sogar einmal berühren«, erzählte der Friseur begeistert, der Bea über die Schulter gesehen hatte. Das muss ein unvergessliches Erlebnis gewesen sein. Doch wer außer Ihnen wusste eigentlich noch von den Messern? Das ganze Dorf, nehme ich mal an. Wann passiert hier schon mal so etwas Aufregendes, dass eine berühmte Zirkusschönheit bei uns ihre Zelte aufschlägt, meine ich?« Die Metzgersfrau nickte. »Ja, von den Messern wussten wir alle. Mein Mann hätte alles dafür getan, um nur mal einen Blick darauf zu erhaschen. Er hat einen kleinen Messertick, müssen Sie wissen«, fügte sie lachend hinzu. Mit einer raschen Bewegung klappte Bea das Album zu. »Man hat mir gesagt, dass es Herzversagen gewesen ist.« »Ja, Dr. Feigenbaum hat das festgestellt. Ich habe ihn gerufen.« Frau Meuselböck wirkte bei diesen Worten beinahe stolz. »Dann haben Sie sie gefunden?« Bea zog ein Taschentuch hervor und zupfte sich damit über die Augen. »Ach, Sie Arme, das muss wirklich schlimm für Sie sein.« Frau Meuselböck beugte sich zu ihr herüber und drückte ihr mitfühlend die Hand. »Wenn ich nur wüsste, wie alles passiert ist«, flüsterte Bea. Die Frau des Metzgers holte tief Luft und sagte, »Ich habe Frau von Eichhorn ihre Bestellung gebracht, eine Dose Leberwurst, Salami, Schinkenspeck, ein halbes Dutzend Eier, Tomaten und Teelsitter. Zwei- bis dreimal pro Woche habe ich ihr die Einkäufe geliefert.« »Dann haben Sie einen Schlüssel zum Haus?« »Nein, die Tür war ja tagsüber immer offen. Das ist so üblich bei uns im Ort. Wir verschließen unsere Türen nur in der Nacht.« Bea nickte. »Sie haben ihr also die Einkäufe gebracht.« »Ja, ich habe die Sachen in der Küche verstaut und mit ihr geredet, so wie immer. Aber sie hat mir nicht geantwortet, was ich merkwürdig fand. Dann bin ich ins Wohnzimmer gegangen und habe sie gerufen. Sie saß im Sessel und sah so friedlich aus. Ich habe wirklich gedacht, dass sie schläft. Erst als ich versucht habe, sie zu wecken, habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Dann habe ich sofort den Feigenbaum gerufen. »Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen? War etwas anders als sonst?« Die Metzgersfrau dachte angestrengt nach. »Nein, der Doktor klang wie immer. Allerdings hat es eine ganze Weile gedauert, bis er da war. Aber es gab ja auch genug zu tun. So konnte ich wenigstens noch einigermaßen Ordnung schaffen.« »Sie haben aufgeräumt?« Bea musste sich Mühe geben, dass ihre Stimme nicht überschlug vor Entsetzen. Brunhilde Meuselböck strich über den silbernen Frisierumhang und rückte die Brille gerade. »Na, wenn Sie wüssten, wie es da ausgesehen hat, dann hätten Sie auch aufgeräumt. So ein Durcheinander. Ich glaube, die gute Frau von Eichhorn hat vor ihrem Tod irgendetwas gesucht. Das ist ja nichts Ungewöhnliches, wenn man älter ist. Geht mir auch schon oft so.« »Digitoxin?« Dr. Feigenbaum blickte überrascht auf. »Sind Sie sicher?« Sie standen in einem Raum im rückwärtigen Teil der Apotheke, der offenbar als Büro genutzt wurde. Der Apotheker hatte sich über einen schmalen Schreibtisch gebeugt. Sein Gesicht hatte eine ungesunde Farbe. Es war fleischig und von zahlreichen tiefen Falten zerfurcht. »Ganz sicher?« erwiderte Bea. »Können Sie mir sagen, worum es sich bei dem Medikament handelt?« Karl Feigenbaum verschränkte die Arme vor der Brust. »Um ein Herzmittel. Es wird aus den Blättern des roten Fingerhutes gewonnen und unter anderem bei bestimmten Formen beschleunigter Herztätigkeit verabreicht, um die Schlagfrequenz zu senken. Es ist verschreibungspflichtig. »Haben Sie es, meine Freundin Henrietta von Eichhorn, verschrieben?« Der Apotheker überlegte einen Moment und antwortete dann entschieden, »Nein. Mir war auch nicht bekannt, dass sie dieses Mittel einnimmt.« Bea nestelte nachdenklich am Ärmel ihrer himbeerfarbenen Strickjacke. »Auch ich weiß von keiner Herzkrankheit meiner Freundin. Das ist wirklich merkwürdig. Haben Sie sie denn medizinisch betreut?« »Nein.« »Frau Meuselböck hat ihr immer die Einkäufe gebracht und auch das, was sie aus der Apotheke brauchte.« »Dann haben Sie sie nie in Ihrem Haus besucht? Nur einmal. Doch da konnte ich ihr leider nicht mehr helfen.« Bea nickte. »Bestehe.« »Wie lange war sie schon tot, als Sie eintrafen? Was meinen Sie?« Der Apotheker atmete schwer. Offenbar fand er wenig Gefallen an der Unterredung. »Da müsste ich in meinen Unterlagen nachsehen.« »Das wäre sehr nett von Ihnen.« Er musterte sie durchdringend. Seine wässrigen, blaugrauen Augen spiegelten Misstrauen wieder. »Warum wollen Sie das eigentlich alles wissen?« »Ich möchte einfach in Erfahrung bringen, wie und wann Henrietta gestorben ist. Wir standen uns sehr nah.« Karl Feigenbaum nickte etwas geistesabwesend. Dann schlurfte er zu einem schmalen Regal auf der anderen Seite des Raumes. Aus einem der Fächer zog er ein Schreibheft, in dem er lange blätterte. Er scharrte so angestrengt auf die Seiten, als könnte er seine eigene Handschrift kaum entziffern. Ohne aufzublicken, sagte er schließlich, »Der Tod muss so gegen sieben Uhr morgens an Frau Eichhorn's Tür geklopft haben.« Auf dem Rückweg dachte Bea angestrengt über das Gehörte nach. Ihr lief es noch immer kalt den Rücken hinunter bei dem Gedanken an das, was ihrer Freundin in diesem hübschen, beschaulichen Ort möglicherweise zugestoßen war. Sie wollte schleunigst nach Hause. Doch sie war noch nicht weit gekommen, da stellte sich ihr der Pfarrer in den Weg. »Theodor Klingbein, mein Name«, erklärte er ungefragt. »Sagt Ihnen eigentlich der Begriff Totenruhe etwas?« Seine Stimme hatte nun einen scharfen und bestimmenden Ton angenommen. Der Pfarrer wirkte mit einem Mal viel weniger freundlich als noch am Vormittag, als er Hettys Beerdigung abgehalten hatte. »Sie werden mich bestimmt gleich aufklären«, sagte Bea besonders liebenswürdig. »Indem man sich ruhig verhält, bezeugt man den Verstorbenen Respekt«, belehrte er sie. »Ihr Verhalten auf dem Friedhof war absolut unangemessen.« Bea zuckte mit den Schultern. »Wer sagt denn, dass die Toten Ruhe wollen? Vielleicht finden sie es viel schöner, wenn die Lebenden auf ihren Gräbern feiern.« »Das ist Blasphemie«, rief der Pfarrer und bekreuzigte sich. Bea lächelte. »Nein, ist es nicht. Blasphemisch finde ich aber ihre intolerante Sichtweise.« Klingbein errötete tief. »Wie können Sie es wagen, einen Diener Gottes zu diffamieren?« »Das war nicht meine Absicht, Herr Pfarrer, aber ich halte mit meiner Meinung auch nicht hinterm Berg. Der Punkt ist doch, dass Sie nicht in der Lage sind, auch nur einen Zentimeter über Ihren eigenen Teller ranzuschauen.« »Aber lassen Sie sich eines gesagt sein. Ich denke nicht daran, auf derlei alberne Empfindungen Rücksicht zu nehmen. Schon gar nicht, wenn es um einen Menschen geht, der mir so viel bedeutet wie meine Freundin Häti.« Im Gesicht des Pfarrers spiegelten sich nun Empörung und Wut. »Sie sollten besser aufpassen, was Sie sagen.« »Ach ja? Drohen Sie mir sonst mit Hexen, Hammer und Scheiterhaufen?« »Tja, tut mir leid, da kommen Sie ein paar Jahrhunderte zu spät. Was fällt Ihnen ein, Sie anmaßende Person? Gehen Sie dahin, wo Sie hergekommen sind, und das möglichst schnell. Jemanden wie Sie brauchen wir hier in Hummelstich nicht.« Bea kickte einen kleinen Stein beiseite. »Ich denke ja gar nicht daran, und einschüchtern lasse ich mich erst recht nicht.« Damit ließ sie den immer noch zornigen Pfarrer einfach stehen und ging davon. Kapitel 5 Nur fünf Minuten Die Hummelstichler Polizeidienststelle lag am Rande eines zerfurchten Rübenackers und sah alles andere als respekt einflößend aus. Zwar bestach die Umgebung durch landwirtschaftliches Idyll, was neben dem angepflanzten Wurzelgemüse aber vor allem an Trudi, der schielenden Kuh, lag, die auf einer der Nachbarwiesen regelmäßig weidete. Doch das half dem kleinen Gebäude wenig. Die in die Jahre gekommene hölzerne Baracke stand auch an diesem Mittwochmorgen einsam und traurig auf weiter Flur und wirkte so trostlos wie ein verwittertes Bushäuschen. Das Dach war von zahlreichen undichten Stellen übersät. Auf der Metalltür trieb der Rost sein Unwesen und hinter den trüben Fenstern zeichneten sich schmuddelige Häkelgardinen ab. In einer defekten Leuchtreklame über der Tür dämmerten die weißen Buchstaben Polizei auf dunkelblauem Grund. Merkwürdigerweise entsprach der Zustand der Polizeiwache auch der momentanen Gemütsverfassung des einzigen Polizisten im Dorf. Sven Grüneis war ebenso einsam und traurig wie sein Arbeitsplatz. Denn obwohl er über ein freundliches Wesen ein sympathisches Gesicht und einen muskulösen Körper verfügte, obwohl er ein tüchtiger und geschickter Mann war und mit gerade mal 30 Jahren noch nicht dem Verein der alten Krauter angehörte, war es ihm bisher nicht gelungen eine Frau zu finden. Dabei sehnte er sich sehr nach einer liebevollen Partnerin. Besonders im Winter konnten die Abende in Hummelstich lang und einsam sein. Sven Grüneis war es leid, alle Höhen und Tiefen seines beschaulichen Lebens allein durchzustehen. Er wünschte sich Liebe und Geborgenheit, einen Menschen, der zu ihm gehörte, einen Menschen, mit dem er träumen, lieben und lachen konnte. Und es ging ihm dabei nicht nur um die Zweisamkeit. Er brauchte darüber hinaus auch eine Frau, die anpacken konnte. Die Renovierung des alten Bauernhauses, die Pflege des Gartens, das Bestellen der Felder und die Betreuung der Tiere, all das war zu viel für ihn allein. Zum Glück hatte er noch ein Ass im Ärmel. Erst letzte Woche hatte er eine Kontaktanzeige in der Lokalzeitung aufgegeben. Dass er neben seiner Arbeit als Landwirt auch Polizist war, hatte er darin aber bewusst verschwiegen. Schließlich war er nur ein halber Polizist und eigentlich fühlte er sich nicht einmal als solcher. Das lag an der fehlenden praktischen Erfahrung. Denn meistens saß er in seiner bescheidenen Dienstbaracke nur die Zeit ab, trank Tee, las Wild-West-Romane und sehnte sich nach seinem Vieh. Er hatte sogar feste Sprechzeiten eingerichtet, doch außer ein paar alten Damen, die ihm ab und zu selbstgebackenen Streuselkuchen vorbeibrachten, kam niemand. So richtig ackern konnte Sven nur auf seinen Feldern. Und diese Arbeit als Landwirt liebte er. Sie erfüllte ihn und ging ihm gut und leicht von der Hand. Alles, was ihm fehlte, war ein Mensch, bevorzugt ein Weiblicher, mit dem er all das teilen konnte. Während Sven Grüneis über sein zukünftiges Glück nachdachte, füllte er mehrere Holzkisten mit frisch geerntetem Kopfsalat, Frühlingszwiebeln und Radieschen. Das Gemüse wuchs und gedieh bei ihm so prächtig, dass es eine wahre Wonne war. Tatsächlich war es sogar das Beste, was man weit und breit finden konnte, und das hatte sich im Dorf schnell herumgesprochen. Es gab kaum jemanden, der nicht bei ihm einkaufte, und sogar den Metzger Meuselböck und den Wirtsschimmelpfennig belieferte er regelmäßig. Als er die Kisten gerade auf den Hänger seines Traktors geladen hatte, bog eine auffällig bunt gekleidete Frau mit feuerroten Haaren um die Ecke und kam zielstrebig auf ihn zu. Sind Sie der Polizist, Sven Grüneis? Ich muss Sie dringend sprechen. Mit der Lässigkeit eines Werbespot-Cowboys winkte er ab. Der bin ich erst heute Nachmittag ab 15 Uhr wieder. Jetzt bin ich gerade der Landwirt, Sven Grüneis. Die Frau sah ihn verdutzt an. Das ist aber eine eigenartige Doppelrolle. Trotzdem, es ist wirklich sehr wichtig. Ja, das ist meine Arbeit auch. Ich muss meine Kunden beliefern, die warten schon auf mich. Aber verstehen Sie denn nicht, ich habe ein Verbrechen zu melden. Er gab sich keinerlei Mühe, seinen Unmut zu verbergen. Na gut, aber nur fünf Minuten. Bea runzelte die Stirn. Ach, du grüne Neune, dachte sie, das war ja ein seltsamer Vogel. Mein Name ist Bea von Marstein, sagte sie und kam dann gleich zum Punkt. Ich glaube, dass meine Freundin Henrietta von Eichhorn ermordet worden ist. Er sah sie einen Augenblick verwundert an. Ermordet? Wie kommen Sie denn darauf? fragte er dann. Bea beschloss, ihr sonderbares Bauchgefühl nicht als Grund anzugeben. Der junge Polizist, der ihr in Latzhose und kariertem Hemd gegenüber stand, wirkte schon skeptisch genug. Eine Reihe von Indizien, antwortete sie stattdessen. Ihre Wohnung ist durchwühlt worden, ein kostbares Messerset, das ihr gehörte, ist verschwunden und im Kamin habe ich die Verpackungsreste eines Herzmedikaments gefunden, dabei ist sie nie herzkrank gewesen. Sven Grüneis schüttelte lächelnd den Kopf und schwang sich auf den abgenutzten Sitz seines Traktors. Mord in Hummelstich, das ist völlig absurd. Wir sind eine friedliebende Gemeinschaft, ein Ort voller zufriedener, glücklicher Menschen, außerdem haben wir für kriminelle Machenschaften gar keine Zeit. So langsam verlor Bea die Geduld. Was reden sie denn da? Sie müssen der Sache nachgehen, forderte sie energisch und hätte dabei fast mit dem Fuß auf den Boden gestampft. Der junge Mann ließ sich aber auch davon nicht beeindrucken. Jetzt muss ich zuerst einmal diese Waren zum goldenen Lamm bringen, der Wirt wartet wie gesagt schon darauf. Kommen Sie doch heute Nachmittag noch einmal zu mir in die Dienststelle, da können wir gern noch mal in Ruhe über alles reden. Vergessen Sie es, so leicht lasse ich mich nicht abwimmeln. Flink wie ein Wiesel sprang Bea auf den Anhänger und ließ sich neben den auf blitzblanken Straßen an malerischen Bauernhäusern weitläufigen Koppeln und riesigen Scheunen vorbei, passierten Felder, aus denen das erste Grün winziger Rübenpflanzen spitzte, mächtige Laubbäume und Blumen bewachsene Wiesen, auf denen sich vereinzelt schon Bienen, Hummeln und Schmetterlinge tummelten. Bea sah zwei schokoladenbraune Hasen durch das noch taubenetzte Grashoppeln. Hier und da regelten sich schläfrige Katzen in den wärmenden Strahlen Nur Hummelstichlern begegneten sie nicht, was Bea äußerst gespenstisch vorkam. Nicht einer einzigen menschlichen Seele. Das ganze Dorf war wie ausgestorben. Mühsam und mit dem Tempo einer altersschwachen Schnecke, so kam es Bea zumindest vor, kroch der Traktor vorwärts. Dabei machte er einen ohrenbetäubenden Lärm. Er schnaufte und rasselte wie ein Marathonläufer mit Asthma. Nach einer gefühlten Ewigkeit hielt das Gefährt keuchend an. Sven Grüneis sprang vom Fahrersitz und streckte Bea die Hand entgegen, um ihr von der Ladefläche zu helfen. Dann nahm er die obersten zwei Holzkisten vom Anhänger und ging auf die Tür des Gasthauses zum goldenen Lamm zu. Bea schnappte sich ebenfalls eine Kiste und folgte ihm. Der Schankraum des Wirtshauses lag, da er von keiner künstlichen Lichtquelle beleuchtet wurde, im Halbdunkel. Sie stellten die Kisten auf einem der Tische ab und sahen sich um. Bea staunte besonders über die Größe des Raumes, die sich ihr am Vortag als alles voller Gäste und fast kein Stuhl unbesetzt gewesen war, gar nicht so gezeigt hatte. »Hallo? Jemand da?« rief Sven Grüneis in Richtung der Theke, hinter der ein schwacher Lichtschein aus einer halb geöffneten Tür fiel. Doch niemand antwortete. Es war still, totenstill, und ein süßlich-metallischer Geruch hing in der Luft. Bea wie sich ihr die Nackenhaare aufstellten. »Bestimmt sind sie in der Küche«, sagte Sven Grüneis und deutete auf den Lichtschein. Sie gingen darauf zu und der Polizist öffnete die Tür. Im ersten Moment dachte Bea, dass jemand Tomatensuppe verschüttet hätte, ziemlich viel Tomatensuppe. Nicht nur der Boden, auch die Wände und der größte Teil der Arbeitsflächen waren voll davon. Dann, als sie sich weiter in den Raum hineinwagten, dämmerte ihr langsam, dass die rote Flüssigkeit zwar biologischen, aber keineswegs pflanzlichen Ursprungs war. Inmitten einer größeren Pfütze lag Bertha Schimmelpfennig auf dem Boden, Arme und Beine weit von sich gestrickt. Auch ihr Mann Lutz bot keinen besonders schönen Anblick. Sein Körper saß traurig auf einem wackelig wirkenden Holzschemel in der Ecke. Aus dem besudelten Hemdkragen ragte nicht mehr als ein blutiger Stumpf. Knapp drei Meter weiter thronte auf einem Berg zarter Spitzkohlblätter der abgehackte Kopf des Mannes. Auf dem fahlen Gesicht lag ein zutiefst deprimierter Ausdruck. Sven Grüneis, dessen Haut die Farbe einer unreifen Banane angenommen hatte, presste eine Hand vor den Mund und stürmte wie von der Tarantel gestochen nach draußen. Bea brauchte einen Moment, um sich aus ihrer Erstarrung zu lösen. Als sie spürte, dass ihr die Beine wieder gehorchten, ging sie aus der Küche in den Gastraum, trat hinter die Theke und nahm einen kräftigen Schluck aus einer halbvollen Tequila-Flasche, die sie zwischen den Spirituosen fand. Wenig später kramte sie aus ihrer Handtasche ein paar roter Ziegen Lederhandschuhe, streifte sie sich über und marschierte zurück in die Küche. Sorgfältig darauf bedacht, nicht mit dem Blut in Berührung zu kommen, kniete sie sich neben die tote Frau und betrachtete das, was augenscheinlich die Mordwaffe war. Es war eine Axt, wie man sie zum Holzhacken verwendete, mit einem leicht gebogenen, hölzernen Stiel. Die schwarzglänzende Klinge war blutverschmiert. Einem Instinkt folgend zog Bea einen Handschuh aus und betastete den linken unversehrten Handrücken des Opfers. Er war noch warm. Dann griff sie in ihre Jackentasche, holte das Smartphone hervor und fotografierte das morbide Schlachtfeld, das die Wirtsleute nunmehr boten. Jedes noch so winzige Detail hielt sie im Bild fest. Anschließend zog sie den Handschuh wieder an und stellte fest, dass der Körper des Mannes bis auf die Tatsache, dass ihm der Kopf abgehackt worden war, keine größeren Verletzungen aufwies. Daraus schlussfolgerte sie, dass es Lutz Schimmelpfennig völlig unvorbereitet getroffen hatte. Vermutlich war er hinterrücks attackiert worden. Draußen vor der Tür hockte Sven Grüneis neben seinem Traktor und kotzte sich die Seele aus dem Leib. Bea betrachtete ihn mitleidig. Dann nahm sie ihr Handy und wählte die 110. Kapitel 6 Wie ein Sechser im Lotto Für Kurt Pfeiffer, den Kommissar der Bad Frankenberger Mordkommission, war der Fall noch vor dem Abendessen klar. Seine tägliche Portion Lolo Rosso mit Leinsamen, Schrot und Sojaquark verspeiste er in dem guten Gefühl, den Täter bereits dingfest gemacht zu haben. Schon beim Eintreffen am Tatort hatte er gewusst, wie der Hase läuft. Es war unübersehbar. Selbst ein Blinder mit Krügstock hätte bemerkt, dass hier ein Metzger am Werk gewesen war. Und das meinte Kurt Pfeiffer keineswegs metaphorisch, sondern im wahrsten Sinne des Wortes. Denn im tiefsten Inneren seines cholesterinarmen Herzens war er der Überzeugung, dass alle Metzger Mörder waren. Die Geschichte des Verbrechens gab ihm recht. Wenn er in seiner Freizeit in alten verstaubten Akten blätterte, fand er immer wieder die Bestätigung. Er konnte auf Anhieb ein Dutzend Metzger aufzählen, die es mit ihrem abscheulichen Hobby in die Schlagzeilen geschafft hatten. Allein in Deutschland wohlgemerkt. Wie es im Rest der Welt aussah, daran wollte er gar nicht denken. Metzger sind Mörder, krummelte er vor sich hin. So war es schon immer. Und Pech für Erwin Meuselböck, dass er der Metzger war, noch dazu der Einzige weit und breit. Das ließ sich nicht leugnen. Doch hier hörte sein Pech noch lange nicht auf, denn es war tatsächlich seine Axt, die die Schimmelpfennig niedergestreckt hatte, und zu allem Unglück befanden sich auch noch seine Fingerabdrücke auf dem hölzernen Griff. Den Kommissar überraschte das nicht. Blutrausch diagnostizierte er das Motiv und wünschte sich insgeheim, er wäre Psychiater geworden, dann wäre ihm der Anblick von Leichen womöglich erspart geblieben. Manchmal war ihm sein Job wirklich zu viel. Trotz alledem konnte er mit seiner Arbeit sehr zufrieden sein. Er hatte es wieder einmal geschafft. Dank ihm lief nun ein Mördermetzger weniger draußen herum. Da durfte man sich ruhig mal selbst auf die Schulter klopfen, zumal er den Fall in absoluter Rekordzeit aufgeklärt hatte. Der Kommissar und sein Gefolge waren im Dorf nicht lange unbemerkt geblieben. Neugierig wie eine scharknopfäugiger Erdmännchen kamen die Bewohner herbeigeeilt und im Nullkommanichts hatte sich das scheinbar menschenleere Dorf in einen Ort verwandelt, der gerade ein rauschendes Volksfest zu begehen gedachte. Schnell waren die ersten Buden da, einfache mit bunten Wachstüchern bedeckte Tische, auf denen selbstgebackener Kuchen- und Apfelmost angeboten wurden. Kaffee und Mandelduft kitzelte die Nasen und mitten im Getümmel verkauften zwei 13-jährige Rotzbengel lose. Überall wurde gelacht, die Menschen waren ausgelassen und fröhlich, von irgendwoher kam Musik. Einige der Hummelstichler plapperten und schwatzten aufgeregt durcheinander, andere standen bloß staunend da. Niemand wollte verpassen, was da vor sich ging. Es wäre auch wirklich unverzeihlich gewesen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass in ihrem kleinen Dorf etwas Unvorhergesehenes passierte, war in etwa genauso groß, wie die, von einem Kometen erschlagen zu werden. Von diesem Tag, was immer er noch bringen mochte, würde man sich noch lange erzählen. Darüber waren sich alle einig. Denn Absperrband und Leute in weißen Overalls kannte man hier nur aus dem Fernsehen. In den amerikanischen Serien, die zur besten Sendezeit liefen, war es ganz genauso. Auch da heißt einen wortkargen Kommissar mit grauen Schläfen, der wie ein geübter Marionettenspieler die unsichtbaren Fäden der Ermittlung in der Hand hielt. Tatsächlich dachten viele, dass das Fernsehen zu Besuch wäre. Hummelstich goes to Hollywood. Während der Traum von einem amerikanischen Produzenten entdeckt und ein internationaler Leinwandstar zu werden, wie eine abgestandene Dummwolke in der Luft hing, hatten die zwei ortsansässigen Bestatterfamilien Lage bereits erfasst. Als Leichengräber roch man den Tod schon zehn Meter gegen den Wind und als selbstständige Unternehmer kämpften die beiden konkurrierenden Unternehmen um jeden neuen Kunden. Schon seit über drei Jahrzehnten betrieben die Gebrüder Fritz und Ferdinand Ruhe ihr Haus der Pietät. Das ungleiche Paar gehörte zu den unheimlichsten Erscheinungen im Dorf. Dies lag zum einen daran, dass man nicht sehr viel über die Brüder wusste. Da sie sehr zurückgezogen lebten und sich nicht am allgemeinen Dorfleben beteiligten, galten sie als Außenseiter. Man wusste lediglich, dass sie ein großes altes Haus bewohnten, das so gruselig war wie die Männer selbst, und dass sie die Verstorbenen stets in einem grünen Oldtimer abtransportierten, der angeblich ein Erbstück eines Onkels aus Amerika gewesen war. Ein anderer Grund, weshalb sich die Leute vor ihnen fürchteten, war die äußere Erscheinung der zwei Brüder. Der 55-jährige Ferdinand fiel besonders durch seine extrem blasse Haut auf. Er mied das Sonnenlicht, wo er nur konnte, war von großer, hagerer Statur und stets vornehm gekleidet. Sein 15-Jahre jüngerer Bruder Fritz, der heute aber nicht mitgekommen war, wirkte dagegen plump und bucklig und war als recht einfältiger, jedoch gutmütiger Raufbold bekannt. Eine Hasenscharte und mehrere hässliche Pockennarben verunstalteten sein rundes Gesicht. So war es nicht weiter verwunderlich, dass die Dorfbewohner den beiden ungleichen Leichenschauffeuren die Spitznamen Graf Dracula und der Glöckner gegeben hatten und ihnen jedes Mal ein Schauer den Rücken herunterrieselte, wenn sie sich hinter vorgehaltener Hand zuflüsterten. Die zweite Familie, die sich im letzten allerirdischen Gewerbe betätigte, hieß Erdmann und war so beliebt wie eine Gesäßwarze. Otto und Heidi Erdmann waren seit 25 Jahren verheiratet, streitsüchtig und cholerisch veranlagt und mit einer unnatürlich braunen Lederhaut sowie zwei missratenen Töchtern im Teenager-Alter gestraft. Es gab wirklich niemanden, der sie mochte. Doch das kümmerte die Erdmanns wenig. Im Gegenteil, sie schienen die ablehnende Haltung sogar zu genießen. Die Kasse klingelte sowieso, denn der Tod war immer ein einträgliches Geschäft. Sympathie und Beliebtheit spielten da keine große Rolle. Obwohl in Hummelstich viel gestorben wurde, gehörte der Konkurrenzkampf zum Alltag der beiden Familien. Bei den ständigen Versuchen, sich gegenseitig zu übertrumpfen, kamen die aberwitzigsten Ideen heraus. Der eine warb mit Vorteilswochen, der andere mit Tiefpreisgarantie und während die beiden Brüder »Bei uns ruhen Sie sanfter« auf ihre Reklametafel schrieben, versprachen die Erdmanns jedem Neukunden ein Sargkissen gratis. »Aus dem Weg«, krakeelte Heidi Erdmann mit ihrer höchst unverwechselbaren Stimme, die einem das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sie klang, als kratzten lange ungepflegte Fingernägel über eine Schultafel. »Wir waren zuerst da«, sie überreichte einem uniformierten Beamten, der als Aufpasser direkt hinter dem rot-weißen Absperrband positioniert war, eine Visitenkarte. »Schön für Sie, herzlichen Glückwunsch«, erwiderte Ferdinand ruhekühl und steckte dem verdutzten Polizisten ebenfalls seine Karte zu. Heidi Erdmann drängte sich dazwischen. »Wer zuerst kommt, mal zuerst. Sie wissen doch, wie das läuft.« »Ich fürchte, sie haben wieder einmal zu lange im Solarium gesessen und ihre letzten Hirnzellen sind nun leider auch dahin. In diesem Fall entscheidet das die Polizei.« Jetzt schaltete sich Otto Erdmann ein. »Wir lassen uns doch nicht von Ihnen provozieren. Außerdem sitzt man im Solarium, nicht man liegt. Aber woher soll so ein spießiger Blutsauger wie Sie das auch wissen?« Ferdinand Ruhe machte eine wegwerfende Geste. »Ach, kommen Sie, das ist doch nun wirklich eine Nummer zu groß für Sie.« Er versuchte, die Absperrung zu passieren, doch Otto Erdmann hielt ihn am Jackenkragen fest. »Denken Sie ernsthaft, dass die Polizei mit einer fahlgesichtigen Lachnummer wie Ihnen zusammenarbeiten will?« Er lachte spöttisch. Ferdinand Ruhe riss sich ärgerlich los. »Besser eine fahlgesichtige Lachnummer als ein hirnamputiertes Brathähnchen, denn im Gegensatz zu Ihnen habe ich ein Gewissen.« schnauzte Heidi Erdmann. »Ihr Gutmenschentum können Sie sich sonst wo hinstecken, wenn einer sagt, dass es ihm nicht um die Kohle geht, dann lügt er, Sie käsiger Moralapostel!« »Bitte beruhigen Sie sich«, mischte sich der Polizist ein. Das hätte er besser nicht tun sollen, denn nun zog er die giftigen Blicke auf sich. »Wir sind ruhig«, zischten Herr und Frau Erdmann einstimmig. »Genau«, bestätigte Ferdinand Ruhe. Es war das erste Mal, dass sich die beiden Bestatterfamilien einig waren, doch damit war der schon wieder genug Ehre erwiesen. Gemäß dem Sprichwort »Wenn zwei sich streiten, freut sich der dritte«, fuhr wenig später ein weiterer Leichenwagen vor, den die Polizei aus Bad Frankenberg angefordert hatte. Die Streithälse bedachten die unbekannten Männer in den schwarzen Anzügen mit herabwürdigenden Blicken. Als sie merkten, dass hier nichts mehr zu holen war, zogen sie enttäuscht von dannen. Die Volksfeststimmung verflog so schnell, wie sie aufgekommen war. Das fröhliche Gelächter und das sorgenfreie Geschwätz verstummten und kalte Ernüchterung machte sich breit. Da sich die Totengräber nicht länger um die Beute stritten, fiel schließlich auch dem letzten Hummelstichler auf, dass hier etwas ganz und gar nicht stimmte. Es stank gewaltig gen Himmel. Und dennoch hatten die Aasgeier bereits das Weite gesucht. Merkwürdig. Kapitel 7 Ein Buch mit sieben Siegeln Der große Saal im Gemeindehaus, der den Charme eines osteuropäischen Mausoleums versprühte, platzte am frühen Nachmittag aus allen Nähten. Eine Sondersitzung war einberufen worden. Kleine und große, dicke und dünne Menschen standen so dicht aneinander gedrängt, dass nicht mal mehr eine Stecknadel hätte zu Boden fallen können. Die Dorfbewohner waren in Aufruhr. Alle waren zutiefst entsetzt über die Ereignisse und diese Empörung entlud sich nun wie ein Gewitter über der Hummelstichler Gemeinschaft. Alle redeten wild durcheinander. Es wurde debattiert, gestikuliert, gezetert und gestritten. Die Geräuschkulisse war ohrenbetäubend. Noch nie war solch ein verheerendes Unglück über das kleine, beschauliche Dorf hereingebrochen. Eine Katastrophe, die ihnen mit einem Mal und völlig unvorbereitet die Grundversorgung geraubt hatte. Wirtsleute tot, Wirtshaus zu, Metzger verhaftet, Metzgerei zu, kein Bier, kein Fleisch. Von einem Moment auf den nächsten. Wie sollten sie das bloß überstehen? Abgesehen davon glaubte auch niemand, dass Erwin Meuselböck die Wirtsleute ermordet hatte. Er galt als ehrliche Haut und war bei allen beliebt. Noch nie hatte ihn jemand aufbrausend oder gar gewalttätig erlebt. Man kannte ihn als sanften und zurückhaltenden Menschen, der ganz in sich ruhte und keiner Fliege etwas zu Leide tun konnte. Es musste sich um reine Schikane handeln. Ein Fall von Polizei Willkür und wenn es das nicht war, dann zumindest ein Justizirrtum. Ja, anders konnte es nicht sein, sagten die Leute. Ganz Hummelstich war Opfer eines schrecklichen Fehlurteils geworden. Vergeblich versuchte der Ortsvorsteher Carsten Hulalka, die aufgebrachte Menge zu beruhigen. Seine weiche, kraftlose Stimme verhalte ungehört im Getümmel. Weitaus größere Erfolge erzielte dagegen der Pfarrer. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln, rief er seinen Schäfchen salbungsvoll entgegen und riss dabei die Hände gen Himmel. Hier und da richteten sich große unschuldige Augen auf ihn, doch die meisten Leute ignorierten ihn. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Theodor Klingbeins frömmelnde Stimme wurde noch lauter. Er erquicket meine Seele und führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen, salbaderte er und zeichnete bei seiner Wanderung durch den Saal unsichtbare Kreuze in die Luft, wodurch er mehr im finsteren Tal fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Die Wölfe im Schafspelz, von denen es im Saal einige gab, rollten mit den Augen. Die ganz Dreisten kicherten sogar. Der Monolog des Pfarrers war jedoch noch nicht zu Ende, wie sich zeigen sollte. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde, du salbest mein Haupt mit Öl und schenk es mir voll ein. Die Menge verstummte allmählich. Schließlich hörte man nur noch ein vereinzeltes Seufzen und das leise Schluchzen der Metzgers Gattin Brunhilde Meuselböck, die von Borwin Wandel und Frieda Feigenbaum der Frau des Apothekers gestützt und getröstet wurde. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Nach einer kurzen Pause schloss der Pfarrer mit einem lang gezogenen Amen. Amen, kam es vielstimmig zurück. In diesem Moment betrat Bea von Marstein den überfüllten Raum. Wie die Läufe von Maschinenpistolen richteten sich die Blicke der Dorfbewohner auf sie. Noch bevor sie ein Wort sagen konnte, wurde sie von der Welle des Argwohns überrollt. Was macht die denn schon wieder hier? rief eine dunkelhaarige Frau und warf Bea böse Blicke zu. Wo die aufzaucht gibt's nur Ärger, bestätigte ein altes Männlein mit spindeldürren Armen. Mehrere Menschen stimmten ihm zu. Alles war gut, bis sie hierher kam. Seit sie da ist, ist alles anders. Sie hat das Unglück in unser Dorf gebracht. Sie ist eine Hexe. Bea blieb beinahe die Spucke weg. Dieses Dorf war ihr ein Rätsel. Sollten die letzten 500 Jahre tatsächlich unbemerkt an diesem Örtchen vorbeigezogen sein? Seid nicht albern, Leute, verschaffte sich Carsten Hulalka endlich Gehör. Es bringt doch nichts, einen Unbeteiligten dafür verantwortlich zu machen. Wir sollten lieber darüber beratschlagen, wie es jetzt weitergeht. Ein Mann mit dichtem schwarzem Oberlippenbart und verschwitztem Polyesterhemd gesellte sich zu dem Ortsvorsteher. Hulalka hat recht, am Sonntag findet unser Mops Rennen statt, bis dahin müssen wir jemanden finden, der uns mit Fleisch beliefert und einen Bierwagen brauchen wir auch. Irgendjemand muss für die Schimmelpfennigs einspringen und den Ausschank übernehmen. Bea konnte sich das nicht länger anhören. Ihr platzte der Kragen. Drei Menschen sind kaltblütig ermordet worden und alles, worüber ihr euch Sorgen macht, ist, ob eure Versorgung mit Fleisch und Bier sichergestellt ist. Wieder richteten sich alle Augen auf sie. Wieso drei? Ist da noch jemand ermordet worden? fragte der Ortsvorsteher kleinlaut. Bias Kopf war rot wie immer, wenn sie sich so ärgerte. Ja, es ist noch jemand ermordet worden, meine natürlichen Todes gestorben ist und ich werde nicht eher ruhen, bis ich den Verantwortlichen gefunden habe. Die Kampfansage kam an. Empörtes Gemurmel durchdrang den Raum. Sie glauben doch nicht etwa, dass einer von uns? Karsten Hullalker beendete den Satz nicht. Bia beschloss, die Karten auf den Tisch zu legen. Doch, sagte sie entschlossen, ich Kapitel 8 Bea macht's Das dunkelblaue Polizeisiegel zu durchtrennen war ein Kinderspiel. Man musste nur einmal schnell das Taschenmesser durchziehen und fertig. Eine wesentlich größere Herausforderung dagegen war die Sache mit dem Dietrich. Sven Grüneis zitterte. Das war sein erster Einbruch und er hatte das Gefühl, dass er sich ziemlich ungeschickt anstellte. Im Fernsehen sah das immer viel einfacher aus. Zwar tat er sein Bestes, doch so sehr er auch im Türschloss herumstocherte, es rührte sich nichts. Lassen Sie mich mal. Die Frau rempelte ihn an und angelte sich den Dietrich aus seiner verschwitzten Hand. Sven Grüneis trat beiseite. Sie schob das Werkzeug sachte ins Schlüsselloch und nach wenigen Sekunden sprang die Tür auf. Keine Frage, sie machte das nicht zum ersten Mal. Noch schwieriger als die Sache mit dem Dietrich war für Sven Grüneis noch einmal den Tatort zu betreten. Allein den Fuß über die Tür zu setzen und in den Schankraum des goldenen Lamms hinein zu gehen, kostete ihn seine ganze Überwindung. Als er durch den Raum auf die Küche zuging, um der Frau, die wie ein Spürhund vorausgeprescht war, zu folgen, brach ihm am ganzen Körper der Angst Schweiß aus. Er wusste wirklich nicht, was ihn geritten hatte, dies hier zu tun, mit dieser Frau hierher zu kommen und das Gesetz zu brechen. Doch auf irgendeine Weise schien sie ihm sonderbar vertraut, als machten sie schon seit einer halben Ewigkeit gemeinsame Sache. Ja, es kam ihm so vor, als würden sie sich in und auswendig kennen, zwei, die zueinander gehörten und durch dick und dünn gingen, wie ein paar Wanderstiefel aus robustem, matschbraunem Schweinsleder. Vielleicht lag es ja an den ungewöhnlichen Umständen ihrer ersten Begegnung. Man findet schließlich nicht jeden Tag zwei Leichen. So etwas schweißt eben zusammen, auch wenn er im Gegensatz zu ihr keine besonders gute Figur dabei gemacht hatte. Doch wer sollte ihm das verdenken? Er hatte vorher noch Tiere und verkümmerte Pflanzen aus, aber der brutale Mord am Homo Sapiens war dann doch etwas anderes. Es hatte ihn völlig aus der Bahn geworfen. Seine Schwäche hatte sie keineswegs ausgenutzt, im Gegenteil. Sie hatte seinen Kollegen bei der Kriminalpolizei gerufen und als der ganze Zirkus vorbeigewesen war, seine Hand genommen und das Häufchen Elend, das von ihm übrig geblieben war nach Hause gebracht. Er bewunderte sie, ihre schillernde und exzentrische Persönlichkeit, ihre unkonventionelle, manchmal vorlaute Art, ihre Geradlinigkeit. Sie war so unerschrocken und energisch wie eine wilde Büffelherde, so voller Leben. Bea von Marstein, was für ein Name, was für eine bemerkenswerte Frau. Schnell und zielsicher wie eine Fernlenkrakete steuerte Bea Hundeltreppe zu, die in die obere Etage und in den Wohnbereich der ermordeten Wirtsleute führte. Der junge Dorfpolizist, der große Mühe hatte, Schritt zu halten, hastete hinter ihr her. Wonach suchen wir eigentlich? fragte er außer Atem. Die Spurensicherung hat schon alles unter die Lupe genommen. Sie warf ihm einen spöttischen Blick zu, als hätte er etwas Dummes gesagt. Der Getadelte reagierte sofort. Oh, Sie meinen, die waren nicht gründlich? Daran habe ich tatsächlich so meine Zweifel. Bea, die wieder ihre roten Ziegenlederhandschuhe angezogen hatte, schritt die gesamte Wohnung ab. Sie betrachtete jeden Raum und jeden Winkel so sorgfältig, als wollte sie sich jedes noch so kleine Detail einprägen. Kein Schrank und keine Schubleide waren vor ihr sicher. Neugierig durchstöberte sie Kommoden und Regale, späte unter Sofas und Betten und wühlte sich durch Kontoauszüge, verstaubte Fotoalben und alte Geschäftsakten. Die erste Zwischenbilanz ihrer Suche verwunderte sie kaum, denn, wie sie vermutet hatte, waren die ermordeten Wirtsleute steinreich gewesen. Nur zu gut erinnerte sie sich an die einzige Begegnung mit den Schimmelpfernigs. Die Verschlagenheit und Gier war ihnen förmlich aus den Augen gesprungen. Tatsächlich hatten sie ein riesiges Vermögen angehäuft und ihrem Namen dabei alle Ehre gemacht, denn trotz des Reichtums hatten sie äußerst sparsam gelebt. Vielmehr noch als das materielle Vermögen der Ermordeten erregte jedoch ein schmales Notizbüchlein Beers Interesse. Versehen mit einem unscheinbaren grauen Einband war es in einer Schreibtischschublade verstaut gewesen und enthielt lediglich handschriftlich vermerkte Buchstaben und Zahlen. Da stand zum Beispiel 1510 CF 5000 oder 0902 FR 1200. Es waren immer vier Ziffern gefolgt von zwei Buchstaben, denen sich weitere drei bis fünf Zahlen anschlossen. Sie blätterte durch die Seiten. Beinahe zwei Drittel des Büchleins waren beschrieben. Dann bei näherer Betrachtung bemerkte sie, dass eine der zuletzt beschriebenen Seiten fehlte. Sie war gewaltsam und unsauber herausgerissen worden. Was halten Sie davon? fragte Bea dem Polizisten und hielt ihm das Buch unter die Nase. Könnte sowas wie ein Geheimcode sein? überlegte er. Dann zuckte er plötzlich unter der Erschütterung des eigenen Gedankens zusammen. Vielleicht handelt es sich bei den ersten gar nicht schlecht, lobte Bea. Ja, das könnte tatsächlich das jeweilige Datum sein. Und die Buchstaben sind Initialen, rief Sven grüne eisstolz. Die Freude über seine plötzliche Erleuchtung hielt jedoch nicht lange an. Schon wurde es in seinem Gesicht wieder zappenduster. Aber was bedeuten die restlichen Zahlen? Als Bea nicht antwortete, wiederholte er die Frage. Haben Sie dazu eine Idee? Die hatte sie. Mehr als das. Sie war sich absolut sicher, was die Vermerke zu bedeuten hatten. Es sind Summen, Geldbeträge. Sven grüneis überlegte. Man konnte förmlich sehen, wie es in seinem Gehirn raterte. Aber das hieße ja, das... Er stockte und hielt den Atem an, so, als fürchtete er sich davor, den Gedanken zu vollenden. Sagen Sie es ruhig, ermutigte Bea ihn. Doch er gab keinen Pieps mehr von sich. Also holte sie selbst Tiefluft. Es heißt, dass Lutz und Bertha Schimmelpfennig hundsgemeine Erpresser waren. Ja, das heißt es wohl. Die Augen des jungen Mannes wurden groß. Für eine Weile starbte er aus dem Fenster. Dann sagte er tonlos, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Bea Er blickte sich so unsicher um, als könnte gleich eine bis an die Zähne bewaffnete Horde bärtiger Räuber aus dem Wandschrank springen. Verwirrt hob er die Schultern. Aber sie waren immer nett, haben mir oft nach Feierabend ein Bier spendiert. Das macht sie natürlich zu heiligen, spottete Bea gutmütig und zwinkerte ihm zu. Mal im Ernst, so vollkommen uneigennützig werden sie die Spendierhose nicht angehabt haben. Wie meinen sie das? Man sitzt beisammen, nach einem anstrengenden Tag, trinkt ein Bier und unterhält sich. Die normalste Sache der Welt. Natürlich redet man da auch über seine Mitmenschen, über die kleinen Fehler und Sünden, die menschlichen Laster. Ich bin doch kein Klatschmaul, rief Sven grüneis und klang ehrlich empört. Nein, da haben sie karg als gesprächig. Es wird nicht einfach gewesen sein, ihnen Informationen zu entlocken. Ja, jetzt, wo sie es sagen, der Lutz hat sich schon sehr für meine Arbeit als Polizist interessiert. Er wollte ein Buch schreiben oder sowas. Ein Buch? Aha, dafür brauchte er doch sicher Fakten, Insiderwissen und Erfahrungen aus erster Hand. Sven Grüneis errötete tief. Es war ein unangenehmer Moment. Die peinliche Stille breitete sich wie ein eiskalter Bergsee zwischen ihnen aus. Bea, die Mitleid mit dem jungen Mann hatte, baute schnell eine Brücke. Haben Sie hier vielleicht einen Papierkorb gesehen? Er nickte und war sichtlich froh über den Themenwechsel. Ja, doch drüben, gleich neben der Tür. Sie griff nach dem hellgrauen bis an den Rand gefüllten Plastikeimer und leerte ihn mit einem entschlossenen Schwung über dem anthrazitfarbenen Flusenteppich aus. Auf den Knien hockend begutachteten sie den verstreuten Inhalt. Das meiste war belangloser Abfall. Doch zwischen Einkaufslisten, diversen unbeschriebenen Papieren und alten Kalenderblättern fanden sie auch eine Zeitschrift. Es war die Mai-Ausgabe des Boulevardmagazins Paparazzi. Als Bea das Heft aufschlug, machten sie eine weitere Entdeckung. Auf verschiedenen Seiten waren einzelne Buchstaben herausgeschnitten worden. Sven Grüneis sprang auf. Sein junges Gesicht war ärgerlich verzogen. Wie konnte ich nur so blind sein? Die haben mich eiskalt manipuliert und dann das halbe Dorf abgezockt, wenn nicht sogar das Ganze. Selbst Vorwürfe nützen uns jetzt nichts, versuchte Bea gläubig. Ach, was ist das nur für eine Welt, in der man niemandem mehr vertrauen kann. Bea stand nun ebenfalls auf. Vertrauen Sie sich selbst. Sie steckte die Beweise in ihre Tasche und zwinkerte dem niedergeschlagenen Polizisten schelmisch zu. Dann kramte sie in ihrer Handtasche eine Schachtel mit chinesischen Glückskeksen hervor und streckte sie ihm entgegen. Nehmen Sie nur zögerlich und weil er sie nicht vor den Kopf stoßen wollte, griff er in die Schachtel. Er glaubte nicht an solchen Humbug. Wozu sollte das gut sein? Bea spürte seine Skepsis und versuchte seinen Blick einzufangen, doch er wich ja aus. Ohne viel Federlesen spohrte sie den Zeigefinger in seine Brust. Öffnen Sie ihn, wann Sie wollen. Aber öffnen sie ihn. Erst zu Hause, als er allein war, dachte er wieder daran. Er wickelte den Keks aus dem Silberpapier, brach in zwei Hälften und zog den kleinen weißen Papierstreifen heraus. Die handgeschriebenen Worte trafen ihn mitten ins Herz. Liebe findet man nicht durch intensive Suche, sondern so wie eine Muschel am Strand. Im Grunde findet sie uns. Kapitel 9 Spanische Tapas Am selben Abend erhielt Bea einen Anruf von Borwin Wandelohe, der sich inbrünstig für das eklatante Verhalten seiner Mitbürger entschuldigte und sie zu einem, wie er es nannte, leichten Abendessen einlud, bestehend aus Tapas und Wein. Überrascht von dieser unerwarteten Geste und weil sie vor Hunger bereits ein ganz flaues Gefühl im Magen hatte, sagte sie umgehend zu und machte sich auf den Weg. Die Wohnung des Barbiers lag im ersten Stock des hübschen alten Backsteinhauses, in dem sich auch sein Salon befand. Bereits auf der Straße war laute Operetten Musik zu vernehmen und ein unwiderstehliches Aromen Bouquet von Knoblauch, wilden Kräutern und würzigen Käse drang aus der grün gestrichenen Eingangstür. Nach einer warmherzigen Begrüßung führte der dralle Halbspanier Bär durch die Räume seines Heims, das so ganz seinem südländischen und temperamentvollen Wesen entsprach und in dem es überall köstlich duftete. Dann bat er seinen Gast zu Tisch und tafelte unter stetigen Beteuerungen nur ein paar Kleinigkeiten zubereitet zu haben, ein Menü auf, das selbst einem Meisterkoch zu Ruhm und Ehre gereicht hätte. Bohnentortilla mit Speck, mit Steinpilzen, Kartoffeln mit Chorizo, galizische Warteln, Kaninchen in Safransoße, gefüllte Sardinen nach katalanischer Art, scharfe Tomaten, Salsa und süßes Brot mit Honig und Zimt. Dazu kredenzte er verschiedene spanische Weine, wobei er freudig sein Fachwissen preisgab und sich überhaupt als gebildeter und angenehmer Gesprächspartner entpuppte. Sie plauderten angeregt über die Reisen und Abenteuer spanischer Entdecker, die Werke Pablo Picassos und die Theater von Sevilla und Madrid stießen auf die wunderbare Henrietta an, auf den Zirkus und auf das Leben und es dauerte nicht lange, da tranken sie Brüderschaft. Was hast du da am Arm? fragte Borwin neugierig und deutete auf Beas linkes Handgelenk, um das sich ein schlanker Drache mit smaragdgrünen Schuppenwand. Ist das wirklich eine echte Tätowierung? Sie lachte. Sehe ich so aus, als würde ich mich mit Abziehbildchen bemalen? Borwin Wandeloh musterte ihre feuerroten Haare, in denen eine breite Spange mit silbernen Totenköpfen steckte. Er war sich offenbar nicht sicher. Na ja, natürlich ist sie echt, sogar zu hundert Prozent echt, ebenso wie diese. Sie streifte den rechten Ärmel ihrer flauschigen himbeerfarbenen Strickjacke ab. Ihr schlanker nackter Oberarm war mit einem dunkelblauen Kreuz Herz Anker und mehreren schwarzen chinesischen Schriftzeichen verziert. Verstehe, bemerkte der Friseur und war sichtlich beeindruckt. Du machst keine halben Sachen, was? Nein, das ist nicht so mein Ding. Er zwirbelte fasziniert seinen Schnurrbart. Was bedeuten die Bilder denn? Der Anker stammt aus meiner Zeit auf See. Kreuz, Anker und Herz symbolisieren Glaube, Hoffnung und Liebe und sollen vor Gefahren schützen. Du weißt schon, Orkane, Piraten, Skorbut, Meeresungeheuer, der fliegende Holländer. Glaub mir, auf dieser Welt gibt es weit mehr Möglichkeiten, den Tod zu finden, als zu überleben. Na ja, wir Seeleute umgeben uns gern mit abergläubischem Zeugs. Du glaubst an den fliegenden Holländer? Borwin schenkte noch etwas Wein nach. Was heißt denn hier glauben? Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen. Ist nicht wahr. Das sagenumwobene vielleicht berühmteste Schiff der Welt hast du gesehen? Sag mal, da war doch rum im Spiel. Bea lachte. Beim Klabauter Mann nein, nicht mehr als ein winziges Schlückchen. Es war da, direkt vor unserem Bug, ein riesengroßes Schiff mit einem Mast, so hoch wie der Eiffelturm, gehisten, zerschlissenen Segeln und weder Mann noch Maus an Bord. Borwin Wandeloh schüttelte sich. Ach, hör auf, mich gruselst, erklär mir lieber, was das für komische Bilder sind. Mit dem Zeigefinger berührte er die tätowierten chinesischen Schriftzeichen. Das sind die Namen meiner beiden Kinder, Pantau und Waiping. Sie sind schon groß in den Dreißigern und haben ihre eigenen Familien. Sie brauchen mich nicht mehr. Nicht, dass Sie das sagen würden, doch es ist so. Als Mutter muss man irgendwann loslassen, aber im Herzen und auf meiner Haut habe ich sie immer bei mir. Du hast chinesische Kinder, das ist ja toll, staunte Borwin Wandeloh. Halb chinesische, verbesserte Bea, sowie ein Viertel Deutsch und ein Viertel Französisch. Sie erhob ihr Glas und postete ihm zu. Alle Achtung, da haben also drei Nationen ihr Blut in einen Topf geworfen. Das klingt nach einer ganz interessanten Mischung. Was ist denn mit dem Vater der beiden? Andächtig und liebevoll blickte Bea auf die dritte Tätowierung an ihrem linken Handgelenk. Das ist Li Chang, mein schmunzelnder Glückstrache. Sie erzählte lange und ausführlich von ihrem Ehemann, wie sie sich auf der Fiji-Insel wie Tilewu begegnet waren und sich rettungslos ineinander verliebt hatten, wie sie viele glückliche Jahre in asiatischen Großstädten verbracht hatten und welch schmerzhafte Lücke er hinterließ, als er vor sechs Jahren zum anderen Ufer des Jordans übersetzte. Dann war es an Borwin Wandelow sein Herz zu öffnen. Er erzählte von dem Vater, den er nie kennengelernt hatte und der nur in seiner Fantasie Gestalt annahm, der ihn aber dennoch sein ganzes Leben lang wie ein leuchtender Stern geführt und begleitet hatte. Wie eine erdachte Romanfigur, die sich immerzu aus dem allzu festen Griff des Lesers windet und ihn doch nie wieder loslässt. Wie ein Scherenschnitt von einem Mann mit Hut und Mantel, der im Schatten verharrt und nie sein Gesicht preisgibt. Er erzählte Bea zu verwirklichen. Dieser Ehrgeiz hatte ihn zu einem wahren Genie seines Fachs gemacht. Was Mozart für die Musik war, das schien Borwin Vandeloh für die Friseurkunst zu sein. Sein größter Wunsch bestand darin, eines Tages in das Land seines Vaters zu ziehen und als der Hofcoiffeur der spanischen Königsfamilie seinen Lebensunterhalt und Ansehen zu verdienen. Sie können ihn ja dann besuchen kommen, sagte er. Sie würden zusammen auf seiner kleinen Trinken. Bea war gedanklich so sehr in die wohltuend würzige Welt der iberischen Halbinsel versunken, dass sie alles andere völlig vergaß. Erst als der Coiffeur zu später Stunde eine Keule besten Serrano-Schinkens auftischte, wurde sie mit aller Macht aus ihrem seidenen Kokon herausgerissen. Der Anblick des gehäuteten und geräucherten Schweinebeins, das in einer speziellen Halterung seinen zierlichen Huf gen Himmel streckte, rief ihr Schimmelpfennigs sterbliche Überreste ins Gedächtnis. Plötzlich war alles wieder da, das viele Blut, die Leichen, das Beil. Es war an der Zeit herauszufinden, was Borwin Wandelor über die beiden toten Wirtsleute wusste. Die Schimmelpfennigs waren nicht sehr beliebt im Ort, oder? Stimmt, eigentlich konnte sie niemand so recht ausstehen, aber als Betreiber des einzigen Wirtshauses hier besaßen sie so etwas wie einen Sonderstatus. Sie saßen direkt am Bierzapfhahn und keiner wollte es sich mit ihnen verscherzen. Bea strich eine kleine Falte in der weißen Tischdecke glatt. Gehörte auch zu diesem Sonderstatus andere zu erpressen? Borwin Wandelor zog überrascht die Augenbrauen hoch. Woher weißt du das? Ach, das war ganz einfach, ich habe nur zugehört, die Spatzen pfeifen es ja schon von den Dächern. Tatsächlich? Dann haben sie das also auch bei anderen gemacht? Haben sie es etwa bei dir versucht? wollte Bea verdutzt wissen. Sein Gesicht verdunkelte sich für einen Moment. Ja, aber sie waren erfolglos. Von mir haben sie keinen Cent gesehen. Er hielt sein Weinglas in die Höhe, so als wollte er der Deckenlampe zuposten und betrachtete eine Weile die funkelnde rubinrote Flüssigkeit. Du weißt ja, die Welt des Zirkus und des Theaters hat es mir dabei immer wieder neu zu entdecken. Ganz gemächlich trank er einen Schluck Wein, stellte das Glas ab und hob entschuldigend die Schultern. Manchmal ist es auch die Rolle einer Frau. Bea atmete erleichtert auf. Sie haben dich in Frauenkleidern gesehen. Meine Güte, und ich dachte schon sonst was. Damit haben sie dich erpresst? Mit dieser Lappalie? Oh mein Gott, seid ihr hier vielleicht spießig. Das ist die Provinz, meine Liebe, da läuft ein Mann nicht einfach so in einem extravaganten Fummel herum und schon gar nicht, wenn das Teil keine Hosenbeine hat. Das ist einfach nicht normal. Beas strahlende Augen verrieten ihre Begeisterung. Nicht normal, finde ich klasse, erzähl weiter. Borwin seufzte. Es kam, wie es kommen musste. Als ich nicht gezahlt habe, hingen eines schönen Morgens am Dorf Anger Fotos von mir. Besser gesagt, es waren Collagen, Seiten aus Modezeitschriften, die schicksten Kleider, die neuste Haute Couture aus Frankreich und überall mein Konterfei darauf. Seitdem bin ich die Dorftunte. Warum hast du sie nicht angezeigt? Borte Bea weiter aufgebracht über so viel Spießbürgertum. Weil es für mich absolut harmlos war und mich sogar amüsiert hat. Dass ich mindestens schwul sei, hatten die Leute doch schon vorher vermutet. Schließlich bin ich Friseur. Ich glaube, die Leute erwarten so etwas direkt. Deswegen hat mich die ganze Sache eher amüsiert und hey, immerhin war ich auf dem Cover der Wook. Wer kann das schon von sich behaupten? Er tänzelte flink zu einer kleinen violetten Kommode, aus der er mit stolz geschwellter Brust besagtes Magazin herauszog und es Bea reichte. Sie lachten und kicherten bei der Betrachtung um die Wette. Da kam Bea eine Idee. Du hast nicht zufällig die Mai-Ausgabe der Paparazzi hier, oder? Selbstverständlich! Borwin Wandelow, du bist ein echter Glücksfall! Sie zwinkerte schelmisch und warf ihm eine Kusshand zu. Kapitel 10 Für eine zehntel Sekunde Ein wenig angeschickert ging Bea gegen Mitternacht nach Hause. Ein kühler Nachtwind sauste wie ein D-Zug an ihr vorbei und brachte sie so sehr aus dem Gleichgewicht, dass sie sich für einen kurzen Moment an einer flackernden Laterne festhalten musste. Der volle runde Mond kam ihr die restliche Strecke zu Hilfe und leuchtete ihr den Weg durch die dunklen verwinkelten Gassen bis zu Hettys Haus. Bea winkte dem Vollmond und ihr war als lächelte er ihr milde zu. Ganz in ihre eigene Welt versunken bemerkte sie nicht den schmalen bedrohlichen Schatten der ihr mit einigem Abstand beharrlich folgte und erst in der Dunkelheit verschwand als sie vor der Haustür stehend in ihrer Tasche nach dem Schlüssel kramte. Sagst du Dickel? Nuschelte Bea fröhlich als sie die Tür aufschloss und in den Korridor trat. Ich bin wieder da! Wo bist du mein Schatz? Es kam keine Antwort. Doch das beunruhigte sie nicht, denn sie nahm an, ihr Mitbewohner längst tief und fest schlief. Sie ließ sich mit einem leisen Seufzer auf den Teppich plumpsen, streifte die Lackstiefeletten von den Füßen und massierte sich sanft die Beine. Ein schwaches Krächzen ließ sie aufhorchen. Sie hielt inne und lauschte. Da war schon wieder. Ohne auch nur einen weiteren Moment zu verlieren, sprang sie hoch und stieß die Tür zum Wohnzimmer auf. Fassungslos blieb sie stehen. Waren in ihrer Abwesenheit etwa Trolle zu Besuch gewesen. Der Raum bot ein Bild der Verwüstung. Tische und Stühle waren umgestoßen, die Vorhänge heruntergerissen, der Teppichboden zerfetzt. Die Polstermöbel waren mit riesigen Schnittwunden übersät, aus denen Metallfedern und weißer Schaumstoff quollen. Bücher, Kerzen, Papiere und andere Gegenstände waren in wildem Durcheinander auf dem Boden verstreut. Vor dem weit geöffneten Fenster lagen die Überreste des alten, teuren Gramophons. Es war völlig zerstört. Wieder bemerkte Bea das dumpfe Krächzen. Es drang direkt aus dem großen Wandschrank, der als einziges Möbelstück unversehrt geblieben war und noch immer an seinem ursprünglichen Platz stand. Mit einem silbernen Kerzenleuchter bewerfnet schlich Bea auf Zehenspitzen an das Möbel heran, schwang den Leuchter wie eine Keule in die Höhe und riss mit einem lauten Schrei die Schranktür auf. Zu ihrer Überraschung stieß sie auf keinen Troll, auch auf keinen anderen unheimlichen Wüstling, vor ihren Augen baumelten bloß leere Kleiderbügel. Erleichtert atmete sie aus. Ich lese wirklich zu viele Schauergeschichten, dachte sie. Die Kleidungsstücke mussten allesamt heruntergerutscht sein und bildeten nun einen stattlichen Berg, von dem das sonderbare Geräusch auszugehen schien. Es wurde von Sekunde zu Sekunde lauter quietschendes Metallscharnier, das dringend ein paar Tropfen Öl benötigte. Aus irgendeinem Grund dachte Bea an den Blechmann aus der Zauberer von Oz. Sie brauchte eine halbe Ewigkeit, um sich durch den Berg aus Webpelzmänteln, edlen Abendkleidern und Pailletten besetzten Zirkuskostümen zu wühlen. Ganz unten auf dem Boden lag der Ara und rang nach Luft. Japste er. Sie keinen Moment hob den Ara auf den Arm und ging in den Flur zurück. Dort zog sie ihr Handy aus der Jackentasche und wählte Sven Grün Eis Nummer. Keine fünf Minuten später war der junge Polizist zur Stelle. Mit gezogener Dienstwaffe und entschlossener Mine durchsuchte er jeden Winkel des Hauses, vom Dachboden bis zum Keller. Bea blieb derweil im Korridor und versuchte den immer noch hyperventilierenden Papagei zu beruhigen. Sie erinnerte sich an den Blutwurz Schnaps, der in einem Schränkchen neben der Garderobe aufbewahrt wurde, träufelte sich einige tropfende starken Gebräus auf die rechte Handfläche und hielt sie dem aufgebrachten Vogel unter den Schnabel. In Dr. Jekylls Augen blitzte es. Neugierig beäugte er die blutrote Pfütze in Beas Hand und wieg davor zurück. Du kleiner Angsthase, schallt Bea ihn liebevoll. Das wird dir gut tun, das ist Medizin. Zum Beweis leckte sie sich selbst einen der Tropfen von der Hand. Siehst du, ich lebe noch. Und schmecken tut's auch. Der Papagei blickte Bea noch immer skeptisch an, so als wartete er darauf, dass sich die tödliche Wirkung doch noch entfalten würde. Als nichts geschah, näherte er sich vorsichtig und knabberte so lange an Beas Hand herum, bis von dem Blutwurz nichts mehr zu sehen war. Neben der Schnapsflasche hatte Bea eine Stapel alter Jerry Cotton Hefte gefunden und sie wusste, dass nichts auf der Welt ihren gefiederten Freund so sehr beruhigen würde, wie eine vorgelesene Geschichte. Meistens waren nur ein paar Zeilen nötig, bis er friedlich einschlummerte. Sven Grüneis, der gerade die Treppe herunterkam, musste die ganze Szene wunderlich erscheinen, die flippige Bea, wie sie auf dem Fußboden saß und eine Detektivgeschichte vorlas, eine Flasche mit dunkelroter Flüssigkeit neben sich und einen Papagei auf dem Schoß, der ein lautes Schnarchen von sich gab. Die Durchsuchung des Hauses hatte nicht viel ergeben. Der Eindringling war verschwunden und außer dem verwüsteten Wohnzimmer schien alles in bester Ordnung zu sein. Da die Haustür keinerlei Spuren von Gewalt aufwies, musste der Täter durch das geöffnete Wohnzimmer Fenster hereingelangt sein. Wir sollten nachsehen, ob irgendetwas fehlt, schlug Sven Grüneis vor. Bea am Fuß Ende ihres Bettes. Bevor sie das Licht ausschaltete, strich sie ihm zärtlich über das Gefieder und deckte ihn mit einem weichen Frottee-Handtuch zu. Sie brauchten über eine Stunde, um das Chaos im Wohnzimmer zu beseitigen und einen einigermaßen wohnlichen Zustand wiederherzustellen. Bea dachte angestrengt nach, doch soweit sie es beurteilen konnte, fehlte nichts. Was könnte der Einbrecher bloß gewollt haben? fragte Sven Grüneis. Bea erzählte ihm von dem indischen Messerset, das schon seit ihrer Ankunft verschwunden war. Komisch, ich dachte Henriettas Mörder hätte es bereits gestohlen, sagte sie nachdenklich. Wenn der Einbrecher die Messer nicht gefunden hat, wird er es vielleicht wieder versuchen. Sie sind hier nicht mehr sicher. Ach Unsinn, so leicht lasse ich mich nicht vertreiben. Energisch stemmte sie die Hände in die Hüften. Ja, das dachte ich mir. Aber bitte verschließen Sie Türen und Fenster sorgfältig. Seien Sie vorsichtig und rufen Sie mich an, wenn Sie irgendetwas Ungewöhnliches bemerken. Ich bin jederzeit für Sie da. Als der junge Polizist gegangen war, wurde er doch ein wenig mulmig zumute. Sie hätte ihn bitten sollen zu bleiben, wenigstens über Nacht. Nein, dachte sie, die Angst durfte nicht solch eine Macht über sie gewinnen. Sie war Bea ins Boxhorn jagen. Aus rein strategischen Gründen legte sie dann aber doch das große, scharfe Küchenmesser auf ihren Nachttisch und verbarrikadierte mit einer schweren Kommode die Schlafzimmertür. Trotz der unruhigen Nacht fühlte sich Bea nach nur wenigen Stunden Schlaf wieder topfit. Durch den Spalt zwischen den Vorhängen schickte die Sonne bereits ihre goldenen Strahlen herein. Das ganze Zimmer war in einen milden Glanz gezaucht und das nächtliche Schreckgespenst hatte sich vollständig verflüchtigt. Es ist an der Zeit mal wieder eine runde Scrabble zu spielen, beschloss Bea. Sie setzte sich im Bett auf, strich die Decke über dem Schoß glatt und griff nach der Handtasche, die sie vor dem Nachttisch abgestellt hatte. Aus den Tiefen des geräumigen Gepäckstücks zog sie die zwei Mai-Ausgaben des Paparazzi hervor, das Exemplar mit den ausgeschnittenen Buchstaben, das sie in der Wohnung der Schimmelpfennigs aus dem Papierkorb gefischt hatte und das unversehrte Exemplar, das Borwin Wandelow ihr gegeben hatte. Sie verglich die Seitenschnitt mit der Schere ihres Schweizer Taschenmessers, das sie stets bei sich trug, die fehlenden Buchstaben aus dem vollständigen Heft aus und legte sie auf die weiße Bettdecke. Als sie fertig war, versuchte sie sich einen Reim auf den Buchstabensalat zu machen. Insgesamt waren es 16 Lettern, wobei die Buchstaben in Größe, Farbe und Schriftart stark variierten. Es gab Groß- und Kleinbuchstaben, Fett und Schmal, gedruckte Graziele und Kursive, solche in tiefem Schwarz, poppigem Pink und zartem Pastellblau. Doch welcher Satz, beziehungsweise welche Wörter ließen sich aus den Schriftzeichen bilden? Ein Satz, der mit dem Wort Ich anfing, war Beas erste Eingebung, so ein typischer Erpressersatz wie Ich weiß, was du getan hast oder Ich habe dich beobachtet. Doch das gaben die Buchstaben leider nicht her. Schade, dachte sie, verwarf den Gedanken und schob die Buchstaben zu neuen Wörtern zusammen. Bea sprach die Wörter laut vor sich hin. Riechen, reich, eichel, leiche, tönte es vom Fußende des Bettes. Dr. Jekyll hob den Kopf und blinzelte sie verschlafen an. Er schüttelte das Handtuch von seinen Flügeln, rappelte sich auf und kam wie eine Ente mit Plattfüßen über die Bettdecke gewatschelt. Leiche, wiederholte Bea. Ein Kribbeln in den Fingerspitzen sagte ihr, dass Dr. Jekyll richtig lag. Ein Satz mit Leiche oder ein Wort? Automatisch, wie die Datenbank einer Bibliothek spuckte ihr Hirnbuchtitel aus. Rendezvous mit einer Leiche von Agatha Christie, eine Leiche zu wenig von Gina Heinrichs, Vorhang auf für eine Leiche von Alan Bradley, die Leiche im Lavendelfeld von Karin Schickinger und so weiter und so fort. Diese Eigenart ihres zentralen Nervensystems war im Allgemeinen sehr hilfreich. Alles, was sie je gehört oder gelesen hatte, war wie in einem Computer gespeichert und konnte durch das jeweilige Stichwort jederzeit abgerufen werden. Nachschlagewerke oder Suchmaschinen im Internet benötigte sie fast nie. Sie hatte ihre eigene Suchmaschine direkt in ihrem Kopf. Doch wie alle Medaillen hatte auch diese eine Kehrseite. Oft war die Trefferzahl zum gesuchten Begriff so schwindelerregend hoch, dass Beas Gedanken von Informationen regelrecht überschwemmt wurden. Dann musste sie sich durch den ganzen Datenberg wühlen und das konnte sehr nervtötend und anstrengend sein. Das Schwierige an der Sache war, Ordnung in das Chaos zu bekommen. Sie konzentrierte sich. Leichenschmaus, Leichenhemd, Leichenvitamine, Leichensack, Leichenstarre, Leichenschände. Wieder spürte sie es in den Fingerspitzenkribbeln und für eine zehntel Sekunde durchflutete dieses sonderbare Gefühl ihren ganzen Körper. Mit einem Mal passte alles zusammen und die Buchstaben ergaben tatsächlich ein Wort. Ohne jeden Zweifel. Dieses Wort war Leichenfledderer. Kapitel 11 Wenn nur noch Fragen helfen Sven Grüneis mistete gerade den Schweinestall aus, als sein Telefon klingelte. Ohne in Hektik zu verfallen lehnte er die verbogene Mistgabel an die gekalkte Wand und wischte sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Eine dichte Wolke feinster Staubpartikel umtanzte ihn im Sonnenlicht. Auf der anderen Seite des Stalls sah ihn Pitt, der dicke Eber mit runden Äuglein an und grunzte laut, während die saubande genüsslich ihr Frühstück aus dem steinernen Trog mampfte. Die Stimme so nur ein einziges Wort. Ein Wort, das Abscheu hervorrief. Erneut stieg Übelkeit in ihm auf. Der stinkende Sumpf, der sich in seiner Heimat offenbart hatte, wurde von Tag zu Tag größer. Erst Mord, dann Erpressung und Einbruch und nun auch noch Leichen Fledderei. So viel kriminelle Energie ging auf keine Kuhhaut. Was war nur aus dem friedlichen verträumten Dorf geworden, dass er so gut zu angestört Kartoffeln anbauen und Setzlinge pflanzen konnte, wo die Menschen in Harmonie und Glückseligkeit lebten? War das am Ende alles nur eine Illusion gewesen? Ein Wunschtraum, an den er sich all die Jahre geklammert hatte? Ihm war klar, dass er jetzt in der Pflicht stand und dass die ganze abscheuliche Situation auch eine Chance bot. An dieser Aufgabe wurde er wachsen. Versonnen kraulte er pizdicke Schwarte und flüsterte dem Tier beruhigend ins Ohr. Ja, irgendwie hatte er das Gefühl, dass ihm die ganze Angelegenheit letztendlich noch eine gute Ernte einbringen würde. Im Haus der Pietät war es düster und kalt. Es roch nach nassem Jackfell, verbranntem Horn- und Bonawax, insgesamt ein äußerst muffiges und penetrantes Raumdeodorant. Schwere, dunkle Samtvorhänge saugten begierig alle Geräusche in sich auf, und verhinderten, da sie der Sonne den Zutritt verwerten, das Fortbestehen jeglicher Form der Vegetation. Selbst die künstlichen Lorbeerbäumchen sahen verkümmert aus. Auch waren auf merkwürdige Weise die Spektralfarben aus dem Raum verschwunden, als hätte man das Bund aus dem gesamten Mobiliar herausgefiltert und nichts als eine Skala unterschiedlicher Grautöne zurückgelassen. Es schien, als hätte jemand einen Schwarz-Weiß-Film eingeschaltet. Den jungen Dorfpolizisten gruselte es gewaltig. Die feinen Härchen in seinem Nacken stellten sich auf wie die Borsten des dicken Ebers Pitt, und er spürte, wie es ihm eiskalt den Rücken hinunterlief. Im diffusen nüchternen Licht zweier gut versteckter Neonröhren zeichneten sich die Umrisse vieler dunkler Särge ab. Ob sie belegt waren, konnte man nicht sagen, doch das Bestattungsinstitut schien zweifellos ein Ort zu sein, für den sich wohnungssuchende Vampire begeistern konnten. Der Besitzer des Hauses, Ferdinand Ruhe, passte in diese Umgebung wie Dr. Pannassus in sein Kuriositätenkabinett. Er war von großer, hagerer Gestalt, seine Haut wechsern und bleich. Seine Erscheinung zeugte außerdem von einem vornehmen und altertümlichen Stil, den man zum Beispiel an seiner Kleidung, einem Anzug aus teurem Brokat ablesen konnte. Obwohl es nicht möglich war, einen Blick auf sein Gebiss zu erhaschen, ließ sich nicht leugnen, dass er seinem Spitznamen Graf Dracula alle Ehre machte. Tatsächlich hätte es auch niemanden verwundert, wenn er aus einem seiner Särge gekrabbelt und als riesige Fledermaus in die Nacht geflogen wäre. Das alles machte Sven Grün alles arg zu schaffen und er wäre am liebsten sofort wieder in die bunte, warme und lichtdurchflutete Welt vor der Ladentür zurückgekehrt. Bea hingegen schien die gespenstische Atmosphäre wenig zu beeindrucken. Ohne mit der Wimper zu zucken eröffnete sie das Gespräch. Der Polizei liegen neue Erkenntnisse vor, aus denen sich eine Reihe von Fragen ergeben. Dabei ist es notwendig geworden, sämtliche Alibis zu überprüfen. Wo waren sie gestern zwischen sieben und acht Uhr morgens, Herr Ruhr? Der blasshäutige Bestatter blickte stumm zu Sven Grüneis, als wollte er sich vergewissern, dass Bea autorisiert war, diese Frage zu stellen. Grüneis nickte, doch das überzeugte Ferdinand Ruhr allem anschein nach nicht. Ist das ein offizielles Verhör? war bewusst an Bea vorbei. Seine Stimme war so dunkel wie der Raum, in dem sie standen. Das ist eine offizielle Ermittlung, flunkerte Sven Grüneis ohne ein Fünkchen schlechten Gewissens. Bitte beantworten Sie die Frage. Noch vor kurzer Zeit wäre ein solches Verhalten für ihn völlig inakzeptabel gewesen. Selbst eine Notlüge wäre ihm schwer gefallen. Doch in den letzten Tagen war viel passiert. Er keinerlei Anzeichen von Nervosität. Das ist ganz einfach. Gestern war ich den ganzen Morgen hier. Während sich der Dorfpolizist auf einem schmalen Block Notizen machte, hakte Bea sofort nach. Hier im Haus haben Sie dafür Zeugen? Zeugen? Der Bestatter durchbohrte sie mit seinem dunklen Blick und fast konnte man einen bedrohlichen Unterton in seiner Stimme wahrnehmen. Zählen die Toten auch? Ich fürchte, bei Gericht sind nur lebende Personen zugelassen. Dann habe ich niemanden, der mir ein Alibi geben kann. Was ist der mit ihrem Bruder? Der ist seit letzter Woche zur Kur. Es wäre besser, wenn sie ein Alibi hätten. Noch während sie sprach, zog Bea ein Blatt Papier hervor und hielt es dem Mann unter die Nase. Es war mit den Buchstaben beklebt, die das Wort Leichenfledderer ergaben. Obwohl die Augen des Bestatters offenbar nicht mehr die besten waren, denn er kniff sie beim Lesen zusammen, trug er keine Brille. Eine Weile blickte er bloß stumm auf den Zettel. Dann sah er Bea an und fragte mit fester, ernster Stimme Was soll das? Bea fuchtelte mit dem Papier in der Luft herum. Kommt Ihnen das bekannt vor? Ferdinand Ruhes Stimme wurde nun entschieden lauter und seine Empörung wirkte nicht gespielt. Das ist eine bösartige Unterstellung. Was gibt Ihnen das Recht, meinen Berufsstand derartig zu verunglimpfen? Das stammt nicht von uns, sondern von den ermordeten Wirtsleuten. Bea vollführte eine besänftigende Geste und es handelt sich dabei ganz eindeutig um ein Erpresserschreiben. Der hagere Mann war nun völlig aufgebracht. Es schien, als würde er jeden Moment die Fassung verlieren. Sie finden also einen Erpresserbrief und die Ruhebrüder sind die ersten, die Ihnen dazu einfallen? Das ist doch wieder einmal typisch. Weicht man auch nur ein winziges bisschen von der Norm ab, ist man automatisch verdächtig. Doch ich muss sie leider enttäuschen, denn sie liegen völlig falsch. Wir sind Bestatter in der dritten Generation. Unsere gesamte Familie. Für einen Augenblick herrschte betretenes Schweigen. Bea musterte den Mann genau. Auf ihrem Gesicht lag ein zufriedener Ausdruck. Ganz offensichtlich hatte sie sich ihre Meinung gebildet. Die Schimmelpfennigs haben sie also nicht erpresst. Er wirkte überrascht. Nein? Haben sie eine Idee, auf wen im Dorf die Bezeichnung Leichenfledderer zutreffen könnte? Ferdinand Ruhe brauchte nicht lange zu überlegen. Ich will nicht schlecht über andere reden, aber fragen sie doch mal die Erdmanns. Heidi und Otto Erdmann betrieben ihr Bestattungsunternehmen nur zwei Straßen weiter. Im Gegensatz zur Villa der beiden Ruhebrüder wirkte das Haus eher unscheinbar. Der bröckelnde Fassadenputz war in einer blassen Farbe gehalten, irgendwas zwischen beige und grau. Beim Betreten des Geschäfts bimmelte eine an. Eine Frau um die fünfzig, die hinter einem Tisch mit unglaublich vielen Prospekten saß, blickte hoch und warf ihnen, als sie den Polizisten bemerkte, einen grimmigen Blick zu. Der Raum war taghell, wirkte jedoch sonderbar steril und leer. Es gab keine Pflanzen, nicht einmal künstliche, keine Bilder und keine Särge. Lediglich ein Dutzend verstaubter Urnen, die in einem Regal aus hauchdünnen Pressspanplatten aufgereiht waren, gaben einen Hinweis auf das Gewerbe, das hier betrieben wurde. Sven Grüneis, dem diese Umgebung zwar lieber als die dunkle und muffige Villa war, konnte sich dennoch eines unguten Gefühls nicht erwehren. Er beugte sich zu Bea, sodass seine Lippen beinahe ihr Ohr berührten. Das ist Heidi Erdmann, flüsterte er. Die Frau ist ein ziemlich harter Brocken. Bea zwinkerte ihm lächelnd zu und wieder einmal war er verblüfft über ihre Unbekümmertheit. Einen schönen guten Tag, sagte sie freundlich zu der Frau hinter dem Tisch. Heidi Erdmann machte keine Anstalten zu grüßen. Stattdessen rührte sie gelangweilt in ihrer Kaffeetasse und gähnte demonstrativ. Bea zog missbilligend die linke Augenbraue hoch, dann trat sie an den Tisch heran und stieß scheinbar in den Bemühen Heidi Erdmann die Hand zu reichen die Tasse um, sodass sich die schwarzbraune Flüssigkeit wie ein Ölteppich über die Broschüren ergoss. Verdammt, was fällt Ihnen ein? Die unangenehm kratzige Stimme der Frau verriet Unsicherheit. Offenbar konnte sie Beas Aktion nicht so recht einordnen. Ups, das tut mir leid, war keine Absicht. Würden Sie bitte so freundlich sein und uns ein klein wenig Aufmerksamkeit schenken? Wieso sollte ich? Sie sind doch sicher nicht hier, um jemanden unter die Erde bringen zu lassen, oder? In der Tat, wir interessieren uns mehr für die Leichen in ihrem Keller. Heidi Erdmanns Gesicht nahm einen wütenden Ausdruck an. Was? Unsere Leichen gehen Sie gar nichts an. Bea zeigte sich ungerührt und behielt ihr freundliches Lächeln bei. Wir sind hier, um sie zu fragen, wo sie gestern zwischen sieben und acht Uhr morgens waren. Heidi Erdmann verschränkte die Arme. Arbeiten Sie jetzt für die Polente, oder was? Ich arbeite mit der Polizei zusammen, ja. Ihr habt den Mörder doch schon, der irre Metzger war's, so stand es doch in der Zeitung. Bea lächelte noch immer. Glauben Sie immer alles, was in der Zeitung steht? Dann sind Sie also eine Schnüfflerin. Das hätte ich mir erdenken können. Aber von mir erfahren Sie nichts, kein Sterbenswörtchen. Sie können die Fragen auch gern auf der Dienststelle beantworten, stieß Sven Grüneis hervor. Diesen Satz hatte er schon lange einmal anbringen wollen. Müssten Sie mir jetzt dazu nicht irgendeinen Schrieb unter die Nase Die Arroganz verschwand augenblicklich aus Heidi Erdmanns Zügen. Stattdessen regte sich die Andeutung von Furcht darin. Woher? Doch während sie sprach, bemerkte sie offenbar, dass sie einen Fehler gemacht hatte und verstummte. Sie kennen diesen Brief nicht, wahr? hakte Bea nach. Nein, wie kommen Sie darauf? Noch nie gesehen, das Ding. Tja, zu dumm nur, dass ich Ihnen das nicht glaube. Heidi Erdmanns Gesicht hatte eine ungesund gelbliche Farbe angenommen. Bea musste unwillkürlich an einen Käsekuchen denken. Das ist eine bodenlose Gemeinheit, eine Verleumdung. Ich kann Ihnen sagen, wer dahinter steckt. Diese zwei Lachnummern haben sich das ausgedacht. Lachnummern? fragte Sven Grüneis. Ja, Fritz und Fergen Androhr. Sie würden alles tun, um uns zu schaden. Haben Sie mal das Haus der beiden gesehen? Das ist das reinste Grusel Kabinett. Sven Grüneis verschränkte die Arme vor der Brust und schüttelte energisch den Kopf. Zwecklos, aus der Geschichte kommen Sie so leicht nicht mehr raus. Sie haben auch so einen Brief erhalten, richtig? Und zwar von den Schimmelpfennigs, nicht von den Ruhebrüdern, habe ich recht. Das ist ein erstklassiges Motiv, Frau Erdmann. Jetzt brauchen Bär nickte Sven Grüneis wortlos zu. Sie hatten genug erfahren. Kapitel 12 Harte Kekse zur zwölften Stunde Der Tod hat schon etwas Beängstigendes, finden Sie nicht auch? Sie saßen in Henriettas Küche auf zwei anmutigen Korbstühlen und tranken heißen Tee, der in den zarten Porzellantassen wie flüssiges Gold schimmerte. Die erfrischende Wald- und Wiesenmischung von Henrietta eigenhändig gepflückt verströmte einen betörenden Duft. Sven Grüneis war wie berauscht. Er fühlte sich mutig, ausgeglichen und ruhig, als wäre alle Schüchternheit von ihm genommen worden. Zum ersten Mal in seinem Leben traute er sich, seine Angst in Worte zu fassen und über dieses für ihn so heikle Thema zu sprechen. Ja, er hatte Angst vor dem Tod, eine Riesenangst. Bär, die ebenfalls die wohltuende Wirkung des Tees verspürte, sah ihn lange an. Ein Lächeln, auf das Buddha stolz gewesen wäre, huschte über ihr Gesicht. Kein bisschen, nein. Um ehrlich zu sein, genau diese Antwort hatte Sven Grüneis erwartet. Er konnte sich nicht vorstellen, dass Bea von Marstein überhaupt Angst vor irgendetwas hatte, nur das Warum war für ihn rätselhaft. Doch dieses Mal fasste er den Entschluss der Sache auf den Grund zu gehen. Was denken Sie denn über den Tod? fragte er, noch immer voller Selbstvertrauen. Auf seinem jungen Gesicht spiegelte sich gespannte Erwartung, als glaubte er, dass ich gleich eines der größten irdischen Mysterien vor ihm entblättern würde. Ich denke, der Tod ist nichts, wovor man sich fürchten muss, entgegnete Bea nach einer Weile des Nachdenkens. Viele sehen ihn als das Ende an, doch genau genommen ist er erst der Anfang. Der Tod ist wichtig, verstehen Sie? Nur wenn wir sterben, können wir auch wiedergeboren werden. Damit etwas Neues entstehen kann, muss etwas Altes enden. Der Kreis schließt sich. Sven Grüneis schwenkte die Teetasse in seiner Hand wie ein Kognak Glas. Er hatte noch lange nicht genug gefragt. Dann glauben Sie also nicht an Himmel und Hölle? Dass die Guten ins Paradies kommen und die Bösen im absoluter Humbug. Himmel und Hölle haben wir doch auf Erden schon genug. Sehen Sie sich doch nur um. Selbst in ihrer kleinen heilen Welt tun sich Abgründe auf. Die drei Morde, das Erpresserpärchen und die leichenfleddernden Bestatter werden die Kriminalstatistik ihres Dorfes ganz schön in die Höhe treiben. Außerdem gibt es keine nur guten und nur bösen Menschen. Diese strikte Aufteilung funktioniert nicht. Es steckt etwas von beidem in jedem von uns und es kommt nur darauf an, für was wir uns entscheiden. Sven Grüneis wusste, dass sie recht hatte. Er dachte an die letzten Tage, in denen sein altes Weltbild mächtig ins Wanken geraten war. Es hatte Risse bekommen, wie bei einem spröden Glas, das jeden Moment zu zerbersten drohte und er stand mittendrin. So hatte sich das angefühlt. Jetzt und hier in der sicheren Behaglichkeit von Beas Weisheit sah er seelenruhig zu, wie dieses alte Weltbild in tausend Stücke zersprang. Von seiner nackten Angst war nichts mehr übrig. Er stand auf den Trümmern heil und unversehrt und trägte triumphierend den Daumen in die Höhe. Sie tunkte runde steinharte Kekse in den Tee. Bea hatte sie beim Bär, die annahm, dass Henrietta die Bäckerin war, hätte sich eher ein Bein abgehackt, als die Kekse in den Müll zu werfen. Und wenn man sie aufweichte, waren sie gar nicht so übel. Trotzdem, ich fand es heute ziemlich gruselig, kehrte Sven Grüneis zum Thema zurück. Gruselig, ja, das ist die richtige Bezeichnung. Aber nicht für den Tod, mein gruselig ist. Dann haben sie es auch so empfunden? Im Haus von Graf Dracula war es am schlimmsten, nicht wahr? Alles so dunkel und die vielen Särge und erst dieser komische Geruch. Ich meine nicht die Räume, ich meine die ganze Scheinheiligkeit, der Umgang mit dem Thema Sterben. Ach so, Sven Grüneis nagte nachdenklich an seinem Keks. Die Menschen der westlichen Gesellschaft verschließen sich zu sehr, fuhr Bea fort. Sie tabuisieren und verdrängen den Tod. Doch das ist nicht überall auf dieser Welt so. Auf den Andamanen, wo ich geboren wurde, feiern die Menschen ein riesiges Fest, wenn jemand stirbt. Sie sind ausgelassen und fröhlich und freuen sich für den Verstorbenen, da er nun einen weiteren Lebenskreis vollendet hat. Stellen sie sich das Leben doch wie sich. Aber sie schwitzen auch gewaltig und werden unter Druck gesetzt, fallen vielleicht sogar durch die eine oder andere Klausur. Irgendwann jedoch schließen sie dieses Studium mit einem großen Examen ab. Dieses Examen ist der Tod, die letzte aller irdischen Prüfungen. Denken sie wirklich, dass alles zu Ende ist, nur weil sie ihr Studium abgeschlossen haben? Das wäre schon ziemlich blöd. Dann wäre ja all die Plackerei umsonst gewesen. Bea lächelte ihn voller Sympathie an. Genau. Außerdem gibt es noch so viele andere Studiengänge und Universitäten allein auf unserem Planeten. Multiplizieren sie das mit der Unendlichkeit und sie haben eine ungefähre Vorstellung, was uns noch bevorsteht. Er nickte, doch in Wahrheit hatte er nicht alles von dem verstanden, was sie zuletzt gesagt hatte. Ihm schwirrte der Kopf, als hätte sich ein Schwarm Horn ist und darin ein Nest gebaut. Bea lehnte sich in ihrem Korbstuhl nach vorn und tippte ihm auf die Brust. Und tun sie mir einen Gefallen. Plappern sie nicht länger anderen Leuten nach. Lassen sie das mit Graf Dracula. Nennen sie den Mann bei seinem richtigen Namen, okay? Sven Grüneis nickte ein wenig verlegen. Es ist nur so, dieser Spitzname passt so gut zu ihm. Sie sah ihn durchdringend an. Haben sie eine Ahnung, weshalb er so blass ist? Nein, keinen Schimmer. Sie wiegte den Kopf. Offenbar leidet der arme Mann an einer Form von Lichtallergie. Die Medikamente auf seinem Schreibtisch legen zumindest diesen Schluss nah. Da stand ein Schreibtisch? Bea Ferdinand Ruhe nicht der Leichenfledderer ist? Als Sven Grüneis nickte, fuhr sie fort. An der Wand rechts vorm Schreibtisch hing ein Stück Stoff mit einem dicken Rahmen drumherum. Darauf war ein Spruch gestickt, der besagte, behandle jeden Verstorbenen so, als wäre es deine Mutter oder dein Vater. Der junge Polizist staunte. Wow, sie haben ja Augen wie ein Luchs. Der Punkt ist, wer sich so etwas an die Wand hängt, vergeht sich meiner Meinung nach nicht an Leichen. Stimmt, aber ein klein wenig schräg ist Graf, ich meine Herr Ruhe schon. Das spricht doch für ihn. Schräg ist schick. In dem Moment rang ein leises Krächzen vom feilchen blauen Linoleum Fußboden herauf. Es war Dr. Jekyll, der in die Küche gewatschelt kam. Bea hob ihn hoch und setzte ihn auf dem Küchentisch neben der dickbauchigen Teekanne ab. Sven Grüneis betrachtete den seltsamen Vogel voller Neugier, der ihn seinerseits beäugte. Der ist echt putzig, rief Sven entzückt und hielt ihm einen Finger hin, als wäre er ein pausbäckiger Säugling in einem Kinderwagen. Grünschnabe, schimpfte der Papagei. Bea der kleine Halunke. Ach, Dr. Jekyll, sei nicht so kratzbürstig, sagte Bea ein wenig später und stellte ihm einen Teller mit klein geschnittenen Früchten hin. So ließ sich der Ara gern besänftigen. Er ist Fremden gegenüber immer sehr misstrauisch, flüsterte Bea. Nach allem, was in den letzten Tagen passiert ist, denke ich, man kann nicht vorsichtig genug sein, wisperte Sven Grüneis und Sie sagen es. Ich nehme an, wenn es einen Dr. Jekyll gibt, dann gibt es auch einen Mr. Hyde. Blitzschnell berührte Beas Zeigefinger ihre Lippen. Psst! Das Thema ist ihm ein bisschen peinlich. Er ist nämlich sehr sensibel. Verstehe, Entschuldigung. Okay, reden wir über etwas anderes. Ja, zum Beispiel über die Erdmanns stimmte sie ihm enthusiastisch zu und goss in beide Tassen Tee nach. Sven Grüneis kicherte. Das war vielleicht lustig, als sie den Kaffee verschüttet haben. Heidi Erdmanns Gesicht war der absolute Hammer. Mal ehrlich, das haben sie noch extra gemacht. Bea stimmte in sein Kichern ein. Wer weiß das schon. Am besten gefiel mir aber ihr Gesicht, als ich ihr den falschen Erpresserbrief unter die Nase gehalten habe. Oh ja, das war eine Wucht. Sie war völlig perplex. Dass ihr mal jemand Paroli bietet, hat sie nicht erwartet. Das hat sie total aus den Socken gehauen. Vor allem hat es funktioniert und uns gezeigt, was wir wissen wollten. Die Erdmanns wurden von den Würzleuten erpresst. Das ist ein astreines Mordmotiv. Sie hat sich verraten und damit ist klar, wer der Leichenfledderer hier im Dorf ist. dunklere Emotionen. Diese Bestien, entfuhr es Sven Grüneis. Am liebsten würde ich sie auf der Stelle festnehmen. Wir sollten mit Kommissar Pfeiffer sprechen. Bea neigte nachdenklich den Kopf zur Seite. Ich fürchte, dafür ist es noch zu früh. Im Grunde können wir den Erdmanns außer einem starken Motiv nichts nachweisen. Außerdem müsste der Kommissar seinen Irrtum bei der Verhaftung des Metzgers eingestehen und ich kann mir schon mit etwas Handfesterem kommen. Ich hoffe nur, Sie rotten bis dahin nicht das halbe Dorf aus. Langsam Sven, es ist ja nicht bewiesen, dass Sie die Mörder sind, die wir suchen. Sein Blick verdüsterte sich. Aber das liegt doch auf der Hand. Es wäre denkbar, das gebe ich zu. Immerhin hatten sie ein starkes Interesse daran, dass die Schimmelpfennigs verschwinden. Und sie sind skrupellos. von den Wirtsleuten erpresst worden sein. Wir müssen besonnen sein, wenn wir nicht den gleichen Fehler begehen wollen wie der Kommissar. Müssen einen kühlen Kopf behalten, dürfen uns nicht vorschnell festlegen. Na gut, aber irgendetwas müssen wir doch Buch Nummer 13 Eine so ungewöhnliche Bibliothek hatte Sven Grüneis noch nie gesehen. Freilich war er von seinen Eltern und Lehrern in die eine oder andere Bücherei getrieben worden, doch wirklicher Enthusiasmus hatte dabei einfach nie aufkommen wollen. Seine Lektüre beschränkte sich seitdem auf Western-Romane, Lehrbücher für den Polizeidienst sowie diverse Ratgeber zum Thema Landwirtschaft. Dieses Repertoire hatte ihm 30 Jahre lang voll und ganz genügt. Doch nun, als er im Inneren von Beers fahrbarer Bibliothek stand, verspürte er zum ersten Mal den Wunsch nach mehr. Ein bislang ungekanntes Verlangen keimte in ihm auf. Er wollte lesen. Fasziniert ließ er den Blick durch den Raum schweifen. Das, was sich da an die erstaunlich hohen Wände schmiegte, waren nicht einfach nur Regale. Die Nussbaumholz braunen Möbel erweckten vielmehr den Eindruck von Gebäuden. Sie waren groß, ja, riesig. Jedes Fach war wie ein großes Fenster, aus dem eine zusammengedrängte Bücherschar in die Welt blickte. Filigrane Trittbretter, die wohl nur von Fliegengewichten betreten werden konnten, lehnten an den Regalen wie die Feuerleitern an New Yorker Wohnhäusern. Keine Frage, es war eine Stadt, in der Bücher wohnten. Der Boden war mit einem robusten, flauschigen Teppich in dunkelvioletter Farbe belegt und an der nachtschwarzen Decke funkelten tausend Sterne. Eine verborgene Lichtquelle tauchte den Raum in ein sanftes, warmes Licht, gleich dem von Kerzenschein. Der unverkennbare Geruch von zu Papier verarbeitetem Holz vermischte sich mit dem bittersüßen Duft der Druckerschwärze. Zum ersten Mal in seinem Leben nahm Sven grün als Bücher mit mehr als nur den Augen war. Er roch sie und zog diesen neuen unvergleichlichen Geruch in sich auf. Auch glaubte er, die Seiten wispern und rascheln zu hören, als tuschelten sie über den unbelesenen Neuling, der ihre schöne Stadt so nichts ahnend betreten hatte und nun unwissend und ein wenig unbeholfen vor ihnen stand. Das skurrilste aber war die Anordnung wirkte. Weder Autor noch Titel waren hier ausschlaggebend. Stattdessen waren die Bücher nach Farben sortiert. Links vom Eingang erstreckte sich ein fröhlich gelber Bücherblock, der einige Schritte weiter in ein leuchtendes Orange überging und schließlich in einem lustvollen Rot mündete. Daran grenzten frivol violette Bücher, gefolgt von burschikosem Blau und nimmersattem Grün. Es war als Stündemann im Inneren eines Regenbogens. Sven Grüneis empfand eine solche Glückseligkeit, dass er sich wünschte, für immer hierbleiben zu können. Voller Ehrfurcht trat er näher an die Bücher heran und strich behutsam über die bunten Rücken. Nun bemerkte er auch, dass die verschiedenfarbigen Schutzumschläge allesamt von Hand gefertigt waren. Sie bestanden aus kostbarem schimmerndem Seidenpapier, auf dem in goldenen Lettern jeweils Titel, Autor und Erscheinungsjahr standen. Jeder Umschlag war ein Unikat und unterschied sich von den anderen in einem winzigen Detail. Sven Grüneis war überrascht, wie viele Farbnuancen es gab. Er entdeckte allein so viele verschiedene Blautöne, dass ihm sein bisheriges Leben mit einem Mal entsetzlich blass und grau vorkam. Plötzlich spürte er einen sanften Druck an der linken Schulter. Scotty, alle man hochbeamen, Beas Stimme klang wie immer fröhlich und unbeschwert. Sie lachte. Auf welchem Planeten waren sie denn gerade? Auf Bibliotopia, berichtete er versonnen. Seine Wangen waren vor Begeisterung gerötet. Sie strahlte ihn an. Eindrucksvolle Gegend, ich weiß. Wollen wir uns setzen? Mit einer grazilen Bewegung drückte sie auf eines der violetten Bücher, auf dessen Rücken eine kleine verschnorkelte schmale Bord zur Seite klappte und den Blick auf ein winziges Kabuff mit einer gemütlichen Sitzecke freigab. Bea schlüpfte hinein und schaltete eine Messingleselampe ein. Auf einem niedrigen Couchtisch aus lackierten Schiffsplanken türmten sich bereits mehrere Bücher. Sven Grüneis, der vor Neugier beinahe platzte, nahm die Einladung bereitwillig an. Das Buch, das ganz oben auf dem Stapel lag, hatte einen kobaltblauen Umschlag und wies sich als Die Kunst des Mordens von Niklas Rockefeller aus dem Jahr 2008 aus. Das zweite, mit einem smaragdgrünen Umschlag versehene Buch entpuppte sich als die 1998 erschienene vierte Auflage des Pathologie-Klassikers Leichenschau am Fundort, ein rechtsmedizinischer Leitfaden von Krause, Schneider und Blaha. Es folgte ein dickes Saphir-blaues Buch mit dem Titel Das intelligente Verbrechen von Irene Irrwein aus dem Jahr 1978. Die Jagd nach dem Serienmörder erprobte Strategien und Vorgehensweisen von Givelle Düne war 2010 erschienen und trug einen schaurig blutroten Umschlag. Ganz unten lag ein schmales Büchlein, das in Pflaumen farbenes Papier gehüllt war und keinerlei Beschriftung hatte. Sven Grüneis schlug es neugierig auf. Es war das Erpressernotizbuch der ermordeten Wirtsleute. Er legte die Bücher auf den Tisch zurück und blickte Bea fragend an. Können uns diese Bücher irgendwie helfen? Aber sicher. Die Menschen ziehen seit jeher einen Großteil ihres Wissens aus Büchern. Ganz bestimmt finden wir etwas, was uns auf die Sprünge hilft. Ja, wenn Sie meinen. Sie sah ihn beschwörend an. Wir müssen uns unbedingt ein Bild von dem Täter machen oder von den Tätern. Sie wollen ein Täterprofil erstellen? Ganz genau. Damit sollten wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich nehme doch an, dass Psychologie ein Bestandteil ihrer Ausbildung war? Ja, natürlich. Aber meine Kenntnisse sind ehrlich gesagt eher theoretischer Natur. Das macht nichts. Ich habe genügend praktische Menschenkenntnis, das reicht für uns beide. Gut, womit fangen wir an? Ich würde sagen, mit unserem Bauchgefühl. Ist das nicht ein wenig zu unorthodox? Unorthodoxe Wege sind altbewährt. Also, was sagt Ihnen Ihr Bauch? Ich will Sie ja nicht enttäuschen, aber über die Gabe der weiblichen Intuition verfüge ich leider nicht. Trotzdem werden Sie doch ein gewisses Gespür in der Magengegend haben. Zugegeben, mir ist ein bisschen flau. Sie warf ihm einen strengen Blick zu. Warum fangen Sie nicht an? schlug er vor. Bea verschränkte die Arme vor der Brust. Ich denke ja gar nicht daran. Sie glauben nicht, dass es die Erdmanns waren, oder? Nein. Aber wieso? Was macht Sie da so sicher? Ich bin mir überhaupt nicht sicher. Ich denke bloß, dass alles mit dem Mord an Henrietta zusammenhängt. Damit hat alles angefangen. Dann vermuten Sie also in beiden Fällen denselben Täter? Davon bin ich felsenfest überzeugt. Aber die beiden Tathandlungen sind so radikal verschieden. Einmal ein so unauffälliges und gut getarntes Verbrechen, das, bitte verzeihen Sie mir, niemandem aufgefallen ist. Naja, bis Sie kamen. Und dann dieses furchtbare Gemetzel. Das passt für mich einfach nicht zusammen. Bea sprach jetzt ganz leise. Ja, es passt nicht zusammen, das ist richtig. Doch wissen Sie was? Ich glaube, dass genau das, die Absicht des Mörders ist. Ich denke, der Täter versucht bewusst uns in die Irre zu führen. Der Mord an den Schimmelpfennigs war keine Affekthandlung, sondern eine gezielte und geplante Tat. Wir müssen versuchen, uns in den Täter hineinzuversetzen. Der junge Polizist sah so aus, als könnte er den Wald vor lauter Bäumen nicht erkennen. Bea wirbelte ein wenig Staub auf, als sie die Bücher nahm und durchblätterte. An einer bereits markierten Stelle hielt sie inne. Welche Spuren haben wir bisher gefunden? Bitte notieren Sie das mal. Sven Grüneis, der diese Rollenverteilung dankbar akzeptierte, zog eifrig Stift und Notizblock aus der Jackentasche. Die Ausgangstat, diktierte Bea. Der als natürlicher Tod getarnte Mord an Hetti. Spuren, die Reste eines Blisters des Herzmedikaments Digitoxin im Kamin, das fehlende Messerset. Hier finden wir auch möglicherweise das Motiv Habgier. Der Stift des jungen Polizisten flog nur so über das Papier. Die zweite Tat, die Ermordung der Wirtsleute. Wir wissen, dass sie mit Erpressungen ihr Säcklein gefüllt haben. Daher ist anzunehmen, dass dies ihr Schicksal besiegelt hat. Es ist möglich, dass sie irgendetwas beobachtet haben und dann auf die Idee gekommen sind, daraus Kapital zu schlagen. Wie beinahe jeder andere in diesem Dorf wussten, auch die Schimmelpfennigs von dem Messerset und ganz bestimmt haben sie nach einer Gelegenheit gesucht, es sich unter den Nagel zu reißen. Vielleicht haben sie das Haus in Augenschein genommen und auf einen günstigen Moment gewartet, doch dann sehen sie, wie jemand Hettys Häuschen betritt und es wieder verlässt und kurz darauf ist sie tot. Da haben sie eins und eins zusammengezählt und einen Brief verschickt. Sven Grüneis blickte von seinem Notizblock hoch. Klingt plausibel, gebe ich zu. Doch diesmal gerieten sie an den Falschen, der Mörder machte kurzen Prozess mit ihnen. Und jetzt kommt der springende Punkt, fuhr Bea fort. Der Mörder will den Mord an Henrietta um jeden Preis vertuschen. Sollte je ein Verdacht aufkeimen, muss sich die zweite Tat von der ersten extrem unterscheiden. Er darf keine Handschrift hinterlassen. Er hätte die Schimmelpfennigs aber auch einfach erschießen oder einen Unfall inszenieren können, warf Sven ein. Nein, das hätte ihm nicht gereicht. Er richtet ein Blutbad an und will, dass wir denken, er habe aus großen Emotionen heraus gemordet. Verschmähte Liebe, Eifersucht, Haswut. Sie klopfte auf das Buch mit dem Saphirblauen Umschlag. Steht alles hier drin. Soll das heißen, er verstellt sich, beziehungsweise er manipuliert sein eigenes Täterprofil. Ganz genau. In Wirklichkeit ist er kühl und gerissen, geht schlau und organisiert vor. Natürlich ist da ein gewisser Hang zum Wahnsinn, das lässt sich gar nicht absprechen. Er neigt zum Narzissmus, vielleicht sogar zu einer gespaltenen Persönlichkeit. Zugegeben, diese Beschreibung passt nicht auf die Erdmanns. Schließen wir sie denn ganz aus dem Kreis der Verdächtigen aus? Nein, das auf gar keinen Fall. Sie gehören unbedingt zu den Verdächtigen und wenn wir ihnen am Ende wenigstens die Leichenfetterei nachweisen können, haben wir der Menschheit auch einen Dienst erwiesen. Nichts würde ich lieber tun. In Ordnung. Dann heften sie sich an ihre Fersen. Sven Grüneis sah sie erstaunt an. Kommen sie nicht mit? Nein, ich nehme mir in der Zwischenzeit den Apotheker vor. Ich habe bei ihm ein ganz komisches Gefühl. Sven Grüneis sah auf die Uhr. Es war bereits später Nachmittag. Oh je, jetzt muss ich aber schleunigst los. Meine Tiere brauchen mich. Er sprang auf, reichte Bea zum Abschied die Hand und sauste davon. Am Rande des Rübenackers spitzte Trudi, die schielende Kuh, gespannt die Ohren, als ein höchst seltenes Geräusch aus der verwaisten Polizei-Barrage drang. Der drang. schottische Hochmoornebel ausbreitete, war in ihrem eintönigen Leben eine ganz neue Erfahrung. Neugierig trottete sie um die Hütte herum und stupste mit ihrer breiten Nase das Fenster auf. Nun musste sie nur noch den Kopf durch die gräulichen Häkelgardingen strecken und schon hatte sie freie Sicht auf den großen Holztisch. Mit dieser Prozedur war Trudi gut vertraut, hatte sie doch das ein oder andere Mal an genau dieser Stelle einen köstlichen Streuselkuchen vom Schreibtisch gebitzt. Glücklicherweise war der Mann, der hier manchmal herkam und für ein paar Stunden in dem Häuschen rumlungerte nicht wirklich auf Zack. Und so waren Trudis kriminelle Machenschaften bisher niemandem aufgefallen. Vor allem nicht im Polizisten. Zu ihrer großen Enttäuschung stand diesmal jedoch kein Kuchen auf dem Tisch, nur ein seltsames Gerät, das wohl schon immer da gewesen war, dem sie aber nie Beachtung geschenkt hatte. Jetzt machte es sich umso mehr bemerkbar, krakelte und spie winzige Funken, als wollte es sich mit möglichst viel Radau für die Jahre der Missachtung rächen. Genau wie Trudi schien das Gerät nicht mehr das neueste Modell zu sein. Es ruckte und wackelte und brachte den ganzen Tisch zum Beben. Dabei zischte es gewaltig und presste stoßweise Papier aus seinem Inneren heraus. Trudi riss die Augen auf und nahm das ausgeworfene Blatt todesmutig zwischen die Lippen. Dann entfernte sie sich damit ein Stück von der hysterischen Maschine und betastete es behutsam mit ihrer nassen klebrigen Zunge. Es schmeckte furchtbar fad. Enttäuscht ließ Trudi den Kopf hängen und trottete mit dem Blatt buckte sie die ungenießbare Beute aus. Hinter ihr sprang der sengende Funkenschlag bereits auf die Gardine über. Er fraß erst winzige, dann immer größere Löcher in das Gewebe hinein. Wenige Minuten später kletterten langfingrige Flammen die Wände entlang, leckten den Rost von der Tür und bissen in Schränke, Tische und Stühle. Mit jedem Happen wurden sie größer und stärker, und wedelten wie Darwische herum und verschwanden erst, als von der Hummelstichler Polizeidienststelle nichts mehr übrig geblieben war, als ein gewaltiger, qualmender Ascheberg. Kapitel 14 14% Das geschlossen Schild an der Tür zur Apotheke war nicht zu übersehen. Bia presste die Nase gegen die Schaufensterscheibe, konnte jedoch keine Menschenseele erkennen. Sie dachte an das Büro, in das der Apotheker sie beim letzten Mal geführt hatte und marschierte an der Hausfassade entlang, bis sie durch ein großes offenes Steintor in einen hübsch bepflanzten Hinterhof gelangte. Hier befand sich der Hintereingang der Apotheke, eine schmale weiße Tür, deren Lackierung im Sonnenlicht glänzte. Bia drückte den Türgriff, doch es bewegte sich nichts, die Tür war verschlossen. Sie sah sich um. Nur ein paar Schritte entfernt wurde eine grün gestrichene Gartenbank von zwei großen Blumenkübeln flankiert, aus denen üppige, leuchtend orange-rote Pelagonien quollen. Gegenüber auf einem leicht erhöhten Sims saß eine kleine Katze mit schneeweißem Fell und grasgrünen Augen, die sie neugierig musterten. Bia hatte einmal gelesen, dass 14% aller Deutschen ihren Schlüssel in unmittelbarer Nähe zur Tür deponierten, sei es unter der Fußmatte, unter einem Stein oder in einem Blumentopf. Die Verstecke waren wenig einfallsreich und in Einbrecherkreisen bestens bekannt. Da es jedoch weit und breit keine Fußmatte und keine losen Steine gab, entschied sie sich für die Pflanzenkübel. Sie tastete sich durch den dichten Pelagonien Blüten Dschungel, bis ihre Fingerspitzen auf die kühle, feuchte Blumenerde stießen. Wie ein Metalldetektor glitten ihre Hände über den weichen Grund und tatsächlich zog sie wenig später einen länglichen, leicht verbogenen Schlüssel aus dem Blumentopf. Das schneeweiße Kätzchen, das sie die ganze Zeit beobachtet hatte, kam auf sie zugelaufen und umschmiegte schnurrend ihre Beine. Bea war dem schönen Tier sofort verfallen und kraulte es vorsichtig hinter den Ohren. Als es genug Streicheleinheiten erhalten hatte, sprang es auf leisen Pfoten davon. Auch Bea die roten Ziegenlederhandschuhe überöffnete mit dem Schlüssel die Hintertür und betrat die Apotheke. Ihre Schritte und Bewegungen waren beinahe ebenso lautlos wie die des schneeweißen Kätzchens. Alle Sinne bis aufs Äußerste geschärft spähte sie in die verschiedenen Räume. Irgendetwas irritierte sie, etwas, das ihr beim ersten Mal noch nicht aufgefallen war. Sie blieb stehen, schloss die Augen und atmete tief ein. Normalerweise übte das Innere einer Apotheke eine enorme Anziehung auf sie aus, insbesondere ihre Nase konnte von dem Apotheken-typischen Odor nicht genug bekommen. Sie liebte den alles durchdringenden Eukalyptus-artigen Wohlgeruch eines Kampfersteins, das würzig-aromatische Bouquet von Salbei, Thymian und Rosmarin, den lieblich-milden Duft von Kamillenblüten, das starke, eigentümliche Aroma von Baldrian, den exotischen Hauch von Zimt und Koriander. Die Gesamtheit dieser und vieler weiterer Heilpflanzen, Kräuter und Gewürze, die normalerweise in einer Apotheke gelagert und zur Herstellung von Medizin verwendet wurden, war für Bea das reinste olfaktorische Schlaraffenland. Hier jedoch gab es nichts. Die ganze Apotheke war absolut geruchsfrei. So sehr Bea auch die Luft in sich aufsog, sie erschnüffelte nicht mal ein einziges Hustenbonbon. Diese Apotheke war so steril wie ein frisch durchtrennter Samenleiter. Hier wurde keine Medizin hergestellt, hier wurden bloß chemische Substanzen zwischengelagert, bunte Pillen in Schachteln und Döschen, garantiert Vakuum verpackt. Im hintersten Winkel des kleinen Lagerraumes, der direkt an den Verkaufsraum anschloss, entdeckte sie einen alten Teeschrank und ein Hoffnungsschimmer glomm ihn ihr auf. Sie öffnete die Flügeltüren und der Schimmer erlosch wie eine Kerze im Wind. Der Schrank war leer. Was für eine Enttäuschung. Bea ließ sie Schultern hängen und starrte auf die geruchlosen Möbel, als das Geräusch der sich öffnenden Ladentür an ihr Ohr drang. Es folgten energische Schritte, die direkt auf sie zusteuerten. Ihr blieb keine Zeit zum Überlegen. Blitzschnell riss sie den Teeschrank wieder auf und zwängte sich in das unterste Fach, das etwa so groß wie eine Bücherkiste war. Mit dieser Nummer hätte sie bei Henrietta im Zirkus auftreten können. Sie hatte gar nicht gewusst, dass sie zu solch akrobatischen Höchstleistungen fähig war. Vielleicht war sie ja ein Schlangenmensch. Sie hatte kaum genug Platz zum Atmen. Es gelang ihr gerade noch rechtzeitig die Schranktüren zuzuziehen, bevor zwei sich streitende Personen den Raum betraten. Bist du etwa froh darüber, dass die beiden tot sind? fragte eine aufgebrachte Frauenstimme. Na und wie, antwortete ein Mann, den Bea als den Apotheker erkannte. Tu nicht so, als wärst du es nicht. Wie bist du nur so kalt und herzlos geworden? Herzlos? Hast du etwa schon vergessen, was sie mit uns gemacht haben? Sie hätten uns ausbluten lassen, bis zum letzten Tropfen. Wenigstens müssen wir nun nichts mehr zahlen. Spielt das bei unseren Schulden überhaupt noch eine Rolle? Es bedeutet für uns eine Sorge weniger, Frieda, murmelte Karl Feigenbaum. Wo warst du eigentlich, als es passiert ist? Du denkst, ich... Traust du mir das allen Ernstes zu? Die Frau klang nun völlig verzweifelt. Ich weiß nicht mehr, was ich dir zutrauen soll und was nicht. Ich kenne dich gar nicht mehr. Ich bin nicht der Einzige, lange, sondern eher wie eine Schildkröte, deren Gliedmaßen auf die denkbar komplizierteste Weise miteinander verknotet und in den Panzer gestopft worden waren. Also? hörte sie die Frau fragen. Also was? Die Frage kam von Karl Feigenbaum. Wo warst du? Jedenfalls habe ich niemanden umgebracht. Du hast es schon wieder getan, nicht wahr? Du warst schon wieder in dieser verdammten Spielhölle. Ich war so dicht dran, glaub mir, so dicht und all unsere Sorgen hätten sich in Luft aufgelöst. Wir haben diese Sorgen ja nur, weil du ständig unser Geld verspielst. Du hast mir versprochen, dass du damit aufhörst. Ein kurze, höchst unangenehme Pause entstand. Wofür? Um zu sehen, wie du dich in die Arme eines anderen stürzt? Du machst jedoch alles kaputt. Und wenn wir schon beim Thema sind, könnte ich dich genauso fragen, wo du an diesem Morgen warst. Du hattest schließlich genauso gut einen Grund, die Wirtsleute umzubringen. Das denkst du dir doch nur aus. Nein, Frieda, ich weiß, dass auch du ihnen Geld gezahlt hast. Wofür eigentlich? Sie antwortete nicht. Für deine Affäre mit Graf Dracula? hakte er nach. Ich hasse es, wenn du ihn so nennst. Ich hasse es, wenn du mit ihm ins Bett steigst. Oder Niemand schrie oder tobte. Auch Geschirr wurde keines zerschlagen. Stattdessen breitete sich eine emotionale Kälte aus, die Bea bis in den Teeschrank hinein erschaudern ließ. So kann das nicht weitergehen, sagte die Frau schließlich. Ich kann nicht länger bei dir bleiben. Geh doch, geh zu deinem Liebhaber, aber denk bloß nicht, dass du wieder zu mir zurückgekochen kommen kannst. Die Frau lachte bitter. Glaub mir, das will ich gar nicht. Und nur damit du es weißt. Ja, ich war an dem Morgen des Mordes mit Ferdinand zusammen. Dann sagte niemand mehr ein Wort. Stattdessen erklangen Schritte, erst die schnellen Leichtfüßigen der Frau, dann die dumpfen Langsamen des Apothekers. Die Tür fiel mit einem lauten Knall ins Schloss und ein Schlüssel verriegelte die Eingangstür der Apotheke. Bea verharrte noch eine Weile in der unbequemen Position und lauschte in die Stille hinein. Dann stieß sie die Schranktüren auf und kroch hinaus. Erleichtert atmete sie auf. Da sie noch immer wie ein zusammengefaltetes Klapprad auf dem Fußboden lag, eröffnete sich ihr ein völlig neuer Blickwinkel. Sie konnte nun ungehindert durch die offene Tür unter den großen Verkaufstresen sehen. Dort lag etwas, ein Stück Papier. Da der Versuch aufzustehen scheiterte, robbte sie wie ein schwerfälliger Seebär vorwärts. Es war eine mühsame Art der Fortbewegung, doch die Neugier trieb Bea an. Schon bevor ihre zitternden Finger das Papier berührten, erkannte sie, dass es ein Rezept war. Ein einziger Blick darauf verdoppelte ihren Herzschlag. Digitoxin, das Medikament, das sie im Kamin gefunden und das mit großer Wahrscheinlichkeit ihre beste Freundin ins Jenseits befördert hatte. Das Rezept war ausgestellt auf Carsten Hulalka, den Ortsvorsteher von Hummelstich. Kapitel 15 15 rosige Schweinchen und andere Zwischenfälle. Sven Grüneis Vorsatz, sich an die Fersen der Erdmanns zu heften, wurde gleich von mehreren unvorhergesehenen Ereignissen zunichte gemacht. Etwas hinten anzustellen entsprach zwar gar nicht seinem akkuraten und dienstbeflissenen Wesen, doch da jede der Begebenheiten sein sofortiges Handeln erforderte, blieb ihm gar keine andere Wahl, als die inoffizielle Mordermittlung einstweilen sausen zu lassen. Gegen diese Art von höherer Gewalt war man als einfacher Dorfpolizist eben vollkommen machtlos. Die Geschehnisse nahmen Dachschaden hatte. Beim Flüchtigen Hinsehen war es nur ein schattenhafter Fleck auf der Tapete im Wohnzimmer. Sah man sich die Wand jedoch genauer an, warf einen Blick zur Decke und befühlte den Fußboden darunter, musste man wohl oder übel zugeben, dass hier etwas überhaupt nicht in Ordnung war. Die Nässe war durch das Dach gedrungen wie Nusslikör durch Löffelbiskuit. In Küche und Bad perlten Himmellandschaften entstanden. Wie hatte er das übersehen können? Für einen Plattenbau mochte dieser Zustand halb so schlimm sein, für ein 131 Jahre altes Fachwerkhaus war dies jedoch ein absolutes Desaster. Ein kaputtes Dach und ein feuchtes Haus bedeuteten eine Unmenge an Arbeit und Arbeitszeit. Er besaß jedoch weder das eine noch hatte er vom anderen viel übrig. Vom Adrenalin des einsetzenden Schockzustands getrieben, sprintete Sven ins Freie, schnappte sich die lange morsche Holzleiter und hastete die Sprossen hinauf. Eine Arbeitssicherungsprüfung hätte die Leiter, die ähnlich viele Länze wie das Haus zählte, nicht überstanden. Die einzelnen Trittbretter hielten längst nicht mehr das Gewicht eines ausgewachsenen Mannes. Nur wenn man sich in einem Affenzahn hinauf beziehungsweise herunter hangelte, blieb sie klappernd und wie unter Protest ächzend, aber immerhin in einem Stück stehen. Sven Grüneis blickte gen Himmel. Das große windschiefe Satteldach erstreckte sich wie eine Gebirgslandschaft vor ihm. Entschlossen kletterte er die mit Algen, Mosen und Flechten bewachsenen Ziegel empor, was sich als echte Herausforderung entpuppte, da er auf dem schlüpfrigen Grünbelag immer wieder abrutschte. Jetzt hätte er eine Bergsteiger Ausrüstung gut gebrauchen können, doch in seinem jugendlichen Eifer hatte er natürlich auf jegliche Hilfsmittel verzichtet. Von einer ganzen Schutzengel Schar begleitet, gelangte er auf die Spitze des Daches und setzte sich rittlings auf den Fürst. Der Blick über das Land war atemberaubend, doch das interessierte Sven Grüneis im Moment nicht. Stattdessen suchten seine Augen fieberhaft das Dach nach einem Loch oder einem fehlenden Ziegel ab. Fehlanzeige. Auf den überwucherten dunkelgrünen Schrägen konnte er nichts dergleichen erkennen. Seufzend gestand er sich ein, dass er die Hilfe eines Fachmannes benötigte, ein Dachdecker musste her. Doch wovon sollte er den bitte bezahlen? Schon für den Kauf des Hauses hatte er einen Kredit aufgenommen und seine Einnahmen reichten gerade so aus, um die monatlichen Raten abzustottern. Einen zweiten konnte er sich beim besten Willen nicht leisten. Als er dachte, es könnte gar nicht mehr schlimmer kommen, streckte ihm das Schicksal erneut die Zunge heraus. Vom Dachgiebel aus musste er mit ansehen, wie seine Asbach-Uraltleiter um das Haus herum wanderte und zwischen den Obstbäumen verschwand. Hatte sie etwa aus Wut darüber, dass sie auf ihre alten Tage noch immer ihren Dienst verrichten musste, Füße konnte es dem armen Ding wirklich nicht verdenken. Dann hörte er Kinder lachen und wusste augenblicklich, dass ihm die beiden Nachbars jungen Paulchen und Max seinen Streich gespielt hatten. Die Bengel hatten einfach seine Leiter stibitzt und ihn auf seinem eigenen Dach festgesetzt. Alle verbalen Versuche, die kleinen Banditen zu einem Einsehen zu überreden, scheiterten kläglich. Auch alles Fluchen, Schimpfen und Lamentieren nützte nichts. Außer den Lausbuben war weit und breit kein Mensch zu sehen. Es war niemand da, der ihm aus der Patsche helfen konnte und da sein Handy auf dem Küchentisch lag, schied auch diese Option aus. Vermutlich würde er bis zum St. Nimmerleins Tag hier würde er nie wieder so töricht sein und blindlings in eine gefährliche Situation hinein stolpern. Wäre Bea hier, würde sie ihm völlig zu Recht die Hölle heiß machen. Sich mit Händen und Füßen abstützend schlitterte er die steile Dachschräge hinab und steuerte schnurstracks auf die Regenrinne zu. Sein Plan war, am Regenrohr hinunter zu klettern. Das hatte er schon mal in einem Slapstick-Film gesehen, doch leider war er weder ein Stummfilm- Komödiant noch ein Kapuziner-Äffchen. Schon auf der Hälfte der Strecke versagten seine Bremsen. Der dichte Moosbewuchs war so rutschig wie Schmierfett. Vergeblich ruderte er mit den Armen und krallte die Finger in den rutschigen Morast und das Unvermeidliche geschah, er stürzte in die Tiefe. Zu seiner Überraschung fiel er recht weich. Federn flogen auf und das aufgebrachte Gegacker seiner Hühner drang an sein Ohr. Er spuckte Stroh aus und der Geruch von Kuhfladen und Pferdeäpfeln stieg ihm in die Nase. Wieder einmal war das Glück auf seiner Seite. Er war direkt auf dem Misthaufen gelandet. Fassungslos, was für einen Dusel er gehabt hatte, rappelte er sich auf und klopfte sich den Wind. Die Beine wollten ihn kaum tragen. Ein bisschen musste er sogar selbst über sich lachen, wie er so über Wiesen und Wege wackelte. Hätte er noch Stock und Hut gehabt, wäre er glatt als Charlie Chaplins Urenkel durchgegangen. Stück für Stück besserte sich sein Zustand jedoch und als er den kleinen Hain mit den prächtigen Apfel, Birnen und Zwetschgenbäumen erreichte, lief er fast schon wieder normal. Von den beiden Lausbuben fehlte jede Spur. Sein dramatischer Abstieg war offenbar nicht unbemerkt geblieben und so waren sie längst über alle Berge. Er nahm sich fest vor, sie sich ein anderes Mal vorzuknöpfen, schulterte die alte Leiter, die vergessen auf der Wiese lag und trug sie zur großen Scheune hinüber, wobei sie wie ein Skelett unablässig mit den Knochen klapperte. Während er lief, grübelte er über die missliche Lage, in der er sich befand und dachte angestrengt über eine Lösung für sein marodes Dach nach. Da riss ihn ein grauenvolles Geräusch aus seinen Gedanken. Eines seiner Schweine quiekte so laut, als würde es zum Schlachter getrieben. Sven wusste auf Anheb, dass es eine der trächtigen Sauen war. Bestimmt Fiona, denn ihr Ferkeltermin stand als nächstes an. Da er schon oft bei der Geburt von Schweinen dabei gewesen war, wusste er auch, dass hier etwas nicht so war, wie es sein sollte. Er eilte in den Stall, machte einen Satz über Eber Pitt, der sich ihm in den Weg stellte, und einen weiteren über das Holzgatter, das die trächtigen Tiere von den anderen trennte. Die Sau Fiona hatte Sven bereits vor ein paar Tagen in einem angrenzenden Einzelpferch untergebracht. Es war tatsächlich Fiona, die da quiekend im Stroh in den Wehen lag. Das arme Tier krümmte und wandte sich vor Schmerz. Sven befühlte vorsichtig den kugelrunden Bauch. Ein normaler Geburtsvorgang sah anders aus. Sven Grüneis rannte zurück zum Haus, presste sich den altmodischen Telefonhörer ans Ohr und wählte die Nummer von Tierarzt Hempel, der sich in dieser Region bei Bauer und Vieh einen Namen gemacht hatte. Im Hörer tutete das Freizeichen und Sven Grüneis biss sich ungeduldig auf die Lippen. Dann endlich ertönte das kurze Klicken, das ihm verriet, dass jemand das Gespräch entgegen nahm. Doch statt der ihm vertrauten Sven Grüneis irritiert bemerkte sexy. Sven hatte urplötzlich ein ganzes Harfenorchester im Kopf, das eine kitschig schöne Schnulzen Film Melodie zum Besten gab. Hallo? Jemand da? fragte sie am anderen Ende der Leitung. Er gab sich einen Ruck. Hier ist Sven Grüneis aus Hummelstich. Kann ich bitte Dr. Hempel sprechen? Dr. Hempel ist im Urlaub. Ich bin seine Vertretung. Dann sind Sie auch Tierarzt? Jawohl, staatlich geprüft und mit allen Wassern gewaschen. Gut, Sie müssen sofort kommen, Fiona ferkelt, aber irgendwas stimmt nicht. Geben Sie mir Ihre Adresse und eine Viertelstunde. Die Zeit, in der Sven Grüneis auf Horst Hempels Vertretung wartete, verging wie im Flug. Er versuchte nicht an Sarah Elflein zu denken, doch das gelang ihm nicht. Keine zehn Minuten waren vergangen, da donnerte ein weißer Peugeot die Auffahrt hoch. Der Wagen hielt stotternd an und spuckte seine Fahrerin aus. Sarah Elflein war jung, schön und voll schlank mit dunkelbraunem Bob und entsprach durchaus dem Bild, das der Klang ihrer wunderbaren Stimme bei Sven hervorgerufen hatte. Sie gefiel ihm wirklich ausgesprochen gut. Mit einem sympathischen Lächeln, bar sprachlosen Bauern auf den Fersen marschierte Sarah Elflein energisch in Richtung Stall. Da sie nur den schmerzenslauten der armen Sau zu folgen brauchte, gelangte sie mühelos zu dem gepeinigten Tier. Sven Grüneis fand zum Glück seine Sprache wieder und fragte, wie er sich nützlich machen konnte. Sie reichte ihm eine kleine Messingschale, die randvoll mit getrockneten Kräutern war und bat ihn, die Kräuter zu entzünden. Obwohl ihm die Skepsis deutlich anzusehen war, tat er wie geheißen. Der Rauch schien Fiona tatsächlich zu beruhigen. Derweil drückte Sarah Elflein auf dem Bauch des Tieres herum. Eines der Ferkel hat sich verkeilt, diagnostizierte sie. Wir müssen versuchen, es in den Geburtsgang zu schieben. Damit knetete sie weiter den Schweinebauch. Sven Grüneis fächelte der Sau immer größere Schwaben des beruhigenden Kräuterrauches zu und nahm gleich selbst ein paar Züge. Im gleichen Takt presste die Tierärztin ihre Hände auf Fiona. Es sah aus wie eine Herzdruckmassage. Schließlich kam das erste winzige Ferkel zum Vorschein, dann folgten Schlag auf Schlag die anderen. Zum Schluss lagen fünfzehn rosige Schweinchen in der Ferkelbucht. Sven Grüneis rieb jedes einzelne mit Ferkel grunzten und quiekten voll Neugier und Wohlbehagen. Sven Grüneis und Sarah Elflein saßen erschöpft im Stroh und betrachteten die glückliche Idylle. Zarte Sonnenstrahlen drängten sich in den warmen und gemütlichen Ferkelstall und überzogen die Haut der Neugeborene mit einem goldenen Glanz. Eine friedliche Ruhe breitete sich aus, in der nur der gleichmäßige Atem der zwei Kapitel 16 Das sechzehnte Infanterieregiment Bea verließ die Apotheke auf dem gleichen Weg, wie sie sie betreten hatte. Nachdem, was sie gerade gehört hatte, konnten sie den Apotheker getrost von der Liste der Verdächtigen streichen. Mochte er noch so ein schwacher Mensch sein, der Hab und Gut verspielte und seine Frau damit in die Arme eines anderen trieb, für die Morde war er jedenfalls nicht verantwortlich. Dass er zur Tatzeit seiner Spielsucht gefrönt hatte, klang überzeugend. Auch die Frau des Apothekers Frieda schied als Mörderin aus, da sie ihr Tät-a-Tät mit dem Bestatter Ferdinand Ruhe sogar dem Garten gegenüber eingeräumt hatte. Somit blieb einzig die Spur des Digitoxin übrig. Bea beschloss, Carsten Hulalka einen Besuch abzustatten. Da sie nicht wusste, wo sie den Ortsvorsteher an diesem Donnerstagnachmittag antreffen konnte, legte sie einen Zwischenstopp in Borwin-Wandelohes Friseursalon ein. Was für eine Farbpracht, rief er begeistert bei ihrem Anblick, du bringst ja den ganzen Wonnemonat in meinen Laden. Er klatschte fröhlich in die Hände und bewunderte Bias Kleidung, die tatsächlich an die Farben eines blühenden Gartens im Frühling erinnerte. Die Marlene Hose in leuchtendem Mai Grün, das sonnengelbe asymmetrische Top, auf dem das Porträt der amerikanischen Flugpionierin Emilia Mary Earhart aufgedruckt war, ergänzt durch einen aquamarinfarbenen Wollschal und orange-rote Moccasins, die perfekt zu dem Farbton ihrer Haare passten. Borwin-Wandelohes grinste zufrieden wie ein Honigkuchenpferd. Bias strahlender und inspirierender Aura konnte man sich einfach nicht entziehen. Sie war eine Bereicherung für das Dorf, mochten die anderen doch denken, was sie wollten. Borwins Leben war definitiv bunter geworden, seitdem Bea da war und er wünschte sich wirklich, dass sie für immer hier bleiben würde. Laut Borwins Beschreibung wohnte Karsten Hulalka in einem Glaspalast am anderen Ende des Dorfes. Was genau er damit meinte, begriff Bea erst, als sie direkt vor dem riesigen gläsernen Karsten stand. Es war das einzige Gebäude im Ort, das definitiv nicht niedlich war und irgendwie passte es ganz und gar nicht hierher. Bea klingelte und nach wenigen Augenblicken kam eine abgehetzt wirkende Frau jenseits der Fünfzig zur Tür. Sie trug einen knallengen pastellrosa farbenen Hausanzug, der ihren knochigen Körper besonders unvorteilhaft zur Geltung brachte, ein gleichfarbiges Stirnband, das ihre blonde Turmfrisur betonte, und Pantoffeln aus pinkfarbenem flauschigem Polyester. Hausieren verboten, rief sie durch die Glastür und klang wie ein Feldwebel, der ein Standgericht vollzog. Ich möchte bitte mit Herrn Hulalka sprechen, antwortete Bea. Wederwillig öffnete die Frau die Tür. Sie musterte Bea skeptisch, ließ sie dann jedoch eintreten. Im Inneren des Glaskastens war es brütend heiß. Die hohen lichtdurchfluteten Räume waren ungemütlich und kahl und verbreiteten die gleiche Atmosphäre wie ein Wartezimmer beim Zahnarzt. auf eine weiß gefließte Kellertreppe. Bea eilte leichtfüßig die Stufen hinunter, öffnete nach kurzem Klopfen eine schmale Tür und trat in Karsten Hulalkas unterirdische Kommandozentrale ein. Der Ortsvorsteher trug eine bayerische Armee-Uniform, die so makellos war, als wäre sie eben erst geschneidert worden. An seiner Brust baumelte ein Dutzend alter Abzeichen und Orden. Mit verschränkten Armen befehligte er gerade ein Bataillon winziger Infanteriesoldaten auf einem Tisch vor ihm, die sich durch eine hügelige Landschaft aus erdfarbenem Pappmaché quälten. Bea begriff, dass er sie noch gar nicht bemerkt hatte. Sie räusperte sich. Verzeihen Sie, dass ich Sie störe, Herr Hulalka, aber ich habe ein Anliegen, das ich Ihnen gerne vortragen möchte. Er sah nur kurz auf. Das sechzehnte Infanterie Regiment, sagte er mit glänzenden Augen. Bei der Schlacht von Lothringen setzte es bei Oberstinzel über die Saar, überraschte die vorderen Linien des Feindes und konnte bis Heming vorstoßen. Mein Großvater gehörte dieser Division an, wissen Sie? Es dauert nicht lange. Haben Sie bitte einen kurzen Moment für mich? Er seufzte schwer, nickte dann und deutete auf eine kleine Sitzgruppe auf der anderen Seite des Raumes. Ich bin so etwas wie eine Botschafterin der Bücher, begann Bea, als sie sicher war, dass sie die volle Aufmerksamkeit des Ortsvorstehers hatte. Ich besitze eine fahrbare Bibliothek, mit der ich die Literatur wieder zu den Menschen bringen möchte. Dabei bin ich natürlich auf die Unterstützung der einzelnen Ortschaften und Gemeinden angewiesen. Er sah sie verwirrt an und verdrehte dann die Augen. Offensichtlich hielt er sie für völlig plemplem. Gute Frau, dafür haben wir nun wirklich kein Geld übrig. Oh, da missverstehen Sie mich. Ich bin nicht hier, um Sie um Geld zu bitten. Was ich brauche, ist virales Marketing. Der Fachbegriff verfehlte seine Wirkung nicht. Carsten Hulalkas genervter Gesichtsausdruck verschwand augenblicklich. Stattdessen zeigte er plötzlich vorsichtiges Interesse. Verstehe Ja. Er nickte ein kläglicher Versuch von seiner unübersehbaren Unsicherheit abzulenken und unternahm einen weiteren Anlauf. Seien wir doch mal ehrlich, das Buch ist ein aussterbendes Medium. Die Zukunft gehört den Streamingdiensten. Sie warf ihm einen zweifelnden Blick zu. Ist das so? Man muss sich ja nur mal die rasant ansteigenden Nutzerzahlen ansehen. TV-Serien werden mehr und mehr zu Zuschauermagneten, während die Buchbranche immer weiter in die Krise stürzt. Dem Sog der TV-Serien kann man sich eben nicht entziehen. Unglaublich. Ja, nicht wahr? Einfach unglaublich, was Sie da reden. Bea zog einen in weinrotes Leder gebundenen Band aus ihrer Tasche, eine frühe Ausgabe von Die Abenteuer von Huckleberry Finn, und legte ihn in seine Hände. Kennen Sie noch das Gefühl, das ein Buch erzeugt, wenn man es aufschlägt? Wenn die Fingerspitzen erst den Umschlag und dann das Papier berühren und durch die Seiten blättern? Sie ließ ihm Zeit, bis seine Hände anfingen, über den Einband zu wandern. Vorsichtig öffnete er das Buch. Oder das Gefühl, dass ein Buch in einem hervorruft, wenn man die Nase hineinsteckt. Er sah sie irritiert an. Wo wird diese Unterredung denn noch hinführen? schien er sich zu fragen. Nur zu, trauen Sie sich, sagte sie und lächelte. Nur zögerlich, als könnte das Buch plötzlich zuschnappen, steckte er die Nase zwischen die Seiten. Riechen Sie es, sagte Bea, Gedanken verloren. Diese Mischung aus kompostiertem Holz, Drucker, Schwärze und Vanillekuchen. Carsten Huleiker verharrte in dieser Position. Seine Atmung beschleunigte sich. Es gibt so vieles, was ein Fernseher niemals bieten kann. Bücher bedeuten Abenteuer. Erinnern Sie sich noch, wie es ist, eine Piratengeschichte zu lesen und dabei den Wind in den Haaren oder die schwankenden Planken unter den Füßen zu spüren? Oder einen Fantasy-Roman, der Sie in ein bizarres Land bringt, das jenseits Ihrer Vorstellungskraft liegt? Der Ortsvorsteher ließ das aufgeschlagene Buch auf die Knie sinken. Seine Augen waren geschlossen. Ohne Bücher sind wir verloren, fuhr Bea leise fort. Wir verkümmern. Unsere Emotionen, unsere Sehnsüchte, unsere Fantasie und unsere Träume, all das wird immer mehr gestutzt. Dagegen begehre ich auf. Wie auf ein Stichwort öffnete Carsten Hulalka die Augen. Eine einzelne Träne rann seine Wange hinab und fiel auf die Zeichnung von Huckleberries Freund Tom Sawyer. Woher haben sie das? Seine Stimme klang belegt, als er ohne eine Antwort abzuwarten weitersprach. Als Junge hatte ich so ein Buch, vielleicht sogar genau dieses. Das bezweifelte Bea war. Doch sie blieb mucksmäuschen still und hörte dem Orts Vorsteher aufmerksam zu. Es war im Ferienlager 1972. Ich erinnere mich kaum noch an etwas, aber ich weiß, dass ich genau dieses Buch gelesen habe. Nachts mit meiner kleinen Dynamo Taschenlampe unter der Bettdecke. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Ich hatte einen Freund. Frank. Der hat es mir wie ist das nur möglich? sieht haar genau so aus. Wissen Sie was? Ich schenke es Ihnen. Dann kann es sie immer an ihre Kindheit erinnern. Carsten Hulalka wischte sich die Tränenspur aus dem Gesicht und lächelte. Danke. Ich werde sehen, was ich machen kann, um die Bewohner von Hummelstich für ihren Bus zu begeistern. Eigentlich bräuchten sie sich ja bloß auf den Dorfanger zu stellen und ihre flammende Rede von eben zu wiederholen. Wenn da mal nicht schon ein Scheiterhaufen für mich bereitsteht. Ach, so schlimm sind wir ja gar nicht. Bea sah auf die Armbanduhr. So langsam sollte sie zum eigentlichen Grund ihres Besuches kommen. Sie musste möglichst geschickt klären, ob Hulalka ein Alibi für die Tatzeit hatte, und dann war ja noch die Sache mit dem Digitoxin. Ich wollte sie übrigens neulich schon einmal ansprechen, begann sie mit ihrer List. Gestern früh so gegen halb acht, da habe ich sie vor dem Friseursalon gesehen, doch dann war ich so in ein Gespräch verwickelt, dass ich vergessen habe, sie anzusprechen. Gestern früh? Nein, das kann nicht sein, da müssen sie sich irren. Ich bin mir aber ganz sicher, ich habe sie so deutlich gesehen Nähe von Wandelouis Salon gewesen sein, da war ich hundert Kilometer entfernt bei einem Brunch des regionalen Tourismusverbandes. Aha, dachte Bea, er hat also ein Alibi. Na, dann muss ich mich wohl getäuscht haben. Der Ortsvorsteher kratzte sich am Hinterkopf und fing an, in den Taschen seiner Uniformjacke zu kramen. Gibt es eigentlich neue Erkenntnisse zum Tod ihrer Freundin? Bea witterte ihre Chance. Man hat die Reste eines Herzmedikaments gefunden, Digitoxin hieß es, glaube ich. Ach, er kramte noch immer, sah aber ein wenig verunsichert aus. Wissen Sie vielleicht, wie meine Freundin in den Besitz dieses Medikaments gekommen sein könnte? Verschrieben wurde es ihr jedenfalls nicht. Nun, keine Ahnung, ich meine, heutzutage hat doch fast jeder ein Problem mit der Pumpe. Bluthochdruck ist eine Volkskrankheit, da könnte es von überall herstammen. Endlich schien er das Gesuchte gefunden zu haben, ein flaches silbernes Zigarettenetui und ein altmodisches Klickfeuerzeug. Hastig fädelte er eine Zigarette aus dem Etui, zündete sie an und atmete gierig das Nikotin ein. Bea beschloss, ihn geradewegs zu konfrontieren und wedelte die stinkenden Rauchschwaden beiseite. Ich habe das Gefühl, Sie verheimlichen mir etwas, Herr Hulalker. Er sah sie empört an. Nein? Doch, Sie wissen mehr, als Sie sagen. Leiden Sie etwa auch an dieser Volkskrankheit? Daraus können Sie mir keinen Strick drehen. Ja, will ich auch gar nicht, möchte nur wissen, was Sie wissen. Mit dem Tod Ihrer Freundin habe ich nichts zu tun. Grottenschlecht, ehrlich. Bea, die noch immer krampfhaft versuchte, den stinkenden Rauchwolken auszuweichen, sah sich nach einem Fenster um, konnte jedoch keines entdecken. Sie seufzte schwer. Konzentrieren wir uns vorläufig nur auf den Blutdruck. Sie nehmen also regelmäßig Digitoxin? Natürlich, ohne das Medikament würde ich wie ein Silvesterknaller durch die Decke rauschen. Bea rutschte in ihrem Sessel nach vorn, sodass ihre Knie fast an die des Ortsvorstehers stießen. Herr Hulalka, das ist jetzt sehr wichtig. Fehlt etwas von diesem Medikament? Er nickte nachdenklich und kaute dabei an einem seiner Fingernägel. Merkwürdig, dass Sie das fragen. Vor kurzem habe ich mich dumm und dämlich danach gesucht. Die ganze Packung war wie vom Erdboden verschluckt. Ich habe ja gedacht, dass ich sie vielleicht nur verlegt habe. Ist die Schachtel wieder aufgetaucht? Nein, die muss durch ein schwarzes Loch gefallen sein. Jedenfalls musste ich mir ein neues Rezept ausstellen lassen. Ganz schön ärgerlich, kann ich Ihnen sagen. Er aschte erneut ab und nahm einen weiteren Zug von der Zigarette. Kann es vielleicht sein, dass das Medikament gestohlen wurde? Ach was, wer klaut denn bitte einen Beta-Blocker? Dreiste, skrupellose Mörder tun so etwas, dachte Bea. Kapitel 17 17 auf einen Streich Sven Grüneis wusste nicht, ob er lachen oder weinen sollte. Glück und Unglück liegen dicht beieinander, hieß es. Wie wahr, dachte er und schaute verdrossen zur Straße hinüber. Von seinem Traktor aus konnte er weit über die Felder und Wiesen sehen, durch die sich der asphaltierte Weg wie eine Blindschleiche schlängelte. Er konnte jetzt unmöglich fahren, so aufgewühlt, wie er war. Einerseits wollte er fast zerspringen vor Freude. Wenn er an Sarah Elflein dachte, dann tanzten seine Hormone Boogie-Wooogie. Auch der glückliche Ausgang von Fionas Niederkunft stimmte ihn froh. 15 gesunde und zuckersüße Ferkel waren kein alltägliches Geschenk. Andererseits war da ja noch sein Dachschaden und das war wirklich ein Problem, für das er keine Lösung wusste. Fakt war jedoch, ohne Geld kein neues Dach. Ohne Dach kein Haus. Ohne Bauernhaus kein Bauernhof. Keine süßen Ferkel. Und Sarah Elflein konnte er dann wohl auch abschreiben. Was wollte eine erfolgreiche Tierärztin schon von einem Bauern, der seinen Hof nicht halten konnte? Wenn er nur Bea um Rat fragen könnte. Doch bevor er sein kriminalistisches Soll nicht erfüllt hatte, wollte er ihr nicht unter die Augen treten. Er hatte ihr versprochen, die Erdmanns zu beschatten und herauszufinden, ob sich der Verdacht gegen sie erhärtete. Schließlich war er es, der die Erdmanns für dringend tatverdächtig hielt. Ja, er war sich beinahe sicher, dass sie für die Morde verantwortlich waren. Entschlossen, dies auch zu beweisen, sprang er vom Sitz seines Traktors, holte seinen treuen Drahtesel aus dem Schuppen und strampelte los. Der Fahrtwind war angenehm kühl und pustete ihm den Kopf frei. Während er in zügigem Tempo über die verlassene Landstraße fuhr, dachte er nach, wie er nun eigentlich vorgehen wollte. Einfach nur hinsetzen und abwarten, was passieren würde, kam jedenfalls nicht in Frage, schon aus zeitlichen Gründen. Lehrbuch, Meinung, hin oder her, es war höchste Eisenbahn der Theorie, den Rücken zuzukehren und endlich auf seinen Instinkt zu hören. In dieser Situation war nur eines sinnvoll, nämlich die direkte Konfrontation. Derart berauscht von seinem eigenen Tatendrang hielt er vor dem Haus der Erdmanns an. Das Geschäft war geschlossen, was recht ungewöhnlich für einen Donnerstagnachmittag war. Deshalb wandte er sich gleich der Haustür zu. Obwohl sie etwa eine Handbreit offen stand, drückte er erst einmal auf die Klingel. Dann, als keine Reaktion erfolgte, probierte er es mit Klopfen. Doch auch hier regte sich nichts. Also schob er die Tür auf und trat ein. »Hallo?« rief er in den leeren Flur hinein, an dessen Ende eine steile Treppe in das erste Stockwerk führte. Ein ungutes Gefühl kroch ihm von den Hasenfüßen die Beine hoch. Erlebte er gerade ein Déjà-vu? Hatte er das nicht schon im Wirtshaus zum goldenen Lamm durchgemacht? »Hallo, bitte nicht schon wieder eine Leiche!«, flehte er innerlich. Mit butterweichen Knien erklomm er Stufe um Stufe, bis er mitten in der Erdmannschen Wohnung stand. Es gab keine Leichen. Das registrierte er als erstes. Es gab aber auch sonst nichts. Keine Schränke, keine Tische, keine Stühle oder sonstiges Mobiliar. Keine Lampen, keine Spüle, keinen Fernseher, nichts. Nur ein fleckiger, ausgebleichter Kurzflorteppich, von dem man nicht sagen konnte, was einmal seine Originalfarbe gewesen war. Und die Schatten von Bildern an der Tapete zeugten noch davon, dass hier tatsächlich einmal Menschen gelebt hatten. Sven Grüneis biss sich auf die Unterlippe. Er war zu spät gekommen. Die Erdmanns waren mit Sack und Pack verschwunden. Für Sven kam diese Flucht einem Schuldeingeständnis gleich. Weshalb sollte man sonst Hals über Kopf sein Zuhause verlassen, wenn man nicht einen Riesenhaufen Dreck am Stecken hatte? Doch weit würden die Erdmanns bestimmt nicht kommen. Wenn er sie in seiner Dienststelle gleich zur Fahndung ausgeschrieben hatte, würden sie, falls nicht schon in den nächsten Stunden, dann auf jeden Fall in den nächsten Tagen gefasst werden. Eine vierköpfige Familie konnte nicht einfach so von der Bildfläche verschwinden. Irgendjemandem waren sie bei ihrer Flucht bestimmt aufgefallen. Er schwang sich aufs Fahrrad und trat in die Pedale. Am Rübenacker angekommen, musste Sven Grüneis feststellen, dass noch weit mehr als nur die Erdmanns verschwunden waren. Die Dienstbaracke, in der er so viele Stunden abgesessen hatte, war dem Erdboden gleichgemacht. Vor Schräg fiel er fast vom Fahrrad. Er sprang ab und eilte zu der Stelle, wo einst sein Arbeitsplatz gewesen war, fand jedoch nur verbrannte Erde und einen großen Haufen verkohlter Überreste vor, der noch ordentlich zischte und knackte und heiße Funken versprühte. »Verflixt und zugenäht«, schimpfte Sven Grüneis und kickte mit dem Fuß einen kleinen Stein beiseite. »Gab es denn nichts mehr, auf das man sich verlassen konnte? Womit hatte er es verdient, dass ihm das Schicksal in einem Fort Steine in den Weg legte? Dass den Brand noch niemand im Dorf bemerkt hatte, musste daran liegen, dass der Rübenacker etwas außerhalb lag und der Wind den Rauch in die entgegengesetzte Richtung geweht hatte. Sein Blick wanderte über den Acker und fiel auf eine einzelne Kuh, die in einiger Entfernung wie eine Bronzefigur dastand und ihn neugierig beäugte. Er hatte sie schon ein paar Mal hier herumstreifen sehen, aber heute fragte er sich zum ersten Mal, wem das Tier wohl gehörte. Wer bitteschön ließ eine seiner Kühe Mutterseelen allein durch die Weltgeschichte spazieren gehen? Kein Landwirt würde so etwas Schwachsinniges tun. Was wiederum bedeuten musste, dass die Kuh überhaupt keinen Besitzer hatte. Doch das klang noch viel absurder. Langsam, wie in Zeitlupe, ging er auf sie zu. Sie stand noch immer wie angewurzelt da und schaute ihn an. Als er sich ihr bis auf wenige Meter genähert hatte, senkte sie den Kopf und tat beschäftigt, so als suchte sie den Acker nach etwas Essbarem ab. Das saftige Gras, das auf den an den Acker angrenzenden Weiden spross, schien sie komplett zu ignorieren. Sven Grüneis musterte die Kuh voller Neugier. Da er die Gewohnheit hatte, Tiere und mitunter auch Pflanzen wie intelligente Lebewesen zu behandeln, sprach er sie direkt an. »Tachchen, du kannst mir wohl nicht zufällig sagen, was hier passiert ist, hm?« Die Kuh hob wieder den Kopf und blinzelte träge. Erst jetzt registrierte Sven, dass sie schielte. »Hm, zu dumm, dass wir nicht die gleiche Sprache sprechen, was?« »Ich könnte mir vorstellen, dass du eine Menge zu erzählen hast.« Er stand jetzt direkt vor ihr und schaute ihr in die schräg stehenden Kuhaugen. »Hast wohl auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel.« Sie beschnüffelte ihn wie ein Drogenspürhund. »Na, was ist, altes Mädchen? Hast du nicht Lust, mit zu mir zu kommen? Da gibt es jede Menge andere Kühe, einen warmen Stall und natürlich auch genügend Heu.« Das Geräusch, das Trudi von sich gab, klang wenig enthusiastisch. »Sehr gesellig bist du anscheinend nicht.« Er tätschelte ihr liebevoll die riesige Stirn. »Ach, komm schon, du kannst mir nicht erzählen, dass du gern für dich bist. Niemand ist gern allein.« Mit einem langen und widerborstigen Muhen wandte ihm die Kuh ihr Hinterteil zu. Ganz offensichtlich war sie anderer Meinung. Sein Blick fiel auf ihren ausgefransten Schweif, der wie ein Hypnosependel hin- und herschwang. Ein penetranter Fliegenschwarm wollte eben auf ihrer linken Gesäßbacke pausieren. Da schlug der Schweif auch schon zu und die Fliegen, siebzehn an der Zahl, fielen tot zu Boden. Schweingrüneis war schwer beeindruckt. Nun fiel ihm sein Dilemma wieder ein und plötzlich sah er, dass neben der Kuh auf der Wiese Müll lag. Er hielt es jedenfalls im ersten Moment für Müll. Irgendeine blöde Verpackung aus Plastik, die sich, anstatt zu verrotten, in winzigste Partikel zersetzen und den Boden dauerhaft verunreinigen würde. Dann erkannte er, dass es gar keine Plastikverpackung war, sondern ein Stück zerknülltes und aufgeweichtes Papier. Vorsichtig hob er es auf. Obwohl es feucht und zerknittert war, erkannte er sofort, dass es sich um ein Fax von der Bad Frankenberger Polizeidienststelle handelte. Die maschinell geschriebene Nachricht war noch gut lesbar. Was da stand, traf ihn wie ein Schlag ins Gesicht. Die Erdmanns hatten ein wasserdichtes Alibi. Kapitel 18 1,8 Promille Ich habe das Gefühl, wir treten auf der Stelle, sagte Bea seufzend, als sie sich mit Sven Grüneis über die Ergebnisse ihrer Nachforschungen ausgetauscht hatte. Geht mir genauso, gab der junge Polizist zu. Bisher hat jede Spur nur ins Leere geführt. Sie lehnten sich aus dem Küchenfenster des großen Bauernhauses und schauten in die abendliche Idylle hinaus. Die untergehende Sonne hatte das ländliche Panorama in ein gigantisches Farbspektakel verwandelt. Der Himmel glich einer riesigen, bemalten Leinwand, die an Werner Tübkes Bauernaufstand erinnerte. Die grauen und dunkelvioletten Wolkenfetzen sahen aus wie schemenhafte Figuren, die in einer glutroten Umgebung ihrer düsteren Bestimmung folgten. Im Inneren der Küche saß Borwin van der Loa an einem robusten Eichentisch und schnippelte Gemüse. Ohne dabei den Backofen aus den Augen zu lassen, in dem ein köstlicher katalanischer Kartoffelauflauf gratinierte, würfelte er Zwiebeln, viertelte Tomaten und schnitt grüne Paprikaschoten in hauchdünne Streifen. Auf dem Herd köchelte in einem großen, gusseisernen Topf ein herrlich duftendes Kaninchen-Ragout. Nur keine Bange, beschwichtigte er seine Freunde und wischte sich die Tränen fort, welche die reizenden Zwiebeldämpfe erzeugt hatten. Ich bereite uns ein paar leckere Happen zu, wir trinken ein Gläschen und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Ihr werdet schon sehen. Bea drehte sich zu ihm um. Ein Gläschen wäre jetzt wirklich nicht zu verachten. Was steht denn auf dem Programm? Borwin Wandelower griff in die große Pappschachtel, die er mitgebracht hatte und die zu seinen Füßen stand. Er zog mehrere Flaschen heraus und stellte sie auf den Tisch. Als Aperitif gibt es einen Fino-Sherry, danach einen trockenen Rotwein aus La Mancha und als Digestif einen Brandy. Genau in der Reihenfolge freute sich Bea. Der passionierte Hobbykoch zauberte drei schöne Sherry-Gläser aus einem flachen Weidenkorb hervor, öffnete eine der Flaschen und schenkte ein. Für mich besser nichts, sagte Sven Grüneis, der sich mit Bea an den Tisch begeben hatte. Ich bin Alkohol nicht besonders gewohnt. Ach, kommen Sie, meinte Bea, ein Schlückchen werden Sie doch mal probieren. Ein guter Sherry ist das reinste Wunderelixier. Da hat sie recht, pflichtete er Borwin-Wandelohr bei, und ein Genuss ist er außerdem. Sven Grüneis betrachtete skeptisch die blassgelbe Flüssigkeit. Ach, meinetwegen. Sie prosteten sich zu und probierten das edle Getränk. Mh, machte Borwin-Wandelohr, dieses finessenreiche Bouquet. Mh, riecht ihr auch die reifen Äpfel? Mh, und an dieser mildwürzige, im Abgang diskret herbe Geschmack, der an geröstete Nüsse erinnert? Sven Grüneis runzelte die Stirn. Äpfel? Nüsse? Im Abgang diskret herbe? Damit konnte er beim besten Willen nichts anfangen. Ja, gar nicht übel, murmelte er. Nichts übel? ereiferte sich der Sommelier und wirbelte zum Herd, um das Essen ein weiteres Mal abzuschmecken. Das ist eine Delikatesse, nichts übel. Sven Grüneis beachtete ihn nicht weiter. Ich kann immer noch nicht glauben, dass die Erdmanns nicht für die Morde verantwortlich sein sollen, griff er das leidvolle Thema von Neuem auf. Was genau stand denn eigentlich in dem Fax aus Bad Frankenberg? fragte Bea. Da stand, dass gegen die Erdmanns eine Anzeige wegen Diebstahls und Leichenflederei vorliegt. Laut Aussage eines Augenzeugen sollen sie am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr im Nachbardorf Tannenglück noch beim Abtransport einer Verstorbenen den Sarg geöffnet und einen silbernen Ring entwendet haben. In der Öffentlichkeit, wie dreist! Die konnten den Hals wohl nicht vollbekommen. Aber wie dem auch sei, damit haben sie tatsächlich ein lupenreines Alibi. Man kann nicht gleichzeitig hier morden und da flädern. Sven Grüneis nickte zustimmend. Ja. Und als wir Heidi Erdmann heute Morgen auf den Zahn gefühlt haben, wurde ihr sofort klar, dass ihre Schandtaten aufgeflogen sind. Und damit sie nicht zur Rechenschaft gezogen werden können, haben sie das Weite gesucht. Wie sie das so schnell geschafft haben, ist mir ein absolutes Rätsel. Vermutlich haben sie sie knapp verpasst. Bea trank ihr Glas mit einem Zug leer und warf einen Blick auf Dr. Jekyll, der unweit des Tisches auf einem Freisitz aus Kaffeeholz hockte und zufrieden an einem Hirsekolben knabberte. Ich bin jedenfalls heilfroh, dass für Henriettas Bestattung die Ruhebrüder zuständig waren. Der junge Polizist schüttelte sich. Tut mir leid, doch ich finde diesen Gedanken auch nicht sehr erbaulich. Jedenfalls haben wir nun keinen Verdächtigen mehr auf unserer Liste. Ach, so sieht es leider aus. Borwin Wandelow kehrte dem Herd den Rücken und baute sich vor ihnen auf. Jetzt ist aber Schluss mit dem Trübsalblasen. Trübsalblasen, ihr bietet ja ein Bild des Jammers. Wenden wir uns endlich angenehmeren Dingen zu. Mit diesen Worten dekantierte er den Rotwein und klapperte emsig mit dem Geschirr. Wenig später schmatzten alle drei um die Wette. Sherry, Rotwein und das exzellente Mal zeigten bald Wirkung und tatsächlich besserte sich die allgemeine Laune. Besonders Sven wurde zunehmend gesprächiger. Er erzählte von seiner Odyssee auf dem Dach, von der Geburt der 15 rosigen Schweinchen und von der attraktiven Tierärztin, die er nicht mehr aus dem Kopf bekam. Bea klatschte begeistert in die Hände. Sehen Sie, ich wusste, dass früher oder später die Liebe an ihre Tür klopfen wird. Erwidert sie denn ihre Gefühle? Äh, also ich weiß nicht so recht. Was ist denn Ihr Plan? Sven sah sie hilfesuchend an. Sie haben gar keinen Plan. Ich habe Angst, dass ich es vermassle. Also versuchen Sie es gar nicht erst? Dann kann ich wenigstens noch davon träumen. Aber Sven, Träume sind doch dazu da, sie zu verwirklichen, mischte sich Borwin Wandeloh in das Gespräch. Richtig, pflichtete ihm Bea bei. Wenn dir wirklich was an ihr liegt, dann ergreif deine Chance, fügte der Papier hinzu. Gut, wenn ihr mir noch sagt, wie? Das Herz einer Frau gewinnt man mit Poesie. Schreiben Sie ihr doch ein Gedicht, schlug Bea vor. Ist das nicht so altmodisch? Borwin Wandeloh eräusperte sich. Mein Rat ist Koch für sie. Liebe geht durch den Magen, sagt man ja, und wenn sie gutes Essen liebt, so wie du, dann seid ihr wie geschaffen füreinander. Das mag ja ein ganz netter Anfang sein, gab Bea zu bedenken, aber nur Essen alleine reicht nicht. Bringen Sie sie zum Lachen, aber seien Sie nicht albern. Der junge Polizist nickte aufmerksam. Zeigen Sie ihr, dass Sie an ihr interessiert sind, aber werden Sie bloß nicht aufdringlich. Wieder nickte Sven Grüneis. Hoffentlich konnte er sich das alles merken. Borwin Wandeloh flitzte wieder durch die Küche und servierte neben einem Glas Brandy eine Crema Catalana als Dessert. Er füllte eine Miniaturausgabe seines Weidenkorbes mit kleingeschnittenem Obst und hängte ihn an der Sitzstange des Aras auf. »Ich wünsche einen guten Appetit, mein Herr Papagei«, sagte er wie ein Oberkellner und verbeugte sich. Dr. Jekyll plusterte sich auf und erinnerte so an eine Schneeäule. »Papagei? Quatsch!« »Äh«, machte Borwin Wandeloh. Bea klärte ihn auf. »Er glaubt, dass er ein Mensch ist«, »flüsterte sie so leise, dass der Ara sie nicht hören konnte.« Borwin Wandeloh machte eine entschuldigende Geste in Richtung des Vogels. »Ich meine natürlich mein sehr verehrter lieber Herr Dr. Jekyll.« Der Papagei krächzte zufrieden und Bea probierte dem Brandy. »Das ist Carlos I., Jahrgang 1983«, klärte Borwin Wandeloh sie auf, »wird unter anderem auch am spanischen Hof serviert.« »Köstlich! Schmeckt nach diskreten Nüssen und milden Äpfeln«, sagte Sven kichernd. Borwin warf ihm einen strafenden Blick zu. Sie lachten, sangen Seemannslieder und waren so ausgelassen und heiter wie schon lange nicht mehr. Als der Sherry, der Rotwein und der Brandy geleert waren, köpfte Borwin eine Gin-Flasche und mixte ihnen allen einen Gin-Tonic. Als Krönung gab er unter den staunenden Augen seiner Freunde in jedes Glas einen Eiswürfel in Form der Titanic hinein. »Wisst ihr, was der letzte Satz des Kapitäns der Titanic war?«, fragte er. Bea lächelte. Von allen berühmten letzten Sätzen hatte sie sich diesen besonders eingeprägt. »Etwas Eis für meinen Gin-Tonic, bitte!« Borwin nickte und erhob sein Glas. »Edward John Smith, großartiger Mann, mit einem großartigen Galgenhumor.« Auch Bea hob ihr Glas. Auf Kapitän Smith und seinen Galgenhumor. Sie stießen miteinander an und zechten weiter wie Knastbrüder. Selbst Sven, dessen Wangen sich inzwischen gerötet hatten, hielt mit seinen trinkfesten Freunden mit. »Sie ist es einfach!«, sagte er gerade halb zu sich selbst, halb zu den anderen, wobei ihm das Sprechen hörbar schwerer fiel. »Sie ist es!« »Ich war mir noch nie so sicher.« »Wix!« Bea betrachtete den schmelzenden Eiswürfel in ihrem Drink. Von dem stolzen Schiff war nur noch ein bescheidener Krabenkutter übrig. Sven klammerte sich an sein Glas. »Bestimmt hat sie daheim einen Mann mit Bart und Wohl... 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 Wohl was?« »Wohlschanzbierbauch.« »Ach was!«, meinte Bea. »Nicht gleich die Quinte ins Korn werfen.« »Korn?«, fragte Borwin. Bea winkte ab. »Nein, danke, ab noch.« Die Küche sah aus wie ein Schlachtfeld. Im Radio lief eine nächtliche Seelsorgesendung und die Kerzen waren allesamt heruntergebrannt. Auf der Fensterbank lag Dr. Jekyll in einen grauen Bollpullover gekuschelt und schnarchte laut. Borwin teilte den restlichen Gin Tonic unter ihnen auf und ergriff noch einmal sein Glas. Er schien von allen Anwesenden der Nüchternste zu sein. »Auf uns, liebe Freunde, auf uns und auf euch ganz besonders. Darauf, dass euch das Herz nicht schwer werde, was immer auch geschehen mag. Und denkt daran, den Mut verliert man nur, wenn man unterzuckert ist. Versprecht mir, dass ihr es in Zukunft nicht mehr so weit kommen lassen werdet.« Wie auf Kommando hoben Sven und Bea ihre Gläser und prosteten Borwins verschwommenen Umrissen zu. »Wir verbrechen es!« nuschelten sie wie aus einer Kehle. Kapitel 19 Der Kommissar in 19 Stücken Der pochende Schmerz in seinen Schläfen trieb Sven fast in den Wahnsinn. Es war, als traktierte ihn ein unsichtbarer, sadistischer Kobold im immer gleichen Takt mit einer Bratpfanne. Ein zweiter kleiner Wichtelmann schien in seinem Bauch mit Spitzenschuhen Polka zu tanzen. Sein Magen wollte sich am liebsten umdrehen. Ihm war speiübel. Nie wieder Alkohol, schwor er sich und hoffte inständig, dass er heute von Besuchen und unvorhergesehenen Vorfällen jeglicher Art verschont bleiben würde. Er warf sich ein schwall kaltes Wasser ins Gesicht und schluckte zwei Aspirin, die sein Körper jedoch ohne Umschweife wieder ins Freie katapultierte. Auf dem Weg zu den Stellen wich er den morgendlichen Sonnenstrahlen aus wie ein Vampir. Die Arbeit ging ihm ganz automatisch von der Hand, auch wenn er etwas langsamer war als gewöhnlich. Im Schweinestall tollte die rosige Ferkelschar durch das warme, weiche Stroh. Zufrieden sah er ihnen zu. Obwohl es erst zehn Uhr am Morgen war, stand die Sonne bereits hoch am Himmel und es widerstrebte Sven, auch nur einen Fuß ins Freie zu setzen. So ließ er sich in das frische Stroh fallen und war Augenblicke später eingeschlafen. Als er die Augen wieder aufschlug, bot sich ihm ein höchst sonderbarer Ausblick. Er saß auf dem Dach seines Hauses und hielt eine ungewöhnlich große Lupe in der Hand. Neben ihm hockte Sarah Äfflein mit einem Weidenkorb voller versenkter Rüben auf dem Schoß. Sie putzte hingebungsvoll das schwarze Gemüse, lächelte ihm vielsagend zu und deutete auf ein Geschehen, das sich in einiger Entfernung auf einem Acker abspielte. Sven konnte zunächst nur ein paar winzige Strichmännchen erkennen, doch dann fiel ihm die Lupe ein. Das Erste, was er durch das Glas sah, waren Beas feuerrote Haare. Sie schaute zu ihm hoch und winkte. »Alles wird gut!«, rief sie über den Acker hinweg. Trotz der Entfernung konnte er sie deutlich verstehen. »Ich hacke nur noch das Holz hier. Damit können wir dann das Dach reparieren.« Er sah das große, schwere Beil in ihrer Hand. Wie seine Lupe war auch dieser Gegenstand um ein Vielfaches größer, als er sein sollte. Sven kratzte sich irritiert am Kopf. Als er wieder durch das Vergrößerungsglas spähte, hatte Bea ihm den Rücken zugedreht und mit dem Beil zum Schlag ausgeholt. Es sauste nieder, traf jedoch keinen Holzklotz, sondern trennte fein säuberlich den Kopf von Kommissar Pfeiffer von dessen Rumpf. Sven schrie auf vor Entsetzen und Sarah Elflein strich ihn beruhigend durchs Haar. Doch es wurde noch grotesker. Während Bea den wehrlosen Kommissar in genau 19 Stücke hackte, erblickte Sven rechts von ihr einen offenen, dunkelroten Sarg, in dem der Bestatter Fernand Ruhr der Apothekersfrau Frieda Feigenbaum beim Liebesspiel das Blut aus dem Hals saugte. Erst jetzt bemerkte Sven, dass sich die unheimliche Szene auf dem zerfurchten Rübenacker abspielte und dass seine Dienstbaracke wie ein entscheidendes Detail eines perfekt ausgetüftelten Bühnenbilds ins Auge stach. Er hielt die Lupe direkt darauf und betrachtete wehmütig das heruntergekommene Häuschen. Mit einem Mal bohrten sich feine Sonnenstrahlen durch das dicke Glas seiner Lupe, bündelten sich und fielen auf das Gebäude. Noch im selben Moment entzündete der konzentrierte Lichtschein die trockenen Holzgiebel. Erschrocken fuhr Sven Grün, als zusammen da ihm sofort klar war, dass er den Brand verursacht hatte. Sven verstand die Welt nicht mehr. Nichts von dem, was er sah, ergab auch nur den geringsten Sinn. Ratlos blickte er Sarah Elflein an, die noch immer zu seiner Linken saß. Sie musterte ihn lächelnd und streckte ihm die Hand entgegen. Darin lag ein ockerfarbener Glückskeks. »Öffne ihn«, sagte sie, und es klang eher nach einem Befehl als nach einem Vorschlag. Zögernd nahm er den Keks und brach ihn entzwei. Das spröde Backwerk zerbröselte dabei in tausend Stücke. Zu seiner Überraschung kam diesmal kein kleiner Zettel mit einem weißen Sprüchlein zum Vorschein. Es war in der Tat höchst sonderbar und ihm stockte fast der Atem, als er den Inhalt entdeckte. Es war eine wunderschöne, perfekt geformte Herzmuschel. Ein lautes Geräusch riss ihn aus dem Schlaf. Er öffnete die Augen und blickte in das Antlitz des dicken Ebers Pitt, der ihn freundlich angrunzte. Mühsam kämpfte Sven grüneisig hoch. Er war schweißgebadet und seine Glieder schmerzten so fürchterlich, als wäre eine Planierraupe über ihn hinweggefahren. Das Geräusch wurde immer fordernder. Es kam von draußen und klang nach einer Autohupe. Sven klopfte sich die Strohhalme von der Kleidung und taumelte wie ein Leichtmatrose, der nach Jahren der Seefahrt zum ersten Mal wieder Land betritt in die frische Luft hinaus. Die Sonne war schon ein Stück weitergezogen, blendete ihn aber immer noch so sehr, dass er schützend den Arm vor die Augen hob. So konnte er den Mann nicht gleich erkennen, der aus dem Auto stieg und auf ihn zukam. Erst als er direkt vor ihm stand, wusste Sven, wer er war. Es war sein vorgesetzter, Kommissar Pfeiffer, in einem Stück, wie er erleichtert feststellte. Auch der Kopf saß wieder da, wo er hingehörte. Was ist denn los mit Ihnen? fuhr Pfeiffer ihn an. Ich versuche schon, den ganzen Vormittag Sie zu erreichen. Wieso gehen Sie nicht ans Telefon? Und jetzt hupe ich schon seit fast zehn Minuten. Mein Gott, geht es Ihnen nicht gut? Sie sehen ja aus, als hätten Sie einen Geist gesehen. Sven starrte noch immer mit glasigem Blick auf den Hals des Kommissars. Er musste wohl tatsächlich ein recht merkwürdiges Bild abgeben, wie er so dastand, schwankend wie ein Schiffsmast mit zerzausten Haaren und einem verquollenen, bartstoppeligen Gesicht. Sind Sie krank? erkundigte sich der Kommissar erneut. Sven nickte. Magendaum! stieß er zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor und Kommissar Pfeiffer wich gleich ein paar Schritte zurück. Ach du meine Güte, dann sollten Sie besser ins Bett gehen oder zum Arzt? Wieder nickte Sven. Eigentlich bin ich auch nur wegen des Feuers in der Hummelstichler Polizeidienststelle her. Pfeifers Worte klangen so harmlos, als wäre in der Baracke bloß eine Kerze niedergebrannt. Vermutlich Brandstiftung, fügte er ergänzend hinzu. Glaube ich nicht, knurrte Sven. Wie bitte? Kurt Pfeiffer traute seinen Ohren nicht. Es war das erste Mal, dass der junge Mann ihm widersprach. Wird wohl eher ein Kurzschluss in einem der veralteten Geräte gewesen sein. Naja, das wird sich alles noch herausstellen. Jedenfalls wird es vorerst das Beste sein, wenn Sie, sobald Sie wieder auf dem Damm sind, von zu Hause aus weiterarbeiten und selbstverständlich werden Sie mit der neuesten Bürokommunikation ausgestattet. Dann wollen Sie also, dass ich in dem Mordfällen weiterermittle? fragte Sven mit einer Spur von Hoffnung in der Stimme. Kommissar Pfeiffer sah ihn verdutzt an. Natürlich nicht. Der Mörder sitzt in Untersuchungshaft. Damit ist der Fall für uns abgeschlossen. Hat Herr Meuselböck denn gestanden? Nein, aber er wird schon noch auspacken. Alles eine Frage der Zeit. Sven seufzte tief. Der Kommissar, der diese Reaktion völlig falsch interpretierte, beschwichtigte ihn. Nur keine Sorge, wir sitzen am längeren Hebel. Sven lächelte gequält und wünschte sich, dass sein Vorgesetzter endlich wieder verschwinden würde. Er torkelte ein paar Schritte auf ihn zu und tat so, als würde er von einem heftigen Würganfall geschüttelt. Pfeiffer duckte sich und trat schleunigst den Rückweg an. Unternehmen Sie jedenfalls nichts, ohne vorher mit mir Rücksprache zu halten. Und kurieren Sie sich aus, rief er Sven noch zu, bevor er in seinen Wagen kletterte und davonfuhr. Der kleine Dorffriedhof war in ein sanftes, warmes Licht getaucht. Es fiel in dichten, goldenen Fäden auf das kurzgemähte Gras, das wie ein weicher Teppich den Boden bedeckte. Die gepflegten, mit glänzenden Granitsteinen eingefassten Gräber waren rund um die Kirche verteilt. Frische Blumen leuchteten in den schönsten Farben. Die alten Bäume spendeten wohltuenden Schatten und flauschige Eichhörnchen eugten neugierig aus ihren Verstecken. Bea saß im Schneidersitz und mit einem Buch auf dem Schoß neben dem Grab ihrer Freundin und genoss die wohltuende Stille und Herrlichkeit dieses Ortes. Ein Totenacker hatte wirklich etwas zutiefst Beruhigendes. Er war der perfekte Rückzugsort, wann immer sie niedergeschlagen, entmutigt oder mit sich und der Welt im Unreinen war. Dann schlenderte sie durch die Reihen, las die Inschriften auf den Grabsteinen und überlegte, welche Schicksale sich wohl hinter den Namen verbargen. Sie kannte unzählige Friedhöfe auf der ganzen Welt und dieser war zweifellos einer der schönsten, den sie je gesehen hatte. Wie friedlich es hier war! Nicht nur der Friedhof, das ganze Dorf strahlte an diesem Freitagmittag eine unglaubliche Ruhe und Beschaulichkeit aus. So ganz anders, als die Ereignisse der vergangenen Tage es hätten vermuten lassen. Es war, als hielten die Menschen inne und kehrten der Hektik und der Schnelllebigkeit den Rücken zu. Für einen kurzen Augenblick drehte sich das Rad der Zeit anderswo weiter. »Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum du nach Hummelstich gekommen bist, Hetty,« sagte Bea leise. Sie legte das Buch zur Seite, nahm einen kleinen Handgrubber aus ihrer Tasche und lockerte damit vorsichtig die Erde auf. Es war schwerlich zu leugnen, dass dieser Ort über einen ganz besonderen Charme verfügte. »Mann, oh Mann, was hast du da bloß für einen spektakulären Abgang hingelegt?« flüsterte Bea, während sie das Grab mit roter Torfmürte, einer eissilbrigen Zwerglockentanne und chinesischem Säulenwachholder bepflanzte. Der Mord an Hetty war zweifellos der Prolog gewesen. Bea dachte an die anderen Protagonisten in diesem Stück, die ermordeten Wirtsleute, die sich als eiskaltes Erpresserpärchen entpuppt hatten, die zwielichtigen Erdmanns, die in einer Nacht- und Nebelaktion das Weite gesucht hatten. Der bornierte Kommissar, der den unschuldigen Metzger hinter Gitter gebracht hatte. Der einsame Halbtagspolizist, der noch grün hinter den Ohren, aber sehr liebenswert war. Der spielsüchtige Apotheker, der seine Frau in die Arme des blasshäutigen Bestatters getrieben hatte. Der an Hypertonie leidende Ortsvorsteher und sein rosafarbener Feldwebel und der korpulente, lustige Friseur, der so fabelhaft kochen und erzählen konnte und der das Herz am rechten Fleck hatte. Irgendeine Spur habe ich übersehen, murmelte sie. Und in diesem Moment wurde ihr klar, dass sie selbst eine Figur in diesem Stück war. Welches Ende die Geschichte nehmen würde, lag auch an ihr. Sie war in die Rolle der altersstarrsinnigen Detektivin geschlüpft, eine neue, aufregende Rolle, die sie bis zum Letzten auszukosten gedachte. Ich schwöre dir, Hattie, ich werde deinen Mörder finden und wenn ich für den Rest meines Lebens nach ihm suchen muss. Ja, sie würde ausharren und weiter nach dem Täter forschen, bis der letzte Vorhang gefallen war. Das war sie nicht nur Hattie schuldig, sondern auch ihren neuen Freunden, Borwin Wandelow und Sven Grüneis und nicht zuletzt auch sich selbst. Sie wollte gerade gehen, als sich die Kirchentür öffnete und ein Mann in einem schwarzen Talar ins Freie trat. Der nächste Akt des Schauspiels hatte offenbar begonnen. Natürlich, dachte Bea. Auch der Pfarrer war eine handelnde Figur in diesem Stück. Sie hatte ihn beinahe vergessen. Sieh schon wieder, murmelte Theodor Klingbein und warf ihr einen verärgerten Blick zu. Komisch, genau das Gleiche habe ich auch gerade gedacht, sagte Bea betont fröhlich. Vor Schreck hatte sie ihr Buch einen kriminaltechnischen Ratgeber aus Hatties Sammlung mit dem Titel Mordermittlung 2.0 fallen lassen. Der Pfarrer hob es auf, betrachtete kurz das Cover und schnaubte verächtlich. Dann drückte er es ihr in die Hände und musterte sie wie ein lästiges Insekt. Sie bringen also noch immer Unruhe in meine Gemeinde. Es war eine Feststellung, keine Frage. Bea verschränkte die Arme hinter dem Rücken und wippte mit den Füßen auf und ab. Ach, wissen Sie, ein bisschen Unruhe hat noch keinem geschadet. In den Augen des Pfarrers blitzte es ärgerlich. Sie gehören zu den ganz verirrten Schäflein? Seine Stimme war trotz der salbungsvollen Wortwahl so kalt wie eine Gruft. Bea lächelte. Ach ja? Dann wollen Sie mich also auf den rechten Weg zurückbringen? Theodor Klingbein schnaubte. Bei Ihnen ist Hopfen und Malz verloren. Wieder blieb Bea völlig ruhig. Um nichts in der Welt würde sie sich von diesem Schwarzrock provozieren lassen. Vielmehr würde sie ihn aus der Reserve locken. Ja, da könnten Sie recht haben, sagte sie in liebenswürdigem Ton. Der Pfarrer errötete vor Ärger. Eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr als... Er brach unvermittelt ab. Als was? Fragte Bea. Sie spürte ein vertrautes Kribbeln in den Fingerspitzen. Das Gesicht des Pfarrers war nun wutverzerrt. Als dass eine Ketzerin wie sie in den Himmel kommt. Beas Augen funkelten. Sie lachte. Wie schon gesagt, ich gebe Ihnen vollkommen recht. Ach, gehen Sie doch dahin, wo der Pfeffer wächst. Theodor Klingbein machte auf dem Absatz kehrt und stapfte zwischen den Gräbern in Richtung des kleinen Waldes davon. Was soll ich in Indien? rief Bea ihm hinterher. Ihre Fingerspitzen kribbelten noch immer. Wie merkwürdig, dachte sie, ein Theologe sollte die Bibel doch in- und auswendig kennen. Aber wieso hatte sich Klingbein bei einem so einfachen Bibelzitat verhaspelt? Er hatte es eher wie eine Redensart dahergesagt. Der korrekte Vers lautete schließlich, eher geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt. Neues Testament, Markus-Evangelium. Würde ein Pfarrer eine Bibelstelle falsch zitieren, nur um sie jemanden beleidigend an den Kopf zu knallen? Würde ein Mann Gottes überhaupt jemanden bewusst beleidigen? Noch dazu grundlos? Seltsam, dieser Pfarrer. Irgendwas war da faul. Und Bea war fest entschlossen, Klingbein auf den Zahn zu fühlen. Kapitel 21 Zwei Kragarme für einen schiefen Kirchturm Der Turm der Oberkirche von Bad Frankenberg war das schrägste, was Bea je gesehen hatte. Tatsächlich war das 56 Meter hohe Wahrzeichen der alten Kur- und Salzsiedestadt sogar schiefer als der Turm von Pisa. Durch die unterschiedlichen Absenkungen des Bodens hatte die Kirchturmspitze bereits einen Überhang von viereinhalb Metern erreicht. Es sah so aus, als würde der Turm jeden Moment umfallen. Für Bea, die eine Schwäche für alles Schiefe und Krumme hatte, war es Liebe auf den ersten Blick. Verzückt betrachtete sie das imposante Bauwerk. Wenn es nicht so groß gewesen wäre, hätte sie es umarmt. Der Grund für ihren Besuch war jedoch kein touristischer. Nach ihrem Zusammenstoß mit Theodor Klingbein war sie entschlossen, mehr über den Pfarrer in Erfahrung zu bringen. Borwin hatte ihr erzählt, dass Klingbein nicht aus der Gegend stammte und erst vor einigen Jahren nach Hummelstich gezogen war. Mehr wusste er auch nicht über den Pfarrer. Und selbst Brunhilde Meuselböck, die Metzgersgattin, konnte keine weiteren Details aus der Vergangenheit des Pfarrers beitragen. So machte sich Bea also am Freitagnachmittag auf zur nächsten Anlaufstelle für ihre Nachforschungen, der Superintendentur in Bad Frankenberg. Dabei hatte sie sich zumindest optisch um Normalität bemüht und ihr schlichtestes Outfit angezogen, das aus einer orangefarbenen Karottenhose, einem gelben Blazer mit Kanarienvogelmuster und einem moosgrünen kleinen Filzhut bestand. Sie fühlte sich fast wie ein Mauerblümchen. Mit energischen Schritten betrat sie die kirchlichen Amtsräume, knallte die pinkfarbene Handtasche auf den Schreibtisch der verdutzten Sekretärin und erklärte, dass sie unbedingt und sofort mit einem Vorgesetzten sprechen müsse. Es sei wirklich außerordentlich wichtig. Die Sekretärin, die vor Schreck ganz blass um die Nase geworden war, griff zum Telefon, flüsterte kaum vernehmbar etwas in den Hörer, nickte dann mit irritiertem Blick Bea zu und deutete auf eine Tür im Holzfurnier links von ihr. Bea bedankte sich mit einem liebenswürdigen Lächeln, nahm die Handtasche wieder an sich und betrat das angrenzende Zimmer. Superintendentin Ariane Schwarz hatte kurzes, leicht erkrautes Haar, war Anfang 40 und eine gänzlich angenehme Erscheinung. Sie sah von ihrem Schreibtisch auf und bot Bea einen Platz in einem weichgepolsterten Sessel an. »Was kann ich für Sie tun?« fragte sie, nachdem Bea sich vorgestellt hatte und faltete die Hände auf dem Tisch. Bea nahm den Hut ab und strich sich durch das feuerrote Haar. »Meine Freundin Henrietta hat mir ihr Haus in Hummelstich vererbt und nun gehe ich ernsthaft mit dem Gedanken, schwanger dort hinzuziehen.« Sie ließ den Blick durch den großen Raum schweifen, In dunkelbraunen Holzregalen waren Bücher und Akten einsortiert, ein schwerer Messingleuchter hing von der Decke und auf einem kleinen Tisch in der Ecke stand ein frisches Blumengebinde. Am besten gefiel Bea jedoch ein spezielles, immer wiederkehrendes Motiv, ob als Zeichnung und Fotografie an den Wänden oder als Miniaturskulptur auf dem Schreibtisch. Der schiefe Kirchturm war allgegenwärtig. In voller Pracht konnte sie ihn sogar durch die hohen Fenster bewundern. »Allerdings ist das keine einfache Entscheidung für mich«, fuhr sie fort. »So ein Umzug stellt eine große Veränderung dar und will gut überlegt sein. Es gibt viel zu beachten. Ein besonders wichtiger Aspekt ist für mich zum Beispiel der seelsorgerische Beistand.« Ariane Schwarz nickte verständnisvoll. »Für die Gemeinde Hummelstich ist Pfarrer Klingbein verantwortlich. Haben Sie ihn denn schon kennengelernt?« Bea strahlte. »Ja, nach der Beisetzung meiner Freundin hat sich die Gelegenheit für ein Gespräch ergeben. Er macht einen sehr gebildeten und weltgewandten Eindruck auf mich. Zwar war eher das Gegenteil der Fall gewesen, doch Bea hatte so ein Gefühl, dass das Gespräch in diese Richtung laufen sollte.« »Kein Wunder«, sagte Ariane Schwarz, »er hat lange im Ausland gelebt und sich in vielen Teilen der Welt für soziale Projekte engagiert.« »Tatsächlich«, Bea tat so, als überraschte sie diese Information. »Bevor er hierher kam, war er 13 Jahre lang in der christlichen Mission in Brasilien tätig. Dort hat er unter anderem ein Drogenrehabilitationszentrum und eine Hilfsstation für Straßenkinder errichtet.« Bea beugte sich vor. »Das klingt ja spannend. Und was für ein Zufall. Ich habe selbst einige Reisen in dieses beeindruckende Land unternommen. Wo genau war denn diese Mission?« »Irgendwo im Süden, glaube ich.« »Moment«, sie tippte auf der Tastatur ihres Computers herum. »In Sao Bente do Sul.« »Ach, wie aufregend. Ist der Herr Pfarrer denn eigentlich verheiratet?« Ariane Schwarz runzelte die Stirn. »Ich dachte nur, vielleicht braucht er ja eine Hauswirtschaftlerin.« beeilte sich Bea hinzuzufügen. »Damit könnte ich mir gut meine Rente aufbessern. Wenn ich hierher ziehe, muss ich ja irgendwas machen. Ich will schließlich nicht den ganzen Tag zu Hause sitzen und Däumchen drehen.« »Ja, das kann ich verstehen.« Also, Herr Klingbein ist verwitwet. Seine Frau starb bei einem tragischen Unfall in Brasilien. Das war unter uns gesagt auch der Grund, weshalb er wieder nach Deutschland gekommen ist und sich derart zurückgezogen hat. »Am besten sprechen Sie selbst einmal mit ihm über Ihr Angebot. Ich finde, es ist wirklich eine gute Idee und kommt ihm bestimmt gelegen.« Bea klatschte in die Hände. »Das werde ich machen. Haben Sie vielen Dank.« Ariane Schwarz nickte ihr freundlich zu. »Gern geschehen.« Sie streckte ihr die Hand entgegen. Beas Augen waren jedoch schon wieder auf das Fenster gerichtet. »Verzeihen Sie meine Neugier, aber dieser schiefe Turm hier fasziniert mich.« Ariane Schwarz drehte den Kopf zur Seite und schaute ebenfalls kurz aus dem Fenster. »Ja, er ist eine Augenweide, nicht wahr?« »Doch leider ist er auch eines unserer größten Sorgenkinder.« »Er kippt nämlich unaufhaltsam weiter.« »Aber man wird ihn doch irgendwie stabilisieren können.« Bea war ernsthaft schockiert. »Tja, das ist nicht so einfach. Es wurden schon viele Versuche unternommen. Fest steht, dass eine Verfüllung des Baugrundes allein nicht ausreicht. Es gibt einen Rettungsplan, der eine Sicherungskonstruktion mit zwei stützenden Kragarmen vorsieht. Doch um dieses Projekt zu finanzieren, werden rund eine Million Euro benötigt. Geld, das weder die Stadt noch die Kirche aufbringen kann. Wir haben schon unglaublich viele Spenden erhalten, aber von der Million sind wir immer noch weit entfernt. Wenn wir die Summe in den nächsten sechs Monaten nicht zusammenbekommen, dann droht unserem Turm endgültig der Abriss. Als Bea das Büro von Ariane Schwarz verließ, war sie tief in Gedanken versunken. Von der Sekretärin, die ihr einen schüchternen Blick zuwarf, nahm sie deshalb kaum Notiz. Auch im Linienbus auf der Rückfahrt nach Hummelstich dachte Bea über den schiefen Turm nach. Dieses einzigartige Bauwerk abreißen, das durfte nicht geschehen. Irgendwie musste man das Geld doch zusammenbekommen. Bea beschloss, sich etwas einfallen zu lassen. Kapitel 22 22 Megahertz Sven Grüneis schaltete den Computer ein. Das Gerät war nur wenige Stunden nach dem Zusammentreffen mit dem Kommissar als Teil der Bürokommunikation, die ihm Pfeiffer versprochen hatte, geliefert worden. Von modernster Technik konnte jedoch überhaupt keine Rede sein. Vorsindflutlich traf es schon er. Der hellgraue Röhrenmonitor hatte jedenfalls schon etliche Jährchen auf dem Buckel. Auch nahm er zusammen mit der Tastatur fast zwei Drittel des Stubentisches ein. Sven blickte zu seinem Wandregal, das neben einigen geerbten Büchern viel Nippes enthielt und an dem Bea nun lehnte. Sie hing noch immer ihren Gedanken nach. Irgendetwas schien sie zu beschäftigen. Wie eine Traumwandlerin war sie vor einer halben Stunde auf dem Hof erschienen. Äußerlich war sie unverändert. Ihre schrille, farbenfrohe Kleidung leuchtete derart, als hätte sie in einem Regenbogen gebadet. Trotzdem war heute irgendetwas anders als sonst. Ob das die Nachwirkungen des gestrigen Gelages mit Borwin und ihm waren? Sie wirkte seltsam still und in sich gekehrt, als belastete sie etwas. Etwas, was nichts mit den Ereignissen in Hummelstich zu tun hatte. Minutenlang stand sie einfach nur da und starrte auf die Figuren und Miniaturbauwerke im Wandregal. Dann fing sie an, unruhig im Zimmer auf- und abzulaufen. Wir müssen Nachforschungen zu Theodor Klingbein anstellen, sagte sie schließlich. Können wir ihren Computer benutzen? Stolz wie ein andalusischer Autoverkäufer nickte Sven und Bea grenzte. Jetzt schien sie wieder ganz die Alte zu sein. Sven atmete auf. Sie zog sich einen gepolsterten Stuhl heran und setzte sich neben ihm vor den Computer. Zuerst müssen wir mehr über diese Mission in Südbrasilien herausfinden, bei der Klingbein angeblich so lange gearbeitet hat, sagte Bea. Sven gab die Schlagworte »Christliche Mission« und »Sau Bento do Sul« in eine Suchmaschine ein und drückte auf »Enter«. Dann warteten sie. Allem Anschein nach machte die Verarbeitung der Daten dem Arbeitsspeicher schwer zu schaffen. Sven wollte gerade aufstehen und einen Tee aufbrühen. Da erschienen die Ergebnisse. Zu ihrem Erstaunen verfügte die Mission über eine eigene Webseite, die in deutscher, englischer und portugiesischer Sprache abrufbar war. »Hervorragend«, rief Bea. »Da steht sogar eine Telefonnummer. Dann brauchen Sie ja jetzt nur noch dort anzurufen.« Sven erschrak. »Was sollte er tun? In Brasilien anrufen? Wieso?« Bea schien seine Gedanken zu erraten. »Wir müssen Klingbeins Lebenslauf überprüfen und die Station in Brasilien scheint mir dabei am wichtigsten zu sein.« Mit diesem Anruf können wir in Erfahrung bringen, ob Theodor Klingbein tatsächlich dort gearbeitet hat und, was noch viel wichtiger ist, ob Klingbein wirklich Klingbein ist. Wie kamen Sie denn jetzt darauf? Warum sollte der Pfarrer denn nicht der Pfarrer sein? »Fordern Sie auf jeden Fall ein Foto von ihm an. Als Polizist sind Sie Angestellter einer staatlichen Behörde. Man muss Ihnen Auskunft erteilen.« Sven wurde abwechselnd heiß und kalt. Er sah auf das schnurlose Telefon vor sich, als würde es gleich explodieren. Dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen, atmete tief durch und wählte die Nummer. »Sven Grüneis von der Deutschen Polizei. Sprechen Sie Deutsch?« »Wunderbar. Wir überprüfen gerade die Personalien von Theodor Klingbein. Ist es richtig, dass Herr Klingbein früher bei Ihnen gearbeitet hat?« Er lauschte aufmerksam. Dann nickte er Bea zu. »Ja, wir benötigen dringend ein Foto aus dieser Zeit,« sprach er weiter in den Hörer. »Könnten Sie uns bitte per E-Mail eins zusenden?« Nachdem er eine Antwort erhalten und seine E-Mail-Adresse durchgegeben hatte, bedankte er sich und legte auf. »Gut gemacht,« lobte ihn Bea und strahlte über das ganze Gesicht. »Sie schicken uns das Foto so schnell wie möglich. Manometer, ist das spannend.« »Ja, ich glaube, langsam kommt Bewegung in die Sache.« Sven sah auf die Uhr. »Ich müsste kurz nach den Ferkeln schauen.« »Oh ja,« rief Bea, »da komme ich mit.« Sie gingen in den Schweinestall und lugten vorsichtig in die Ferkelbox. Sowohl das Muttertier als auch die fünfzehn kleinen Ferkel lagen dösend im Stroh. Es war ein äußerst friedlicher Anblick, und in die behagliche Stille mischten sich nur wenige Geräusche. Das sanfte Seufzen der Sau und der ruhige, gleichmäßige Atem der Neugeborenen hatten etwas Beruhigendes. Irgendwo raschelte es leise. In diese idyllische Ruhe dröhnte plötzlich das laute Grunzen des Ebers Pitt, der in einer der angrenzenden Boxen auf ein Leckerli hoffte wie ein Presslufthammer. Die Sau hob erschrocken den Kopf, und einige der Ferkel blinzelten nervös, schliefen dann jedoch rasch wieder ein. Nur eines blieb wach und regte den kleinen Rüssel in die Luft. Es sah die beiden Menschen an, die sich neugierig zu ihm herunterbeugten. Wer bist du denn? flüsterte Bea, griff durch das Holzgatter und kraulte die winzigen Schweinsohren. Das ist Fips, sagte Sven. Fips, das fröhliche Ferkel. Bea schlüpfte in die Box, setzte sich ins Stroh, und das Schweinchen kletterte flink auf ihren Schoß. Ach, Fips, du rosiger Wonneproppen! Man könnte meinen, du wärst aus Marzipan. Sven ließ sich neben Bea nieder. Pass bloß auf, Fips, sie hat dich zum Fressen gern. Bea stieß ihm den Ellenbogen in die Rippen, konnte sich jedoch ein Kicher nicht verkneifen. Mal ehrlich, was passiert eigentlich mit diesen Schweinchen? Wenn sie groß sind, kommen sie zu Meuselböck. Bea's Miene verfinsterte sich. Offensichtlich gefiel ihr die Vorstellung, dass dieser süße Fratz einmal zu Würstchen verarbeitet werden würde, ganz und gar nicht. Für Sven war dies jedoch Normalität. Aus diesem Grund züchtete er die Tiere. Er dachte an Erwin Meuselböck, der noch immer im Gefängnis in U-Haft saß. Sie mussten den Metzger da rausholen, und sie hatten noch eine Menge Arbeit vor sich. Zurück in Svens Wohnzimmer stellten sie erfreut fest, dass die E-Mail mit dem Foto bereits angekommen war. Sven öffnete die Datei, und nach einer weiteren gefühlten Ewigkeit erschien das Bild. Dem Halbtagspolizisten klappte die Kinnlade herunter. Bis auf die Statur und die Haare hatte der Mann auf dem Foto nichts mit dem Pfarrer von Hummelstich gemein. Besonders die Gesichtspartie um Nase und Mund unterschied sich deutlich. »Hab ich's doch gewusst!«, Bea reckte triumphierend das Kinn in die Höhe. »Der Pfarrer ist ein faules Ei. Er ist nicht der Klingbein, der in Brasilien gearbeitet hat, aber wer ist er dann?« »Das ist tatsächlich die große Frage in diesem Rätsel.« Bea schaute den Computer skeptisch an. »Kommen Sie mit dem Ding auch an polizeiinterne Daten heran?« Sven Grüneis nickte. »Ja, kann aber etwas dauern. Nach was soll ich suchen? Wissen Sie noch, wann der Pfarrer seine Stelle in Hummelstich angetreten hat?« Sven überlegte. »Das muss im August vor drei Jahren gewesen sein. Seine Ankunft war ein ziemliches Ereignis im Dorf und wurde groß gefeiert. Dann sollten wir überprüfen, ob in dieser Zeit bzw. kurz vorher irgendwo ein Straftäter entflohen und von der Bildfläche verschwunden ist.« Svens Finger flogen nur so über die Tastatur. Wieder und wieder tippte er Begriffe und Zahlen ein, dann aber schüttelte er enttäuscht den Kopf. »Niemand, auf den die Beschreibung zutrifft.« »Mist«, murmelte Bea. Er stimmte ihr zu. »Wenn wir doch nur einen Anhaltspunkt hätten, einen Fingerabdruck oder so etwas.« Bea horchte auf, nahm ihre Tasche und holte ein Buch heraus. »Ein Fingerabdruck? Natürlich! Wieso bin ich da nicht selbst drauf gekommen? Dieses Buch hier hat der Pfarrer gestern kurz in der Hand gehabt.« Sven machte ein betrübtes Gesicht. »Leider habe ich nichts hier, womit man die Abdrücke sichern könnte.« Bea seufzte und sah ihn tadelnd an. »So etwas ist doch in jedem gut sortierten Haushalt zu finden. Alles, was wir dafür brauchen, sind ein Blatt Papier, etwas durchsichtiges Klebeband und gemahlene Gewürze. Curry oder Cayenne-Pfeffer sind ideal.« »Curry und Cayenne-Pfeffer«, dachte Sven. Er konnte sich nicht daran erinnern, das jemals in seinen Lehrbüchern gelesen zu haben. Bea trommelte ungeduldig auf der Tischplatte herum. »Sie werden doch Gewürze im Haus haben.« Als keine Antwort kam, fügte sie hinzu, »zur allergrößten Not geht auch Kohlenstaub.« Jetzt lächelte Sven. Er verließ den Raum und kehrte nach etwa zehn Minuten mit einem Schälchen voll schwarzem Pulver und den übrigen benötigten Utensilien zurück. Bea nickte zufrieden. Sie nahm die Sachen und stellte sie auf den Tisch. Dann kramte sie ihren Schminkpinsel aus der Handtasche. Vorsichtig trug sie mit dem Pinsel die pulverisierte Kohle auf den Buchumschlag auf. An den Stellen, an denen es haften blieb, drückte sie Klebestreifen an, strich darüber, zog sie ab und klebte sie auf einen Bogen Druckerpapier. So förderte sie insgesamt acht Fingerabdrücke zutage. Fünf davon waren jedoch so schmal und zierlich, dass es sich nur um Hatties oder ihre eigenen handeln konnte. Die übrigen drei waren wesentlich größer. Sie markierte die Abdrücke mit einem kleinen Kreuz und reichte Sven das Papier. Der junge Polizist staunte nicht schlecht über Beas Einfallsreichtum. »Echt klasse«, sagte er, scannte die betreffenden Abdrücke ein, öffnete die digitale Verbrecherkartei und startete den Suchlauf. Gebannt hielten beide den Atem an. Eine unendliche Vielzahl mehr oder weniger unscheinbarer Gesichter raste im Schnelldurchlauf an ihnen vorbei. Dann blieb das Bild urplötzlich stehen. Bea und Sven schnappten nach Luft. Ein etwa zehn Jahre jüngeres Abbild des falschen Pfarrers war auf dem Monitor erschienen. »Sein richtiger Name ist Andreas Knieriem«, las Sven. Er wurde wegen Einbruchs, schweren Raubes und Körperverletzung verurteilt und saß sechs Jahre in der Strafvollzugsanstalt Hannover. Nach seiner Entlassung ist er untergetaucht. Nun, wie wir wissen, ist er danach in die Rolle des unauffälligen Gemeindepfarrers geschlüpft. Aber was geschah mit dem echten Pfarrer, dem wahren Theodor Klingbein? Glauben Sie, dass Knieriem ihn ermordet hat? Das scheint die einzige logische Erklärung zu sein. Sven starrte betroffen auf seine Hände. »Ausgerechnet der Pfarrer?« »Das hätte ich nie gedacht«, ergriff zum Telefon. »Ich rufe am besten gleich Kommissar Pfeiffer an. Bea hielt ihn zurück. »Das sollten wir lieber lassen«, sagte sie und klang todernst. »Bis jetzt haben wir nichts Konkretes gegen ihn vorzuweisen. Alles, was wir wissen, ist, dass er die Identität eines anderen angenommen hat. Ich bin mir jetzt aber fast sicher, dass er hinter den Morden steckt und ich will, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird.« Sven sah sie unschlüssig an. »Aber wie sollen wir ihm das bloß nachweisen?« Bea lächelte verschmitzt. »Mitanalyst?« Kapitel 23 23 Sekunden Todesangst Dr. Jekyll legte den Kopf zur Seite. Mit seinem bunten Gefieder und den merkwürdig angewinkelten Flügeln erinnerte er an einen tierischen Zirkusclown, der empört die Arme in die Hüften gestemmt hatte. Er gab ein paar krächzende Laute von sich und trippelte ungeduldig auf dem Küchentisch hin und her. Sein Verhalten war ein einziger unausgesprochener Vorwurf. Bea ließ sich auf einen Stuhl fallen und sah kurz aus dem Fenster. Es war bereits dunkel. »Verzeih mir, mein Schatz, heute bist du eindeutig zu kurz gekommen.« Sie nahm einen Apfel aus der Obstschale, schälte ihn, schnitt ihn in kleine Stücke und hielt sie dem beleidigten Papagei hin. Doch der dachte gar nicht daran, ihr Friedensangebot anzunehmen, sondern marschierte quer über den Tisch, wandte er den Rücken zu und begann, eine Melodie zu pfeifen. Bea erkannte das Lied bereits nach den ersten Tönen. Es war die Moritat von Mackie Messer aus Berthold Brechts Drei-Groschen-Oper. Die Nummer ist wirklich zirkusreif, dachte sie und stimmte in die Melodie ein. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht und McKeef, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. Sie gab die Apfelstückchen in eine kleine Schale, füllte eine weitere mit Hirsekörnern und eine dritte mit frischem Wasser und stellte alles auf dem Küchentisch ab. Währenddessen sang sie, an dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie Messer nennt. So sangen, pfiffen und summten sie noch eine Weile vor sich hin. Dr. Jekyll, es tut mir wirklich leid, sagte Bea schließlich. Doch bitte sei jetzt nicht so eine beleidigte Leberwurst. Der Ara watschelte ein paar Schritte mit hocherhobenem Haupt über den Tisch und eugte neugierig in die Schälchen. Dann pickte er zaghaft ein paar Körner heraus und stocherte wie eine verwöhnte Diva in den Apfelstückchen herum. Bea ließ ihn gewähren und nahm sich ihr Notizbuch vor, um die Aufzeichnungen zu ordnen und durchzugehen. Sie war derart in Gedanken versunken, dass sie nicht bemerkte, wie im Flur das Licht erlosch. Als die Melodie von Mackie Messer erneut erklang, dachte sie zuerst, es wäre wie der Dr. Jekyll. Doch der Papagei war noch immer über die Schälchen gebeugt. Bea spitzte irritiert die Ohren. Das Pfeifen kam irgendwo aus dem Flur, der nun völlig im Dunkeln lag. Sie hielt inne. Es war jemand im Haus, das spürte sie mit jeder Faser ihres Körpers. Eine eisige Kälte kroch ihre Beine hinauf, sodass sie sich ganz steif und taub anfühlten. Sie versuchte, sich nur auf die Melodie zu konzentrieren. Plötzlich verstummte das Pfeifen. Bea starrte durch die offene Küchentür in den dunklen Flur. Da erschien eine Gestalt im Türrahmen. Bea fuhr die Angst in die Glieder. Der Eindringling war vollständig in schwarz gekleidet und hatte sich einen Nylonstrumpf und eine Skimaske über den Kopf gezogen, sodass sie sein Gesicht nicht erkennen konnte. In seinen Händen, die in schwarzen Lederhandschuhen steckten, hielt er ein dünnes Drahtseil. Die Furcht schnürte Bea beinahe die Kehle zu. Sie war vor Schreck wie gelähmt. Zwar wusste sie genau, wo das Filetiermesser lag. Auch die große, gusseiserne Bratpfanne hätte sie gut zu ihrer Verteidigung einsetzen können. Doch sie war weder fähig, sich zu bewegen, noch brachte sie auch nur einen einzigen Laut über die Lippen. Mit weit aufgerissenen Augen sah sie, wie der Maskierte langsam auf sie zukam. Er war gekommen, um sie umzubringen. Sophie war sicher. Er würde ihr den Draht um den Hals legen und so lange an den Enden ziehen, bis der letzte Funken Leben aus ihr gewichen war. Das Nächste, was sie wahrnahm, war ein ohrenbetäubendes, schrilles Kreischen. Dann sah sie, wie sich Dr. Jekyll vom Tisch abstieß, die Flügel ausbreitete und wie ein Wurfgeschoss im vermummten Gesicht des Angreifers landete. Dieser war so überrascht, dass er einen Satz zurückmachte, dabei über eine kleine Fußbank stolperte und das Gleichgewicht verlor. Er ruderte mit den Armen und stürzte zu Boden. Nun war Dr. Jekyll nicht mehr zu halten. Wie eine wilde Bestie hieb er mit Krallen und Schnabel auf das Gesicht des Mannes ein. Dabei zeterte er und schlug so heftig mit den Flügeln, dass man meinte, eine ganze Räuberbande prügelte sich durch die Küche. Bea stand noch immer wie erstarrt da. Sie konnte kaum glauben, was sie sah und wäre die Situation nicht so todernst gewesen, hätte sie vermutlich laut gelacht. Der Ringkampf zwischen Mensch und Papagei war tatsächlich das Bizarrste, was sie jemals gesehen hatte. Insbesondere da der Mensch, ohne Frage ein ausgewachsener Mann, dem Tier unterlegen war. Er packte den Papagei mit den Händen und versuchte, ihn sich vom Gesicht herunterzureißen, doch der Ara tobte und hackte derart, als wäre er der Vogel Roch höchstpersönlich. Bea ahnte, wer der Eindringling war. Sie brauchte gar nicht sein Gesicht zu sehen. Es war derselbe, der sich unter dem Deckmantel der vorgespielten Fürsorge und Barmherzigkeit zu verstecken versuchte. Andreas Knieriem war zweifellos ein eiskalter und gefährlicher Gegner und einer, der nichts zu verlieren hatte. Jetzt jedoch gab er jämmerliche Schmerzenslaute von sich, wälzte sich auf dem Boden hin und her und versuchte noch immer, den keifenden Vogel loszuwerden. Dabei stieß er eines der schmalen Regale um, sodass die Gläser, Tassen und Teller, die darin aufbewahrt wurden, allesamt herausfielen und in tausend Stücke zersprangen. Das Regal kippte nach vorn und krachte gegen die Blumenbank und so mischten sich Blätter, Blüten und feuchte Erde unter die Scherben. Der Angreifer wandte seine ganze Kraft darauf und mit einem letzten verzweifelten Ruck zerrte er den wütenden Papagei von sich, schleuderte ihn in den Raum hinein und floh wie ein gehetztes Tier aus dem Haus. Im selben Augenblick setzte eine gespenstische Stille ein. Bea hörte nur noch die wummernden Schläge ihres rasenden Herzens. Allmählich beruhigte sich ihr Puls. Sie schüttelte die Arme aus. Dann setzte sie vorsichtig einen Fuß vor den anderen. Unter ihren Sohlen knirschte das zerborstene Glas. Noch immer brachte sie keinen Ton heraus. Sie regte den Hals. Im Mitten des Raumes, zwischen verstreuten Alpenfeilchen und Pelagonien, zwischen umgestoßenen Blumenkübeln, nasser Erde und all den Scherben, hockte Dr. Jekyll. »Habagguck unglückshabagguck«, krächzte er mit zitternder Stimme. Dann brach er zusammen und blieb starr und regungslos liegen. Bea erschrak bis ins Mark und stürzte zu ihm. Behutsam hob sie ihn hoch, legte ihn auf den Küchentisch und strich vorsichtig über sein gerupftes Gefieder. Er lebte noch, schien nur ohnmächtig zu sein. Es fehlten zahlreiche Federn, doch das war das geringste Problem. Das Blut, das aus einer kleinen Wunde floss, der merkwürdig verbogene Flügel und nicht zuletzt der Kreislaufkollaps bereiteten ihr weitaus größere Sorgen. Dr. Jekyll hatte sie bis aufs Blut verteidigt. Er war tatsächlich ihr tapferster Gefährte. Kapitel 24 Formular Nummer 24 Sarah Elflein beugte sich über den Vogel. Er war noch immer ohne Bewusstsein, doch sein kleines Herz pochte stark und regelmäßig. Die Blutung am Rücken hatte aufgehört, offenbar war er nur oberflächlich verletzt worden. Vorsichtig betastete die Tierärztin den krummen Flügel. Da hatte unser kleiner Freund hier aber noch einmal Glück gehabt, sagte sie schließlich. Wie es aussieht, ist nichts gebrochen. Bea atmete hörbar auf. Das Blut am Schnabel und an den Krallen stammt demnach vom Täter, sagte Sven, der von Bea eine knappe Zusammenfassung der Geschehnisse erhalten hatte und nun Sarah Elflein über die Schulter schaute. Auf jeden Fall sollten wir davon eine Probe nehmen, um später gegebenenfalls einen DNA-Abgleich machen zu können. Er klang wie eines seiner Lehrbücher. Sarah Elflein nahm mit einem Wattestäbchen etwas von dem bereits getrockneten Blut an der linken Kralle auf und reichte es ihm mit einem Lächeln. Sven errötete und ließ das Stäbchen in ein verschließbares Plastiktütchen fallen. Ich schicke es morgen früh gleich zu Kommissar Pfeiffer und dann werden wir uns Andreas Knieriem vornehmen. Wenn er es war, brauchen wir uns nur sein Gesicht anzusehen. Aber wir können ihm noch immer nicht die Morde an Henrietta und den Schimmelpfennigs nachweisen, sagte Bea und klang dabei sehr niedergeschlagen. Sven verschränkte die Arme. Einbruch und versuchter Mord reichen definitiv aus, um ihn für längere Zeit in Gewahrsam zu nehmen. Außerdem ist er vorbestraft. Bestimmt gesteht er die Taten im Verhör. Sarah Elflein, die dem Papagei gerade eine Spritze verabreicht hatte, räusperte sich. Ich muss leider gleich weiter. Bauer Hubertus Stute erwartet heute Nacht ein Fohlen. Ich komme morgen noch mal vorbei und sehe nach unserem Patienten. Jetzt muss er sich erst einmal gründlich ausruhen. Sie klappte ihren Arztkoffer zu und winkte ihnen zum Abschied. Sven lächelte ihr zu. Haben Sie vielen herzlichen Dank, rief Bea ihr nach. Dann holte sie die Flasche mit dem Blutwurz Schnaps aus der Diele und goss etwas von der rotbraunen Flüssigkeit in ein Sherry-Glas. Sie sah Sven fragend an, doch der lehnte dankend ab. Er trat ans Fenster und sah von dort aus zu, wie Sarah Elflein vor dem Haus in ihr Auto stieg und davonfuhr. Bea trank ihr Glas in einem Zug aus, setzte sich auf einen Küchenstuhl und bettete Dr. Jekyll auf ihren Schoß. Sie wirkte erschöpft und mitgenommen. Sie können auf gar keinen Fall hierbleiben. Sven, der sich ihr wieder zugewandt hatte, wippte ungeduldig auf und ab. Es ist durchaus möglich, dass der Täter zurückkommt und es ein zweites Mal versucht. Und ihr Bodyguard ist erst mal außer Gefecht gesetzt. Ich fürchte, dieser Meuchelmörder muss sich zuerst um sich selbst kümmern. Der gute Dr. Jekyll hat ihn ganz schön massakriert. Ist mir egal. Ich werde sie heute Nacht jedenfalls nicht allein lassen. Bea genehmigte sich ein zweites Glas Blutwurz-Schnaps. Vielleicht sollten wir uns jetzt gleich noch um Knieriem kümmern, gab Sven zu bedenken, sonst ist er am Ende noch über alle Berge. Das glaube ich nicht. Mein Instinkt sagt mir, dass er noch immer hinter dem Messer-Set her ist. Ohne das wird er sicher nicht verschwinden. Immerhin hat er bereits drei Menschen getötet, um es in seinen Besitz zu bringen. Ein Grund mehr, weshalb sie nicht hierbleiben können. Ein Lächeln huschte über Beas Gesicht. Sie machen sich definitiv zu viele Sorgen um mich. Das soll wohl ein Witz sein? Der junge Polizist klang ernsthaft verärgert. Tut mir leid, sagte Bea. Sven verdrehte die Augen und seufzte. In Ordnung, schließen wir einen Kompromiss. Um Knieriem kümmern wir uns morgen früh. Dafür packen Sie jetzt ein paar Sachen zusammen und ziehen zu mir, bis wir den Täter dingfest gemacht haben und keine Gefahr mehr besteht. Bea blickte in ihr leeres Sherry-Glas. Natürlich war sie heilfroh über das Angebot. Zwar hasste sie es, anderen Leuten zur Last zu fallen, doch Sven Grüneis sah gerade ausnahmsweise einmal nicht so aus, als würde er einen Widerspruch dulden. Dieses neue und bestimmte Auftreten gefiel ihr, ebenso wie die liebevolle Fürsorge des jungen Mannes. Außerdem war sie entsetzlich müde und wollte einfach nur noch schlafen. Sie nahm einen Weidenkorb, stopfte ein kleines Kissen hinein und legte den schlafenden Ara behutsam darauf. Dann packte sie ihr Notizbuch, die Flasche mit dem Blutwurz-Schnaps, eine Zahnbürste und ein paar Wechselsachen in eine Tasche und nickte Sven zu. Intensiver Kaffeeduft kitzelte ihre Nase. Bea schlug die Augen auf. Sie lag in einem gemütlich möblierten Gästezimmer. Draußen hatte bereits die Morgendämmerung eingesetzt. Sven stand neben ihrem Bett und hielt ein Tablett mit einer Tasse Kaffee und einem belegten Brötchen in den Händen. »Guten Morgen. Tut mir leid, dass ich Sie so früh wecke, aber ich habe bereits mit Kommissar Pfeiffer telefoniert. Er wird in einer halben Stunde hier sein. Ich denke mal, dass Sie den Besuch bei Knierim nicht verpassen wollen.« »Um nichts auf der Welt«, sagte Bea und gehnte. Sie setzte sich auf und Sven stellte das Tablett auf ihrem Schoß ab. »Lassen Sie es sich schmecken.« »Wow, Sie sind wirklich ein Schatz.« Sven strahlte über das ganze Gesicht. »Dr. Jekyll ist übrigens schon wieder putzmunter. Er hat es sich auf dem Sofa bequem gemacht und prahlt mit seiner Heldentat.« Eine halbe Stunde später saßen Bea und Sven in der großen Küche des Bauernhauses Kommissar Pfeiffer gegenüber. Dieser war augenscheinlich schlechter Laune, was vermutlich nicht nur an der Tatsache lag, dass er an einem Samstagmorgen arbeiten musste. »Also was ist das nun wieder für eine Geschichte? Ein Raubüberfall?« Bea runzelte die Stirn. »Ich bin gestern Abend in meinem Haus überfallen worden. Die Absicht war jedoch nicht, mich zu berauben, sondern mich umzubringen.« »Aha. Können Sie Angaben zum Täter machen?« »Ja, der Täter ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Andreas Knieriem, ein verurteilter Verbrecher, der die Identität des Pfarrers Theodor Klingbein angenommen hat und seit Jahren unter diesem Namen hier lebt.« »Langsam, langsam, langsam«, rief Pfeiffer. »Sie haben den Täter also zweifelsfrei erkannt. Er ist der Einzige, der einen Grund hat.« »Haben Sie sein Gesicht gesehen?« »Nein, er war maskiert. Doch die Statur kommt hin.« »Aber Sie haben seine Stimme gehört?« »Er hat nichts gesagt, nein.« »Also mit anderen Worten, Sie wissen eigentlich gar nichts, und Ihre Verdächtigungen sind reine Spekulation.« »Und was bitte glauben Sie, sollen wir da ausrichten?« Jetzt mischte sich Sven ein. »Der Täter hat bei dem Kampf Verletzungen im Gesicht davongetragen, anhand derer wir ihn überführen können. Wir brauchen uns Andreas Knieriem ja nur einmal anzusehen.« Kommissar Pfeiffer schlug mit der flachen Hand auf den Tisch. »Grüneis, das ist reine Zeitverschwendung, was Sie hier veranstalten. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als respektable Dorfbewohner zu belästigen. Aber fallen Sie mir nicht ständig ins Wort. Protokollieren Sie lieber die Angabe der Dame und füllen Sie das Formular Nummer 24 für Einbruch und Hausfriedensbruch aus. Senden Sie mir die Dokumente am Montag per E-Mail zu, dann sehen wir weiter.« Damit stand er auf und verließ ohne ein weiteres Wort das Haus. Sven und Bea sahen sich an, als hätte man ihnen eine schallende Ohrfeige verpasst. »Die Polizei, dein Freund und Helfer«, murmelte Bea, »ist nicht persönlich gemeint.« »Tut mir echt leid, ich dachte wirklich, dass er etwas unternehmen würde.« »Schon gut, wir haben das Ganze angefangen, also bringen wir es auch zu Ende.« Sven machte ein entschlossenes Gesicht. »Ja, wir nehmen uns Knieriehm vor, und zwar jetzt gleich.« Es war gerade erst kurz nach halb neun, als sie an die Tür des Pfarrhauses klopften. Bea trat von einem Bein aufs andere. Ihre Wangen waren rot vor Aufregung, auch Sven war nervös. Zum ersten Mal seit Rosenmontag hatte er wieder seine Uniform angezogen und in der rechten Hand hielt er seine Dienstwaffe. Die linke hatte er zur Faust geballt. Die Tür wurde geöffnet und knarrte dabei so laut, als hätte sie einst zu einem Spukschloss gehört. Der falsche Pfarrer erschien wie ein finsterer Geist im Türrahmen. »Ja, bitte?« »Ach, sieh schon wieder.« Bea und Sven starrten mit offenem Mund in das Gesicht des Mannes. Es war heil und unversehrt. Kapitel 25 25 Kisten und Koffer »Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu!« Sven raufte sich die Haare. »Ich hätte meinen rechten Arm verwettet, dass sein Gesicht voller Blessuren ist.« »Wenn schnarrt,« krächzte Dr. Jekyll. Bis auf einige kahle Stellen sah er schon wieder ganz passabel aus. Er saß auf Beas Schulter und rieb den Kopf an ihrem Ohr. »Ich auch.« Bea blickte aus dem Fenster, durch das ein dichtes Bündel Sonnenstrahlen direkt in die Küche des Bauernhauses fiel. »Aber egal, er steckt dahinter, ich spüre es.« »Dann muss er einen Komplizen haben.« »Ja, das ist die einzige Erklärung.« »Und was jetzt?« Bea drehte sich um und Dr. Jekyll schwankte auf ihrer Schulter hin und her. »Möglicherweise ist der Komplize jemand, mit dem er im Gefängnis gesessen hat. Es wäre gut, wenn Sie in diese Richtung recherchieren könnten.« »Kein Problem. Was machen Sie inzwischen?« »Ich werde mal den Plan vorbereiten, mit dem wir Knieriemen öffentlich demaskieren werden. Ich denke mal, morgen wäre dafür ein guter Tag. Aber da findet das Mobsrennen statt. Und das ganze Dorf wird auf einem Platz versammelt sein, inklusive einiger Medienvertreter. Kann auf jeden Fall nicht schaden.« »Ich weiß ja nicht, was Sie vorhaben, aber keine Sorge. Morgen ist der Spuk vorüber, das verspreche ich Ihnen.« Es lag ein sonderbarer Glanz in ihren Augen. Sven musterte Bea neugierig. Er wusste nicht, was sie im Schilde führte, doch ihre Zuversicht machte ihm Mut. Kurz darauf kam Borwin vorbei mit nicht weniger als 25 Kisten und Koffern im Gepäck. Er war bepackt wie ein Esel. Wahrscheinlich wollte er wieder eine seiner Kochorgien veranstalten. Umso besser. Dann hatte Bea wenigstens Gesellschaft und Sven musste nicht die ganze Zeit ein Auge auf sie haben. Nachdem er seine Tiere versorgt hatte, setzte er sich an seinen altersschwachen Dienstcomputer und suchte nach möglichen Kontakten, die Knier ihm während seiner Gefängniszeit geknüpft haben konnte. Sven fand heraus, dass der falsche Pfarrer seine Zelle mit drei Männern geteilt hatte. Von diesen war einer bereits tot und einer saß noch immer im Gefängnis. Der dritte, ein gewisser Harry Kunz, der wegen Raubes und Erpressung gesessen hatte, war seit knapp drei Monaten wieder auf freiem Fuß. Sein aktueller Wohnsitz war angeblich Kassel. Und da er bei einem seiner früheren Verbrechen DNA in Form von Hautschuppen am Tatort hinterlassen hatte, war ein Abgleich eine einfache Sache. Sven steckte das eingetütete Wattestäbchen, mit dem sie etwas von dem Blut an Dr. Jekylls Kralle sichergestellt hatten, in einen Umschlag und schickte ihn per Kurier an das Kriminaltechnik-Labor. Anschließend rief er dort an, um der Sache den nötigen Nachdruck zu verleihen. Der Kollege versprach, sich bei ihm zu melden, sobald das Ergebnis vorlag, obwohl Wochenende war. Sven sah auf die Armbanduhr. Es war Viertel vor eins und in 15 Minuten hatte er eine Verabredung mit dem Ortsvorsteher, Carsten Hulalker, um die letzten Details für das morgige Großereignis abzusprechen. Beim Hinausgehen spähte er noch einmal kurz in die Küche, die sich aus irgendeinem Grund in einen Kostümfundus verwandelt hatte. Bea und Borwin saßen inmitten von Blusen, Röcken und Kleidern, hielten jeder ein Glas Sekt in der Hand und lachten sich über irgendetwas krumm und schief. Der Papagei thronte auf einem großen Samtkissen und sang ein unanständiges Lied. Sven, komm doch rein und trink einen Schluck mit uns, rief Borwin, der ihn bemerkt hatte. Nein, danke, ich habe noch jede Menge zu tun. Sven verabschiedete sich mit einer kurzen Geste, lief ohne einen weiteren Moment zu zögern aus dem Haus, schwang sich auf den Drahtesel und radelte los. Auf den Straßen des Dorfes herrschte für einen Samstagnachmittag absoluter Ausnahmezustand, wo normalerweise nur streunende Katzen entlang stromerten, wuselten und hetzten nun aufgeregte Zweibeiner durch die Gegend. Mehr als einmal konnte Sven mit seinem Rad nur knapp einer dieser menschlichen Dampfwalzen ausweichen. Beinahe wäre er somit Brunnhilde Meuselböck kollidiert, die ihr Haar auf riesige Lockenwickler gedreht hatte und ein schweres Kuchenblech schleppte. Vor der Apotheke waren zwei dickbäuchige Männer in eine angespannte Diskussion vertieft, hier und da erklangen lautes Poltern und Türenschlagen und in einem Hauseingang neben der geschlossenen Fleischerei weinte ein kleiner, rothaariger Junge. Sven kannte dieses sonderbare Verhalten der Dorfbewohner gut, es trat einmal jährlich immer um die gleiche Zeit auf und er wusste, das Beste, was man machen konnte, war, die Ruhe zu bewahren. Das ganze Jahr hindurch fieberten die Menschen dem Mopsrennen entgegen und nun, einen Tag vorher, lag so viel Spannung in der Luft, dass man eine Großstadt mit dem daraus gewonnenen Strom hätte versorgen können. Das Tüftlerdorf schlug regelrecht Funken. Bea lachte so schallend, dass das ganze Haus wackelte. Seit Borwins Besuch waren die Schrecken des missglückten Mordversuchs völlig verschwunden. In seiner Gegenwart fühlte sie sich so ausgelassen und unbeschwert, als wäre nichts passiert. Der morgige Sonntag lag wie ein rosafarbenes Zuckerwattewölkchen vor ihr. Sie konnte es kaum erwarten, den gemeinsam geschmiedeten Plan in die Tat umzusetzen. Borwin lächelte sie verschmitzt an. Jetzt war nur noch eins zu tun. Der Bad musste ab. Am späten Nachmittag, als wieder Ordnung in der Küche herrschte und alles an seinem Platz stand, kam Sarah Elflein vorbei, um noch einmal nach Dr. Jekyll zu schauen. Sie war überrascht, wie schnell sich sein Zustand gebessert hatte. Besonders freute sie sich über den gesunden Appetit des Papageis, denn sie hatte ihm Vitaminperlen mitgebracht, die er nun zärtlich aus ihrer Hand pickte. Bea zog eine kleine violette Pappschachtel aus ihrer Handtasche und hielt sie der jungen Tierärztin hin. Zum Dank, dass Sie sich so gut um Dr. Jekyll gekümmert haben, möchte ich Ihnen gerne einen Keks aus meiner Orakelbox schenken. Sarah Elflein freute sich wie ein Kind. Oh, wie aufregend! Ich liebe Glückskekse! Sie griff in die Schachtel und zog einen in Folie gewickelten Keks heraus. Ganz im Gegensatz zu Sven konnte sie es gar nicht erwarten, ihn zu öffnen. Sie entfernte die Verpackung, brach den Keks in zwei Hälften und zog den kleinen weißen Papierstreifen heraus. Darauf stand in einer zierlichen Handschrift ein einziger Satz geschrieben. Sie überflog ihn kurz, dann las sie laut, »Gesuchte Liebe ist gut, aber ungesucht geschenkt ist sie noch besser.« Beers Augen leuchteten und mit einem Mal sah sie der Grinsekatze aus Alice im Wunderland zum Verwechseln ähnlich. »Von wem stammt der Spruch?«, fragte Sarah Elflein und steckte sich die beiden Kekshälften in den Mund. »Von William Shakespeare, ein wahrer Meister der Worte«, Sarah Elflein kicherte und steckte den Papierstreifen in ihr Portemonnaie. Der Sportplatz von Hummelstich platzte tags darauf aus allen Nähten. Von überall her waren Besucher und Schaulustige angereist, die von dem ungewöhnlichen Ereignis gehört hatten und sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen wollten. Mittlerweile war das Mobsrennen nicht nur für die Hummelstichler eine beliebte Tradition, sondern zog auch jedes Jahr mehr und mehr Menschen aus den umliegenden Städten und Dörfern an. Im Zentrum des Interesses standen in diesem Jahr 26 ausgefallene Vehikel, die sich mit ihren stolzen Besitzern an Bord ordentlich aufgereiht auf einer grünen Wiese präsentierten. Viele waren der Jahreszeit entsprechend mit hellgrünen Blätterranken geschmückt, andere waren mit Luftballons, Wimpeln und Fahnen verziert. Scharen von Neugierigen drängten sich um die Gefährte, um sie wie seltene Museumsexponate zu begutachten und mit den Konstrukteuren zu fachsimpeln. Direkt neben dem Sportplatz war eine kleine Bühne aufgebaut, auf der eine 15-Mann-starke Blaskapelle Marschmusik spielte. Gegenüber, auf der anderen Seite des Sportfeldes, hatte man den Schankwagen sowie einen Grill platziert. Dort standen bereits gut drei Dutzend Menschen an, die fröhlich miteinander schwatzen und ihre Nase sehnsüchtig dem Duft von Bratwurst und Rostbrätel entgegenreckten. Hinter einer uralten Gulaschkanone stand Brunhilde Meuselböck und schöpfte mit einer riesengroßen Kelle Erbsensuppe auf die Teller. Ihre Haare, eine Pracht aus perfekt geformten Locken, hatte sie zu einem hübschen Kranz aufgesteckt. Nur wenige Meter entfernt begann der Kuchenbazar, wo der Verein der Hummelstichler Landfrauen eine schier endlose Auswahl leckerster Süßspeisen anbot. Der Sportplatz war außerdem von vielen kleinen Buden umringt. Da konnte man sich mit Bierkrug schieben, die Zeit vertreiben, Rosenbowle trinken oder Produkte des Korbmachers erwerben. Hinter einem Stand voller Kräuter und Gewürze pries ein untersetzter, kahlköpfiger Mann ein Unsterblichkeitskraut an. Zwei Buden weiter versprach eine dürre junge Frau Gesundheitschecks mithilfe eines Kristallpendels. Pünktlich um zehn Uhr begrüßte Carsten Hullalka die Zuschauer und gab den Startschuss für den Wettbewerb. Das Publikum hielt den Atem an, als sich die selbstgebauten Fahrzeuge geräuschvoll und jede Menge stinkender Abgase ausstoßend in Bewegung setzten. Zuerst wurde das Gefährt in der Kategorie Schnellster-Mobs gesucht. Dazu musste in kürzester Zeit eine gerade Strecke von 150 Metern zurückgelegt werden. Es folgte der Wettstreit um den kräftigsten Mobs. Dabei wurden nach dem K.O.-Prinzip zwei augenscheinlich gleichstarke Fahrzeuge mit einem Abschleppseil verbunden und wer es schaffte, den anderen aus dem gekennzeichneten Bereich zu ziehen, der hatte gewonnen. In der Kategorie gelenkigster Mobs musste ein mit Holzstämmen und Regenfässern errichteter Parcours abgefahren werden. Zum Schluss wurden der schönste Mobs sowie der Mobs des Jahres gekürt. Die dreiköpfige Jury, die aus Carsten Hullalker, dem Apotheker Karl Feigenbaum und dem Pfarrer Theodor Klingbein bestand, wandelte mit Klemmbrettern und Stiften bewaffnet über den Festplatz und nahm die Fahrzeuge kritisch in Augenschein. Die insgesamt größte Beachtung und damit auch die meisten Pokale erhielt Martin Gerber für seinen grün lackierten Gabelmops. Rein optisch waren Pfarrer und Gefährt kaum voneinander zu unterscheiden, denn beide sahen aus wie riesengroße Heuschrecken. Doch das skurrile Duo war nicht nur schön anzusehen. Aufgrund der Wendigkeit des Mobses siegte Gerber auch im Hindernisrennen. Und obwohl der Einzylinder-Mopedmotor den weitaus stärkeren Vier- und Sechszylinder-Motoren der Gelenkmöpse in Kraft und Ausdauer eigentlich unterlegen war, konnte er doch durch sein erheblich geringeres Gewicht in puncto Geschwindigkeit und Beschleunigung überzeugen. Als alle Urkunden, Pokale und Anstecknadeln verteilt waren, griff Karsten Hulalka erneut zum Mikrofon. Liebe Freunde, liebe Gäste, es ist mir eine große Ehre, nun einen Überraschungsgast anzukündigen. Ich habe selbst erst heute Morgen davon erfahren. Im selben Augenblick bog eine große schwarze Limousine um die Ecke und zog die Blicke aller Anwesenden auf sich. Fast geräuschlos glitt das elegante Fahrzeug heran und bahnte sich den Weg durch die staunende Menschenmenge. Die Leute rätselten, wer wohl in dem Auto sitzen mochte, und versuchten vergeblich durch die getönten Scheiben einen Blick ins Innere zu erhaschen. Hier und da hörte man Ausrufe der Bewunderung. Das wird vor allem Sie, lieber Theo, freuen, sagte Hulalka und zwinkerte Klingbein zu, der neben ihm auf der Bühne stand. Der Fahrer erbleichte. Die Limousine hielt neben der Bühne an und zuerst kletterte der Fahrer, ein junger Mann, mit schwarzem Anzug und Chauffeursmütze heraus. Er umrundete das Fahrzeug, öffnete die hintere Tür und half einer vornehm gekleideten Dame beim Aussteigen. Sie war klein und drall, mit schlanken Beinen, trug ein mondänes, royalblaues Kleid und einen großen, breitkrempigen Hut, an dem eine lange Feder steckte. Um ihren Hals und an ihren behandschuhten Fingern glänzten edelste Schmuckstücke. Offenbar war sie sehr wohlhabend. »Bitte begrüßen Sie ganz herzlich die Gräfin von Falkenstein«, rief Carsten Hulalka. Die Menge johlt und spendete so viel Applaus, als wäre Queen Elizabeth II. höchstpersönlich zu Besuch gekommen. Tatsächlich war das Publikum wie geblendet von der noblen, aristokratischen Ausstrahlung des so plötzlich erschienenen Ehrengastes. Auch glaubten viele, diese Frau schon einmal irgendwo gesehen zu haben. Carsten Hulalka griff nach Theodor Klingbeins Arm. »Unser über allemaßen geschätzter, hochverehrter Pfarrer ist nämlich ein wahrer Held«, rief er ins Mikrofon, um sich wieder Gehör zu verschaffen. Der Lärm ebte ab und die Zuschauer lauschten. Auf der Stirn des Pfarrers bildeten sich winzige Schweißtropfen. Vor einigen Jahren, als er noch in Brasilien lebte, hat er die Gräfin aus einer gefährlichen Notlage gerettet. Sie war Opfer eines hinterhältigen Überfalls geworden und er hat sich unter Einsatz seines Lebens den Unholden in den Weg gestellt. Das Publikum reagierte mit Bravo-Rufen und erneutem frenetischem Applaus. Der Pfarrer blickte panisch um sich. Nachdem die Gräfin wieder nach Deutschland zurückgekehrt ist, hat sie die neue Wirkungsstätte ihres Retters ausfindig gemacht und da sie gerade in der Gegend ist, möchte sie sich nun öffentlich für die vorbildliche Heldentat bedanken. Darüber hinaus möchte sie, als Zeichen ihres Dankes, unserem Dorf eine großzügige Spende machen. Unter dem donnernden, tosenden Applaus der Menschenmenge stieg die Gräfin die wenigen Stufen zur Bühne hoch. Sie hob zum Gruß, holt voll die Hand und schritt würdevoll, wie es sich für eine Dame ihres Standes gehörte, auf Karsten Hulalka zu. Der Ortsvorsteher hielt noch immer den Pfarrer am Arm fest, der nun krampfhaft auf seine Schuhe starrte. »Welch unermessliche Ehre, sie kennenzulernen, Gnädigste«, sagte Hulalka und vollführte eine tiefe Verbeugung, wobei er dem Pfarrer mit sich riss. Die Gräfin nickte wohlwollend. Sie kam noch einen Schritt näher und musterte den Pfarrer von oben bis unten. Dann wich sie plötzlich zurück. »Das ist er nicht«, rief sie und ließ mit ihren Worten, die voll bitterer Enttäuschung waren, das Publikum abrupt verstummen. »Das ist nicht Theodor Klingenbein«, erklärte sie noch lauter und entsetzter als zuvor. Die Menge hielt den Atem an. Alle starrten wie gebannt zu dem Mann mit dem weißen, ringförmigen Stehkragen über dem Hemd. »Das stimmt«, erscholl da eine Stimme aus dem Publikum. Mit einem einzigen Satz sprang Sven Grüneis auf die Bühne und packte den falschen Pfarrer am Handgelenk. »Der richtige Name dieses Mannes ist Andreas Knieriem.« Die Leute tauschten fragende Blicke. Sven ließ die Bombe platzen. »Er ist ein skrupelloser Verbrecher«, sagte er in das noch immer eingeschaltete Mikrofon. Nun hatte selbst der letzte Hummelstichler mitbekommen, dass sich auf der Bühne ein Skandal abspielte. In der Menge wurde es unruhig. Einige sahen verängstigt aus, andere schienen nicht glauben zu können, was sie gerade gehört hatten. Fotoapparate und Handys wurden gezückt. Überall erklang entsetztes Getuschel. Sven räusperte sich. Der eigentliche Zündstoff kam ja erst noch. Frau von Marstein und ich haben ihn schon eine ganze Weile beobachtet und unser Verdacht hat sich nun bestätigt. Dieser Mann ist der Mörder, nach dem wir suchen. Er hat Henrietta von Eichhorn sowie Bertha und Lutz Schimmelpfennig umgebracht. Unter den Menschen machte sich wilde Empörung breit. Carsten Hullalka sah aus, als würde er gleich in Ohnmacht fallen, und die Gräfin rümpfte voller Abscheu die gepuderte Nase, kehrte dem ganzen Geschehen den Rücken, stieg in ihre Limousine und fuhr wieder davon. »Nichts als haltlose Anschuldigungen«, schimpfte Knieriem. »Sie können mir nichts beweisen.« Darauf hatte Sven nur gewartet. Seit dem Anruf von der Kriminaltechnik, bei dem er erfahren hatte, dass der DNA-Abgleich einen Treffer gelandet hatte, wusste er, wie er Knieriem festnageln konnte. Leugnen ist zwecklos. Vor etwa einer Stunde ist Harry Kunz, ihr Komplize, verhaftet worden. Er hat bereits alles gestanden. Das war freilich bloß ein Blöw. Doch von Bea hatte er gelernt, dass ein solcher Trick manchmal wahre Wunder bewirken konnte. Und so war es auch diesmal. Andreas Knieriem riss sich das Kolar aus dem Kragen und funkelte die versammelte Menschenmenge böse an. »Ihr Kleingeister«, stieß er hervor, »ihr begriffsstutzigen Dumpfbacken! Ihr hattet ja überhaupt keine Ahnung, welchen Reichtum diese alte Schachtel in euer Dorf gebracht hat. Walnussgroße Edelsteine, alle zusammen ein Vermögen wert. Niemand von euch hätte dieser Versuchung widerstehen können.« Sven verstärkte den Griff um Knieriems Handgelenk und mit einem leisen Klicken schnappten nur Sekunden später die Handschellen zu. Mitten in der Menge sah Sarah Elflein mit leuchtenden Augen zu dem jungen Polizisten hinauf. Für einen Moment begegneten sich ihre Blicke und Sven lächelte ihr zu. Zum Glück konnte sie nicht sehen, dass seine Knie so weich wie Karamellpudding waren. Kapitel 27 27 Karat Bea zog einen imaginären Hut vom Kopf und vollführte eine Verbeugung, die fast bis auf den Boden reichte. »Eure Durchlaucht! Ihr wart phänomenal!« Auf dem samtenen Polster des Ohrensessels thronte Borwin Vandelor. Er hatte das royalblaue Kleid samt Korsett, die Handschuhe, den riesigen Hut mit Feder und die Absatzschuhe von sich geworfen und rieb sich die geschwollenen Füße. Nur der Schmuck und die dicke Mac-Abschicht im Gesicht erinnerten noch an die Maskerade. Er widelte affektiert mit der Hand. »Stets zu euren Diensten, gnädigste! Stets zu euren Diensten!« Bea brachte ihm die Tasche mit seiner Kleidung, die sie vorsorglich in ihrem Haus deponiert hatten, sowie einen Waschlappen und eine Schüssel mit warmem Wasser, damit er sich abschminken konnte. »Das ist doch vortrefflich gelaufen!« sagte sie. »Ja, und ein Spaß war es obendrein. Hast du ihre verzückten Gesichter gesehen, als ich auf die Bühne gestiegen bin? Ach, es war wie im Märchen, einfach unbezahlbar!« Er tunkte die Hände in die Waschschüssel und klatschte sich einen Schwallwasser ins Gesicht. »Das liegt daran, dass du ein großartiger Schauspieler bist. Du bist in der Rolle der Gräfin ja regelrecht aufgegangen. Ich glaube, dass niemand auch nur den geringsten Schimmer hatte, dass du in diesem altmodischen Fummel gesteckt hast.« Bea reichte ihm ein Handtuch und er rubbelte sich das Gesicht trocken. Jetzt sah er fast wieder aus wie vorher, nur der schwarze, gezwirbelte Schnurrbart fehlte. Sie köpften eine Flasche rubinroten Sekt und stießen auf die geglückte Scharade an. Wenig später klopfte es an der Haustür und Sven trat ein. Er strahlte über das ganze Gesicht. »Wir haben es geschafft!« rief er und hob triumphierend die Arme. »Knieriem hat gestanden und Kunz haben wir auch geschnappt!« Voller Übermut stürmte er auf Bea zu, stemmte sie in die Höhe und drehte sich mit ihr im Kreis. Sie lachte und als er sie wieder absetzte, küsste er sie auf die Wange. In seinen Augen explodierten die Endorphine wie Feuerwerkskörper. Bea schenkte ihm ein Glas Sekt ein und drückte ihn sanft auf das Sofa. »Jetzt hole erstmal Luft und dann schön der Reihe nach.« Zu ihrer Überraschung leerte er das Glas in einem Zug. Borwin kicherte. »Also, ich habe Knieriem zu Kommissar Pfeiffer nach Bad Frankenberg gebracht und dort hat er dann ausgepackt, hat uns die ganze Geschichte erzählt. Nach seiner Entlassung wollte er ein neues Leben anfangen, nicht als besserer Mensch, sondern als ein anderer. Er wollte eine Identität, die ihm Schutz gab, in der er nicht mehr der verurteilte Verbrecher war, sondern jemand, der nicht geächtet wurde und der nicht ununterbrochen im Visier der Polizei stand. Dann nahm er einen Anhalter mit, Theodor Klingbein, den echten Pfarrer. Der erzählte ihm seine ganze Lebensgeschichte von seinen Jahren im Ausland, vom Tod seiner Frau und von der angenehm ruhigen Stelle in Hummelstich, die er in wenigen Tagen antreten wollte. Die Tatsache, dass Klingbein keine Kinder oder sonstige Verwandte hatte, die ihn vermissen und suchen würden, spielte Knieriem natürlich in die Hände. Er erschlug den Pfarrer und versenkte die Leiche in einem Waldsee. Dann durchwühlte er den Koffer, den Klingbein dabei gehabt hatte, probierte die Kleidung an, die ihm wie angegossen passte, nahm die persönlichen Gegenstände des Pfarrers an sich und fuhr nach Hummelstich. Am Anfang war er skeptisch, ob man ihn nicht durchschauen würde. Deshalb zog er sich, so oft es ging, zurück. Sven hielt Bär noch einmal sein Sektglas hin, das sie mit einem Lächeln auffüllte. Er nahm einen großen Schluck, dann sprach er weiter. Mit der Zeit, als er merkte, dass man ihm die Rolle abkaufte und niemand ihm misstraute, entspannte er sich. Knieriem sagte, es sei die glücklichste Zeit seines Lebens gewesen und manchmal habe er sogar selbst vergessen, wer er eigentlich war. Dann zog Henrietta von Eichhorn ins Dorf und mit ihr eine Versuchung, der er nicht widerstehen konnte. Dass sie im Besitz seines wertvollen indischen Messersets war, wusste praktisch jeder, denn die Neuigkeit wurde von Tür zu Tür getratscht. Er dachte, dass es ziemlich ungerecht sei, dass ein Mensch, der sein Leben fast hinter sich hatte, auf so einem Reichtum saß. Und in ihm reifte der Entschluss, diesen Schatz an sich zu bringen. Ursprünglich hatte er die Absicht, einfach nur die Messer zu stehlen. Doch Henrietta war eine Stubenhockerin und nicht aus dem Haus zu locken. Er konnte nicht ungestört nach den Messern suchen, also ermordete er Frau von Eichhorn. Mit dem Herzmedikament, murmelte Bea betroffen. Ja. Er drang in einem unbeobachteten Moment in das Haus ein und löste heimlich das Digitoxin, das er ein paar Tage zuvor zu diesem Zweck aus Hullalkas Tasche gestohlen hatte, in Frau von Eichhorns Tee auf, der in der Küche zog. Nachdem Henrietta von Eichhorn ihn getrunken hatte und sich in ihrem Sessel nicht mehr rührte, durchsuchte er das ganze Haus. Doch die Messer fand er nicht. Aber nur ein paar Stunden später lag ein Erpresserschreiben in seinem Briefkasten. Die Schimmelpfennigs hatten ihn beim Verlassen des Hauses beobachtet und eins und eins zusammengezählt, als wenig später Frau Meuselböck die tote Henrietta fand. Sie schickten ihm noch am selben Tag den Erpresserbrief, der nur ein einziges Wort enthielt. Leichenfledderer. Sie hatten nämlich offenbar gar keine Ahnung, dass er Henrietta von Eichhorn umgebracht hatte, sondern dachten, er habe sich nur an ihrem Besitz bereichert. Das wiederum wusste Kneri ihm natürlich nicht. Er dachte, die Schimmelpfennigs hätten ihn überführt. Er hatte also ein riesengroßes Problem. Und wieder fiel ihm nur eine einzige Lösung ein. Mord. Borwin kratzte sich am Kinn. Die Beschreibung, Doppelmord der bestialischsten Sorte, trifft es wohl eher. Sven nickte nachdenklich. Mit der außerordentlichen Brutalität wollte er vom Mord an Henrietta ablenken. Genau das hatten wir ja vermutet, sagte Bea und bedeutete Sven mit einem kurzen Lächeln fortzufahren. Kneri beschaffte sich Erwin Meuselböcks Axt, um eine falsche Fährte zu legen und ihn in Verdacht zu bringen. Was bei Kommissar Pfeiffer ja auch bestens funktioniert hat. Nach seiner blutrünstigen Tat riss er noch schnell die ihn belastende Seite aus dem Erpresserbüchlein. Dann versuchte er erneut, das Messerset an sich zu bringen. Er sah Bea an und nahm ihre Hand. Er hat dich auf Schritt und Tritt verfolgt. Und als du bei Borwin warst, brach er bei dir ein. Da er die Objekte seiner Begierde wieder nicht finden konnte, verwüstete er das Wohnzimmer. Was ist mit dem Komplizen, diesem Harry Kunz? fragte Bea. War er von Anfang an in die Sache involviert? Nein, Kunz kam erst später dazu. Erst als Kneri dich aus dem Weg räumen wollte. Ich glaube, er hatte einfach Angst, dir persönlich gegenüberzutreten. Ist das dein Ernst? Ja, so sieht's aus. Du jagst skrupellosen Mördern Angst und Schrecken ein. Aber als wir gestern vor ihm gestanden und in sein unversehrtes Gesicht gestarrt haben, muss er sich ziemlich ins Fäustchen gelacht haben. Das kann ich mir vorstellen. Ich dachte wirklich, mich tritt ein Pferd. Bea schenkte noch eine Runde Sekt nach. Damit ist nun alles geklärt, sagte Sven und kippte die perlende Flüssigkeit beherzt in sich hinein. Alles bis auf eines, fügte Borwin hinzu. Bea nickte. Das Mysterium der verschwundenen Messer. Henrietta muss jedenfalls ein bombensicheres Versteck für sie gefunden haben. Auch ich habe sie bisher nicht finden können. Vielleicht hat das Versteck ja irgendwie mit dem Zirkus zu tun, schlug Borwin vor. Sie hat mir einen Brief geschrieben und darin stand, dass ich in der indischen Schatulle nachsehen soll. Die war aber leer. Borwin brach in schallendes Gelächter aus. Er lachte und lachte und kriegte sich gar nicht mehr ein. Was ist daran so komisch, wollte Bea wissen. Borwin wischte sich die Tränen aus dem Gesicht. Die indische Schatulle. Ein weiterer Lachanfall ließ seinen Körper erbeben. Bea und Sven sahen sich fragend an. Was ist denn damit? Mit einem leisen Hicks, veräppte Borwins Lachen. Jetzt hatte er sich einen Schluck auf eingehandelt. Die indische Schatulle. Findet bei verschiedenen Zirkusdarbietungen Hicks Verwendung. Es handelt sich dabei nämlich um eine Hicks Trickschachtel. Eine Trickschachtel, wiederholten Sven und Bea gleichzeitig. Hicks, machte Borwin. Ehe die Luft an und trank sieben kleine Schlucke Sekt. Ach, sagte er dann erleichtert. So ist es besser. Trickschachtel, hakte Bea ungeduldig nach. Also, diese Schatulle gibt nicht jedem ihr inneres Preis. Da ist mehr, als man auf den ersten Blick sieht. Er spricht noch immer in Rätseln, murmelte Sven. Bea sprang auf. Ein doppelter Boden, ist es das? Borwin klatschte vergnügt in die Hände. Sehr richtig, meine Liebe. Bea holte die türkisfarbene Box herbei und stellte sie auf den Couchtisch. Ganz langsam hob sie den Deckel und alle drei späten neugierig hinein. Die Schatulle war noch immer leer. Fort, rief Borwin plötzlich und deutete auf die untere rechte Ecke. Bea konnte einen kurzen, dünnen Faden erkennen. Sie zog daran ganz vorsichtig erst, denn sie fürchtete, dass er abreißen könnte. Als sich nichts rührte, zog sie fester und die Spitze der Ecke bewegte sich tatsächlich ein wenig nach oben. Sie zog weiter und hob so Millimeter für Millimeter den Boden an, bis sie ihn schließlich herausnehmen konnte. Im selben Augenblick kamen fünf zierlich geschwungene Wurfmesser zum Vorschein. Die schmalen Klingen glänzten, als wären sie eben erst poliert worden, und an jedem Griff funkelte ein walnussgroßer, geschliffener Edelstein. Da waren ein weißer Diamant, ein hellblauer Topaz, ein blutroter Rubin, ein dunkelgrüner Smaragd und ein kornblumenblauer Saphir. Eine ganze Weile standen Bea, Sven und Borwin wie angewurzelt da und bewunderten die schönen Steine. Dann legte Bea den doppelten Boden zurück in die Schatulle und klappte den Deckel wieder zu. Braucht noch jemand einen Schnaps? fragte sie. Sven und Borwin nickten beide nur. Offenbar hatte es ihnen die Sprache verschlagen. Was hast du jetzt damit vor? wollte Sven wissen, als er sich mithilfe von zwei Gläsern Blutwurzschnaps von dem Schreck erholt hatte und zeigte auf die Schatulle mit den Messern. Bea zuckte mit den Schultern. Ich weiß nur, dass ich sie nicht behalten werde. Zu viel Blut ist ihretwegen schon vergossen worden. Vielleicht kann ich mit dem Erlös etwas Gutes tun. Es gibt immer Projekte, die finanziert werden wollen. Das ist eine ausgezeichnete Idee, befand Borwin. Seine Aussprache war schon ein wenig verwaschen, zumindest kam es Bea so vor. Sven sah ihn mit einem Mal verwundert an und blinzelte, als wäre sein Sehvermögen getrübt. Hey, Borwin, was ist eigentlich mit deinem Bart passiert? Kapitel 28 28 Wochen später Auf dem Frühstückstisch dampften zwei Tassen Kaffee. Eine geschwungene Glaskaraffe war bis zum Rand mit frisch gepresstem Orangensaft gefüllt. Daneben stand ein großer, tönerner Topf mit selbstgemachter Marmelade. Sven Grüneis sog den köstlichen Duft von Toast mit Speck und Spiegeleiern ein und blickte liebevoll zu der schönen Frau, die ihm gegenüber saß. Der raue Herbstwind klatschte nasses, welkes Laub gegen die Fensterscheiben und pfiff eine stürmische Abschiedsmelodie. Für die kommenden Tage war Schnee vorausgesagt. Bald würde es Dezember sein und sie würden ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest feiern. Er und Sarah und das Kind, das sie erwartete. Sein Kind. Was war er doch für ein Glückspilz. Auch das marode Dach war repariert und sie standen finanziell so gut da, dass sie sich für die Feldarbeit sogar eine Hilfskraft hatten leisten können. Das alles hatten sie Bea von Marstein zu verdanken. Er dachte an ihr gemeinsames Abenteuer zurück und wusste, dass es ihn hatte stärker und reifer werden lassen. Tatsächlich war ihm, als wäre sein Rücken während der Ermittlung ein ganzes Stückchen breiter geworden. Von seinen Vorgesetzten war er für die Lösung der Mordfälle ausgezeichnet und befördert worden. Von überall her waren Stellenangebote ins Haus geflattert. Er hatte sie alle abgelehnt. Nichts auf der Welt würde ihn von hier wegbekommen. Hier war seine Familie, sein Zuhause. Das Leben in Hummelstich hatte wieder zur Normalität zurückgefunden. Das Wirtshaus war von den Heinemanns übernommen worden und lief besser als jemals zuvor. Die Mäuselböcks betrieben weiter ihre Metzgerei und gehörten zu den beliebtesten und angesehensten Bürgern im Dorf. Der Apotheker hatte sich mit seiner Frau versöhnt und wegen seiner Spielsucht eine Therapie begonnen. Die Ruhebrüder, die nun das Bestattungsmonopol im Dorf besaßen, hatten ein großes Fest organisiert und ihre zukünftige Kundschaft zu Wurst und Bier eingeladen. Eine Versuchung, der kein Dorfbewohner hatte widerstehen können. Selbst die vakante Pfarrstelle war mit einer jungen, engagierten Pastorin besetzt worden. Die Wunden, die das grausige Verbrechen in das Dorf gerissen hatte, halten langsam aber sicher ab. Trotzdem war Sven manchmal etwas wehmütig zumute. Am meisten vermisste er seine Freunde. Bea hatte nach der Klärung der Mordfälle nicht mehr lange gefackelt. Über das Auktionshaus Christie's in London hatte sie das indische Messerset zu Geld gemacht. Wie hoch der Erlös genau gewesen war, wusste er nicht, doch es musste eine staatliche Summe gewesen sein. Besonders bei dem dunkelblauen Kaschmir-Saphir hatte es sich offenbar um ein sehr seltenes und damit auch sehr wertvolles Juwel gehandelt. Jedenfalls hatte Bea ihm und Borwin eine äußerst großzügige Summe geschenkt. Borwin konnte sich davon eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung für seine kranke Mutter leisten und erfüllte sich den lang gehegten Traum einer Weltreise. Erst vor wenigen Tagen war ein Brief von ihm aus Marrakesch eingetroffen. Bea wiederum hatte eines Morgens an Svens Haustür geklingelt und ihn herzlich umarmt. Dann war sie in ihren Bücherbus gestiegen und so plötzlich verschwunden, wie sie aufgetaucht war. Das war jetzt fast zwei Monate her und seitdem hatte Sven nichts mehr von ihr gehört. Sie brauchte ihre Freiheit, das war ihm klar. Das Abenteuer, den Nervenkitzel, die ständige Herausforderung. Doch ein kleiner Hoffnungsschimmer in ihm blieb, denn sie hatte ihr Haus nicht verkauft. Vielleicht stand sie eines Tages mit ihren quietschbunten Klamotten und dem verrückten Papagei ja wieder vor den Toren von Hummelstich. Vielleicht? Nein, es musste vielmehr heißen, bestimmt. Das ist ja toll, rief Sarah und riss ihn aus den Gedanken. Sie hatte die Tageszeitung aufgeschlagen und war über einen großen Artikel auf der ersten Seite gebeugt. Was gibt's denn, Liebling? Bad Frankenberg hat für die Rettung des schiefen Turms eine anonyme Spende in Höhe von einer Million Euro erhalten. Hier, lies mal. Sie reichte ihm das Blatt. Wie ein Sprecher der Stadtverwaltung von Bad Frankenberg bestätigte, hat die Stadt vor kurzem eine anonyme Spende in Höhe von einer Million Euro erhalten. Das Geld wurde von einem Notar überbracht und ist an die Bedingung geknüpft, es ausschließlich für die Sanierung des schiefen Turmes zu verwenden. Es handelt sich um genau die Summe, die zur Rettung des Wahrzeichens benötigt wird. Der Bürgermeister, der Stadtrat, die Evangelische Kirchengemeinde sowie die Bürger von Bad Frankenberg zeigten sich überwältigt von so viel Großzügigkeit. Das Sanierungsprojekt werde schon in den kommenden Tagen starten, erklärte der Bürgermeister. Er bittet den anonymen Spender, sich zu melden, um sich persönlich bei ihm bedanken zu können. Sven Grüneis legte die Zeitung beiseite und kicherte. Sie hörten Hummelstich Folge 1 Ein Mord kommt selten allein Von Katharina Schendel Gelesen von Gabriele Blum Eine Produktion von Lübber Audio 2020 brauch